Hey. Ja. Wann ist es jetzt? Jetzt. Geh mal mit der dreckigen Intro und so kein Bock drauf. Warte, aber noch mit anmachen. Wir sind schon drinnen. Also, können wir wieder ausmachen? Nein. Ich war doch nicht so richtig. Es bleibt so, wie es ist. Hallo? Gangste, Gangste, Gangste. Ja, ja, wow. Guck mal, die Oma ist auch wieder da. Die war vorgestern nicht da, deshalb kam ich gestern nicht. Ja, wo war Oma da? Mein Herz gebrochen. Die ganze Stream ging unter. Ist so. Stream stirbt. Seit 2017. Oh. Oh Mann, Alter. Ich fühle mich wie so ein 50 Mal durchgekautes Kaugummi. Ich auch. Ich habe mehr. Nee, ich mehr. Volle ich mehr. Volle ich. Drops aktiv. Ich weiß nicht, warum das da steht. Wo Drops, ja? Was für Drops gibt es bei jetzt Chat? Ich habe jetzt neue Texte hinzugefügt. Hallo, Eupholischis. Moini. Moini. Wo geht das nicht? Hallo, Andi. Hallo, Pan. Flöckchen, danke schön für den Wies am 45. Was machen Sachen? Schlafen. Hallo, Eupholischis. Hallo, Tustrung. Hallo, Oma. Fick dich, Lohi. Hallo, Andi. Als keiner wegmacht, meine Vermutung. Ich habe neue Texte gemacht. Hallo, Dandy. Der Lohi ist böse. Der schreibt nie da. Ach komm, der Lohi doch auch nicht. Voll am Lohi nimmer. Schlafen hört sich richtig und richtig an. Naja, aber nicht wie ich das momentan mache. Alter Schwede. Mich kannst du so in die Tonne werfen gerade. Hallo, No Name. Hallo, Joshua. Mit Fich. Fich, Fich. Alles Ärgerer hier. Nein. Hallo, Pussy. Was machen wir heute? Haben wir nur gerade besprochen mit dem Pinsel. Ich dachte, wir besprechen das hier auch nochmal. Ja, aber der kommt ja nicht. Der ist ja schon, der ist komplett gefangen. Ja. Und seine Liegewelt. Ja. Der Idiot, der. Ja, der stinkt. Oh, ich hasse den, Alter. Ich hasse den auch, aber das ist okay. Hallo, Alina. Wink, wink. Wir können eigentlich mal wieder ein neues Wallpaper nehmen, ne? Nee. Doch, bin ich aber voll dafür. Jetzt zu spät. Ich weiß nur nicht was. Genau. Godzilla? Godzilla? Ich mag Godzilla. Hallo, Leranta. Und hallo, John Schneemann. Wir nehmen Godzilla. Ich mag Godzilla. Godzilla, it is. Gershalfer, hallo. Oli, hallo. Nee, der ist mir zu gruselig. Nee, der ist voll cool. Nee, ich hab Angst hier. Nee, hast keine Angst. Nightlight, hallo. Akuma, hallo. Goji, hallo. Tim Stone, hallo. Hallo. Moini. Venom, Habibi. Was geht, hallo? Habibi. Habibi. Sag mal, Habibi, danke fürs Sub. Sag mal, bitte. Hallo, Simon, grüß. Was geht denn hier ab? Äh, ja, spielen, streamen, ne? Wir haben gerade schon mit dem Pinsel gequatscht. Äh, der sagt, momentan geht viel ab, so Schießereien und so bei dem immer. Im RP. Und Mila und ich haben gesagt, wenn Mila Bock hat, dann, äh, ab nächstes auch wieder normal RP weiter. Wenn wir wieder da, dann raschen wir jetzt die Story durch. Ja, wir kommen ja überhaupt gar nicht weiter bei Sofarrows. Ja, weil wir einfach nur bauen. Wir sind nur am Bauen, Alter. Und wir fangen immer neu an. Jetzt nicht mehr. Hab auch Angst, mach mir gleich in die Algen. Hallo, Pyro. Wir machen dann ab, äh, Dienstag oder so wie der RP. Wie cool ist das, bitte? Und Crisscross, danke schön für den Primes ab dem 24. Zwei Jahre, Mann, danke. Vielen lieben Dank. Und Velourou, danke für die WeS ab dem 59. Alter. RP, was ist das? Ja, ihr wisst doch, was ich meine. Bevor der Stream komplett wegstirbt, Alter, müssen wir wieder in der Pommes. Voll Pommes. Kann ich Urlaub auf Dienstag, bitte? Danke, ja. Warum, Mama? Hast du keinen Bock mehr auf Pommes? Haben sie keine Lust mehr? Hat sich doch bestimmt wieder 100 Millionen Sachen verändert. Ich hab gesehen, dass der Sandro zum Beispiel nicht mehr mit Sandro unterwegs ist, also Arthur, sondern die Sylcote gibt es wieder, gibt irgendwie so. Klingt doch lustig. Darf ich mit, Ull? Du bist doch eh nie da, Holi, Alter. Hallo, Worek. Wie geht's? Wie steht's? Ey, wo bleibt der? Ist der doof? Ich verstehe es auch nicht. Hat er den Schuss nicht gehört? Weiß ich nicht. Ich bin nie da. Ja, wenn du da bist, drückst du mal irgendwelche Knöpfe, Junge. Ist grad nicht so meins. Ja, kann ich verstehen, ehrlich. Ehrlich, dass ich fühle das. Ich fühle das so bis in die Knochen rein. Und ich verspreche auch euch hoch und heilig, und ich verspreche mir das auch selber, sobald, wir machen das jetzt. Sobald irgendwelche Spiele kommen, wir testen die einfach. So wie The Forest jetzt oder so. Ich fucke ehrlich jetzt, Alter. Das hat Spaß gemacht, oder? Harry Potter hat super viel Bock gemacht. Harry Potter war absolut wahnsinnig gut, Alter. The Forest ist jetzt eher so, hm? Weil sind wir aber auch selber schuld, weil wir fangen immer von neu an und so. Sieht halt nicht durch. Ja, sobald was Neues immer kommt, auch mal testen wir das und spielen das einfach. Ja. Tag 17 mit The Forest. Milo und Curtis haben das neunte Mal neu angefangen. Weil am letzten Ort das Gras in die falsche Richtung gewachsen ist. Und dass Curtis getriggert hat. Das stimmt nicht. Das erste Mal haben wir neu angefangen. Weshalb nochmal? Weiß nicht mehr. Weil der Ortkacke war, glaube ich, irgendwie. Das hat mich getriggert. Ja, du warst nicht zufrieden. Dann haben wir nochmal neu angefangen, weil Loco mitspielen wollte. Und dann kam Pinsel, nachdem das Game schon eine Woche draußen ist und sagt, ich will auch spielen, ich will auch spielen. Und deshalb haben wir nochmal neu angefangen. Es gibt ein Spiel, was wir noch zusammenspielen können. Das sieht echt cool aus. Das ist auch für zwei Spieler. Wurde auch öfter mal im Chat gesagt, dieses We Were Here Forever und We Were Here Together. Also das sind zwei, zwei Teile, glaube ich. Ich wurde gefragt, ob ich mitmachen will. Hä, du hast doch gesagt, du kaufst das dann und du wolltest mitmachen. Hallo Tiger, hallo Syme. Ich bin immer noch Mary-Potter-Fieber. Ich schaue mir gerade wieder alle Filme an. Ich habe für den Zwing. Hallo Dirk. Ich habe für die Zwing, Junge. Du hast gesagt, du spielst da mit. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fangen wir von neu an, damit du alles mitbekommst. Du hast Beweise. Du hast Beweise dafür, dass wir gefragt haben. Hallo Bizzle. Klappst ein Hallo. Versteck das Bizzle. Ich habe gar keine Nachricht bekommen. Scheiße. Harry Potter ist ja immer so Februar 23. Ja, aber haben wir durch, haben wir durch. Nicht 100 Prozent. Und hoffentlich bald Throne and Liberty. Boah, das wird erobert. Aber egal, heute haben wir vor und dann werden wir machen. Wir werden nicht bauen. Wir werden gucken, ob wir die Story damit machen und die Höhlen durchsuchen und so. Wir werden keine Holzstämme angefasst. Scheiß auf. Hilse schreibt hier auch nichts. Das machen wir heute. Das werden wir wahrscheinlich auch morgen auch machen, weil ich weiß nicht, wie lange man überhaupt braucht, überall hin zu sein. Also reinzugehen. Und ab nächster Woche dann wieder normale LP mit O7. Wow, geil. Juhu. Hallo Peter Klause. Nein, wir bauen heute nicht, Oma. Lüge. Wenn Köde seinen Baumstamm anfasst, dann muss der sich selbst 10 Subs giften. Ich kriege sowieso noch 10 Euro von dir. Sag mal ruhig. Und ich kriege vom Pinsel nur 10 Euro. Und ich habe mal das Preset von OBS runtergeschmacht. Vielleicht läuft das Game dann bei mir flüssiger. Oh doch, du hast mich... Und die Mila wirft heute keinen Stein gegen meinen Kopf. Du darfst nicht mobben. Darfst du nicht. Ey, ich sitze hier und bin so wie ein Kaugummi, Alter. Mich kannst du so in die Tonne kloppen. Ich habe gestern versucht durchzumachen, Chat. Ich bin nicht pennen gegangen. Ich war so bis 10 oder 11 Uhr wach, weil ich nicht schlafen konnte. Ich kann... Ich habe einfach momentan meinen Schlaf. Das ist eine absolute Katastrophe. Trotz Schlaftabletten kriege ich das nicht hin. Und dann dachte ich mir, scheiß drauf, ich mache durch. Schaffst du schon. Und dann saß ich hier oben. Weiß gar nicht mehr. 5 Uhr, halb 6 oder so. Ich bin im Sitzen eingeschlafen, Alter. Ich sage zu Mila, ich gehe nur mal ein paar Stunden schlafen. Weck mich bitte. Ja. Da habe ich geschlafen. Ich wollte eigentlich anmachen, aber du hast mich vergessen können, Alter. Ich kann nicht hin. Wie so ein kleines Kind manchmal, wenn ich... Und Mr. Pony, vielen lieben Dank für die 5 gifte Zaps. Gibt auch noch einen Zwanny dran. Dankeschön, Mr. Pony. Und Ralfi, dankeschön fürs bedanken, dass du einen Zapp bekommst. Ich kann es dir so in die Tonne Pfeffer momentan, Alter. Hallo, Freaky. Hallo, Rupert Helden. Und dann haben wir gestern den Gronkh die ganze Zeit zugeguckt, wie der gespielt hat. Ja. Der rennt da ganz alleine rum, der hat den Spaß seines Lebens, Alter. Und der hat uns seinen Trick nachgemacht. Und der hat uns seinen Trick nachgemacht. Wie cool ist das, bitte? Der Penner. Hoppy, danke für den Prime-Sub im Dritten. Das geht. Das geht. Hallo, Breezy. Was ist vorhanden? Was ist vorhanden? Aber Hoppy, seit wann bist du Partner? Ist das neu oder warst du vorher schon Partner? Was ist denn? War Hoppy vorher schon Partner? Hoppy war doch vorher kein Partner. Na, Hoppy ist ein neuer Partner, ne? Ja, Glückwunsch. Hoppy? Statement? Du meinst, Gronkh beobachtet, damit du ihn wieder nachmachen kannst? Du Wichser. Hallo, Juri. Wie cool ist das, bitte? Jetzt sag ich vorhin. Im Monat, so Pinsel hat mich geschmiedet. Und Trin Cola. Echt? Warum hab ich das nicht... Egal, herzlichen Glückwunsch, wenn das erst seit einem Monat ist. Glückwunsch. Das ist verdammt schwer momentan, mit GTA-Content Partner zu werden, ne? Also da gibt es so den einen oder anderen Casino, der ist ein Casino, Ex-Casino-Streamer. Und ganz viele von Immortal, die Partner werden wollten, die wurden nie Partner, Alter. Ja. Glückwunsch. Du kannst jetzt auch für Gamescom in den Twitch-Stand reingehen und kriegst kostenlos Getränke. Das war es aber auch mit den Features. Wie cool ist das, bitte? Jetzt sag ich Fortnite und trinke unbedingt. Äh, Sony, vielen lieben Dank für den Prime-Star beim 29. Und brr-brr-brr-dankeschön für den Prime-19. Freigetränke, ja. Ich hatte auch lange Probleme, abends richtig einzuschlafen, wenn ich keine Werbung mache. Aber Vic Squeal hilft mir wirklich sehr. Was ist das? Ich habe bis jetzt Hoganite nur genommen. Das ist, ich weiß, was pflanzig ist, pflanziges Schlaf. Irgendwie sowas. Einen Tag habe ich einen guten Schlaf und muss nächstes Tag wieder versaut, Alter. Ich weiß nicht, warum. Nächster hätte ich mal durchgezogen. Dann wäre ich vielleicht jetzt auch Partner. Wärst du mit Sicherheit Partner schon? Ja, kein Bock. Aber einfach kein Bock. Ich glaube, die sind gerade wieder etwas großzügiger. Gordon und Jenny haben auch Partner bekommen. Oh, ja, dann herzlichen Glückwunsch auch an Gordon und Jenny. Nö, ich glaube nicht, dass das mit großzügig zu tun hat. Ich glaube einfach, die gucken, also, ich glaube, die gucken, aus welcher Ecke man kommt. So dumm das klingt, weißt du, was ich meine? Ich glaube, die gucken, mit wem man so zu tun hat auf Twitch und bla. Also, da habe ich das Gefühl. Melatonin habe ich so ein Spray für den Kopfkissen. Da habe ich auch schon benutzt, da auch nicht geholfen. Vielleicht mal so ein Spray für den Dingsholen. Aber das ist ja auch kacke, wenn man immer auf Appliments zurückgreifen muss oder so. 80% sind eh davon mein Kopf, dass ich mir selber mal einrede. Boah, ich bleibe nicht müde, ich bin alles kacke, bla bla bla. Du hast ja vor drei Monaten erst gestreamt, nicht übertrieben, ja. Ja, das geht. Weich, komm, ich bin ein bisschen Elatonin, Kamila Lavende. Oh, das schreibt, warte mal, ich schreibe mit. Das schreibe ich mir auf. Wie heißt das nochmal, Pyro? Kannst du das nochmal schreiben? Schwester Kusch ist eh immer Dings. Mit Balldrehern, Junge. Boah, Junge. Ey, Breezy, wie geht's dir, Alter? Spielst du Pommes noch? Hallo, Alpino. Äh, hat noch irgendjemand. Äh, Joker, hallo. Mila wäre schon Königin. Mila wäre locker schon Partner. Vielleicht kriegen wir Mila dazu irgendwann mal, so aktiv zu streamen, wie ich das mache momentan. Ehrlich, du könntest so richtige Horror-Streamerin werden, ne? Die ganzen Horror-Games und alles. Ja, aber welche denn? Boah, egal, irgendwas. Wie, wie noch stark ist das denn? Das Ding ist, ich hab ja auch immer Angst und dann sehen die einfach nur das Pausen-Menü. Ey, wo ist der Pinsel, Alter? Auch kein bisschen. Wie lange macht der? Ey, ich geh's, ich geh's Meta machen. Du hast keine Angst, ich weiß das. Hallo, Topson. Der ist nicht mal live. Der ist immer noch nicht live. Ey, der macht wahrscheinlich noch... Hat der nicht gerade gesagt, der macht da Drankets zu Ende, ist gleich fertig und dann geht der live? Boah. Lord Hastur-TV, dem 1000 Subs gegiftet. Boah. Ja, das ist ne Menge, Alter. Michael, vielen lieben Dank für die Weasel empfiehlt, ne? Was ist denn das Schlaftabletten, Mike? Wen hab ich eigentlich noch nicht begrüßt? Wen hab ich überlesen aus Versehen? Mich. So möge er winken. Hallo, Mila. Oh, hi. Ich will keine Schlaftabletten. Ich hasse Tabletten, Alter. Ich hasse, ich hasse. Ich bin manchmal wie ein Elfjähriger. Schau mal, Gott. Ich krieg nix hin, Alter. Kann Mila jetzt eigentlich New World Spieler noch, ne? Immer noch nicht? Hallo, Ida Wynn. Kai Kaking. Swaplex. Ghost. Audi. Hallo. David, hallo. Corporate. Tido. Big Nitro, hallo. Manchmal? Fuck you. Mir knurrt mein Magen, aber ich will auch nix essen. Kiffen? Fragezeichen. Wie, du musst... Wie, du hast noch nix gegessen? Boah, ich hau nicht weg. Nö, hab ich noch nicht. Hab ich auch noch nicht. Ich hab halt heute diese Magenkrämpfe so verun. Egal, nachher. Ich hab auch noch nix gegessen. Hi, Brötchen. Äh, Gremlin, hallo. Auch schon lange nicht mehr gelesen. Bogen sind illegal. Dass man Bahnhof trifft, paar Billen fressen mit dem Briss. Hallo, Da Vinci. Hallo, Master. Hallo. Moin. Boah, bitte stupst den einfach hundertmal an. Nein, du hast so grad... Hast du grad schon gemerkt, dass der nix auf Kette bekommen hat? Ach, die sind rezeptfrei, okay. Dann ist das bestimmt wie Hogger Knight. Äh, Cream Monster. Dankeschön. Nein, hallo. Ich nutze Zefer Knight. Tido, hallo, war das ein Zefer Knight. Das ist ein bisschen leichter als Hogger Knight. Der Letzte, der sich mit Curtis treffen wollte, wird immer nur gesucht. Der ist Taxi Erdogan. In meinem privaten Forest-Spielstand kommen schon die Flickflack-Monster. Jawohl, das stimmt. Wir warten, by the way, immer nur auf den Pinsel, der in einem Ranked-Loyer-Game anscheinend ist. Ja. Reinschwitzen auf Silber 5, oder wie das heißt. Sollen wir einfach schon mal reingehen? Ähm... Ja, können wir auch? Eine Sekunde. HRD. Heißt das Cream? Cream Monster? Dankeschön für den Prime-Samen 15. Ich küsse dich. Let's go, Alter. Die kommen, glaube ich, so ab Tag 25. Kein Verlass auf Biss, wo ich schwöre. Tag 30 bei mir, also im neuen Winter. Egal, lass einfach schon starten, der kann ja nachschleunen. Ja. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken einfach. Es ist dein Schnitzel, sonst kriegst du keinen Nachtisch. Hab ich immer noch als Sound bei Stufe 3. Coneros fiel ihn lang für Luisa, aber im 58. Stufe 3 und hallo. Wie cool ist das, bitte? Oma, kannst du umschalten, bitte? Ich muss Steam wieder online kommen, ne? Okay, ich bin ja leid. Boah, Alter. Wir bauen gar nix. Wir gehen erkunden. Kein Bock mehr auf Bauen. Master of Mentor. Dankeschön für den Prime. Im zweiten Monat. Peace. Peace, Bruder. Warte. Hör zu Söld. Ey. Ich gehe gleich wieder offline. Nein, wir gehen nicht bauen. Haben wir umgeschaltet? Hat die Oma das schon gemacht? Ne, Oma hat nicht. Ich gehe mal pennen, Alter. Nein. Das Problem ist, ich bin ja seit drei Stunden oder so wach, Da Vinci. Und ich gehe schon wieder wie so ein Idiot, Alter. Ach, wie das? Hört sich wohl. Dankeschön, Oma. Hör gleich die Luki auf, dann wird mir kalt und dann werde ich wieder wach. Heute schläft der Streamer, nicht nur der Chat, genau. Lord Poets, aber umdankeschön für den We-Sub im 36. Monat. Hast du gespeichert, als wir noch gespielt haben? Du hast niemals gespeichert. Hast du auch nicht, sag ich doch. Du bist kacke. Du bist kacke. Du bist kacke. Ach komm. Du bist kacke. Du bist kacke. You are kacke. Du hast versprochen. Oh, was ist mit Kevin? Und zu Ultiman, danke schön für den Prime-Sub im 31. Oh, läuft deutlich besser jetzt mit Stream. Aber im Stream sieht es jetzt schlechter aus, 100%. Du hast gesagt, du haust mich nicht. Ich hab doch jetzt gar nichts gemacht. Du hast einen Stein gegen meinen Kopf geworfen. Ja, aber du hast mich auch gemeckert. Gar nicht. Nein, das war keine Mutter, das ist hier. Das muss ich anmachen, guck. Hallo, Mila. Was hast du an den Einstellungen geändert? Im Spiel gar nichts. Ich hab den Preset von Slow auf Fast gemacht. In OBS hat er nicht so viel CPU verbraucht. Dafür hast du aber ein undeutlicheres Bild. Und jetzt laufe ich hier rum mit fast 60 FPS. Das freut mich für dich. Wo bleibt der? Ich bin so ein Wichser. Ärgerst du? Oh, kurz weg. Okay. Deine FPS kannst du sehen, wenn du da Steam-Overlay anmachst. Auch kleine Steine. Hallo, Gab. Du musst deinen Steam-Overlay anmachen und dir die FPS anzeigen lassen. Da gibt es einen ersten Day. Und hier einfach mal eineformulierung, doch. Das Cover. Man macht die mal vier Stücke. Ist der immer nur nicht da? Ist der Loco schon da? Nee, auch noch nicht. Ich glaub der Loco kommt halt gar nicht. Ich mach Flitzebogenpfeile schonmal. Damit ich verteidigen kann. Okay. Kann mal jemand gucken, ob der Pinsel schon live ist, bitte? Ist er nicht, Alter. Hallo Tex, PNG und Real Danker Dankeschön für den Primestyle am 33. Mila, ich sag dir wie es ist, wir ziehen alleine los. Ich hab Pech gehabt. Warte mal, sind wir noch im Call mit dem? Oder hat der aufgelegt? Hat aufgelegt. Der Glück, Alter. Hätte ich den jetzt angeschrien, ne? Geh hier auf ein. Okay. Kann man Chitake-Pilze essen, ja, ne? Ich mein, das hab ich schon mal gehört. Wo ist Kevin, der soll Fisch holen? Das bist du. Der stand da gerade. Da. Kevin. Rufig. Hab ich heute noch keinen, jemanden nicht begrüßt, so möge er winken, bitte. Ich hab 16 Pfeiler, sollte reichen. Ah, guck mal, der Loco ist wenigstens da. Und Cybot, hallo. Und Enraged. Winke, winke. Hallo Loco. Und Aceran X. Hallo. Hallo. Hallo, Loco. Hallo. Und Max Simka, hallo. Und Verti, großartig, hallo. Heger, hallo. Warkev, hallo. Klappmesser-Toni, hallo. Und Gap, hallo. Aber Gap hab ich schon mal begrüßt. Ich bin noch nicht so gut im Flitzebogen, okay? Ist schon okay. Wo ist der hin? Hallo Kubi und hallo Atius. Pinsel. Oh, so ein Schmuck. Lass den droppen. Es reicht. Loco, wir wollen heute erkunden gehen, anstatt zu bauen. Also, wir gehen überall rein, okay? Sehr gut. Okay, gut. Wir gehen in jede Höhle, holen alles und gucken die Story an. Okay. Schaufel haben wir, ne? Max Simka? Hab ich doch richtig ausgesprochen, oder? Hat das gesagt, Loco? Ja, die Schaufel, die haben wir schon, ne? Die Schaufel, die haben wir... Nein. Wir haben, weißt du, wir haben noch nur Dings geholt. Oh, Mö. Wir hatten die Schaufel, ähm, als wir noch ohne Pinsel gespielt hatten. Wir müssen also die Pistole wiederholen. Ach, der Pinsel ist auch mal da. Ja, ich hatte... Es ging nicht so schnell. Zeit, Mö. War kein Stress hier. Ja. Ich sag dir, was gleich schnell geht. Du. Wohin? Weck. Scheiß Pinsel. Oh. Gib... Ohne Scheiß. Ich lief die O7. Wenn... Wenn Mila... Wenn Mila dich ruft, musst du springen. Sonst bist du tot. Ja. Das ist mir gerade passiert. Nur, dass Mila nicht gerufen hat. Ich saß mal auf dem Klo und dann hat die mich gerufen. Ja. Und ich bin sofort losgerannt. Ja. Ja. Du warst gerade entstanden. Du warst gerade entstanden. Ich hab zwar in die Küche geschissen, aber... Das war egal. Ja, da muss man halt... Hallo, Dankeschön für die Wiesapp im 10. mit Prime. Schönen guten Abend an alle. Hallo, ich bin ja neu. Ich komm jetzt öfters. Du bist gar nicht neu. Dankeschön. Und Mechatroniker, danke für die Wiesapp im 68. Alter. Boah, es hat endlich aufgehört zu regnen. So, wenn Loco jetzt kommt und Pinsel, können wir direkt losziehen. Ich hab mir auch schon Pfeile gemacht für meinen Flitzebogen. Und Pinsel, ich spiel jetzt auch mit 60 FPS. Sehr gut. Mit Stream. Weißt du, was ich falsch gemacht hab? Alles, aber egal. Das ist übrigens auch eine Einstellung für dich, weil du hast ja jetzt einen neuen Computer. Du kannst den OBS quasi... Den Haken rausmachen. Nein, nein, dein Preset einstellen. Äh... Wie deutlich, wie klarer dein Bild werden soll. Weißt du, wie viel CPU-Leistung du verbrauchen willst. Ja. Je höher du das stellst, umso besser wird das Bild. Aber ich glaub, das hab ich ja alles eingestellt. Ne, das hast du mit Sicherheit nicht eingestellt. Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit. Keiner deiner Leute, die dir helfen, wissen nämlich davon. Boah, Mann. Dann mach ich das bald bestimmt. Ja, ich zeig dir das später. Das kannst du aber nur bei GTA machen. In solchen Spielen wie hier geht das nicht. Ei, ei. Das Vogel, der war zu schnell. Ich bin zu alt. Wir kriegen die Pinsel-Mod direkt Angst. Du meinst meine Mods? Na gut. Ich hab auch... Ich hab auch... Ich hab auch... Ich hab auch... Ich hab auch drei eigene. Ich hab auch drei eigene. Den hat er mir denn alles geklaut. Louis hier hat er mir geklaut. Ist Andi bei dir Mod? Ja. Andi ist eh egal. Andi ist überall Mod. Ich wollt grad sagen, Andi ist überall. Der ist aber auch gleichzeitig überall. Andi ist überall. Wo ist denn eigentlich der Esade? Kommt der jetzt gar nicht mehr oder ist der bei dir Pinsel? Ne, der war eine Zeit lang gar nicht da. Wo ist denn der? Woher geht's denn gut? Ja. Da hat sich irgendwas in unsere Base geschlichen. Da geht's gut. Noch. Ich hab's getötet. Weißt du nicht, was das ist? Aber ich werd's aufschlitzen! Also die Nachricht ist sehr geil. Ich dachte für einen kurzen Moment, wow, was geht ab jetzt? Geil gemacht. Ja. Ich darf das nur nicht grad sagen, sonst macht Pinsel mir das auch nach. Aber cool, dass du drauf reingefallen bist, Sweet Soldat. Hallo Schwester Kush! Ich bin so bin ich manchmal gemein zu dir. Ja, aber da darf ich On-Stream nicht sagen, hast du mir erzählt. Oh Gott! So war's! Das ist ein Pfeil im Kopf, Junge! Sorry! Oh, oh, wir werden angegriffen! Aber das mit dem großen Kopf bringt gar nix, ne? Weißt du, der geht da durch. Oh Gott! Aber das ist okay. Du hast mich trainiert, du darfst auch gemein zu mir sein. Der Senpai ist immer... Ich ärgere immer nur ein bisschen. Ja. Der Senpai darf ärgern, würde ich sagen. Das weiß ich doch. Jetzt würde ich weinen und dann würde ich nicht mitspringen. Warte, ich... Wirst du, der geht durch. Also ich hab den mit einem Schuss getroffen, ey. Ja, du musst aber richtig treffen, wie als hätten die kleine Köpfe. Ja. Am besten dicht dran. Ja, du musst ganz nah und dann gibst du den... So, dann dreht der sich um und dann schießt du ihn ins Gesicht. Oder du triffst überhaupt gar nicht. Wie ich jetzt. Wo ist mein Pfeil hin? Meiner steckt hier. Meiner ist weg. Ich hab die 3D gedruckt. Ne, das hilft nicht. Also macht das auch keinen Sinn, was der eine letzte Mal im Chat geschrieben hat. Dass das für Leute ist, die ein bisschen... Ähm... Was hat der ja nochmal gesagt? Ich weiß das nicht mehr. Wegen Alter, ne? Ja, wenn du ein bisschen älter bist. Warum darf Pinsel eigentlich streamen? Was hast du geschrieben? Also, warum darf Pinsel eigentlich streamen, wenn du live bist? Steht da nichts im Vertrag? Lass den Pinsel in Ruhe, sonst kommt der nicht mehr, Oma. Wer wird sonst sauer? Ich weiß, mir fehlt ein kleiner Stein. So. Liebem Star. Das war ein Scherz mit den Köpfen, böser Gülzange. Der Mila muss dich nur einladen, ne? Ne, ich bin schon drin. So. Ich hab mich da reingehackt, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, ob ich das darf. Ein bisschen gecheatet hab ich. Geht jetzt ab. Ja, das darf ich meinen Stream anmachen, wenn du live bist? Ja. Die Oma hat mich schon gebissen. Haben wir nicht sogar gleiche Zahlen? Mittlerweile? So von Zuschauern her? Äh, ne. Quatsch. Doch, bei The Forest schon. Ne. Nee. Ich hab grade, ähm, 15. Wie 15? 15 Schu... 15 Zuschauer hab ich grade. Ja, aber du bist ja auch erst seit 3 Minuten live. Die Leute kommen ja aus dem Altersheim, die uns zugucken, die müssen ja auch erstmal zu PC laufen. Sauer ein bisschen, Junge. Ne, keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, sollen wir direkt los? Mila, Loco? Jo, jo, jo. Dann, wir müssen dann diese komische Seilpistole holen, ne? Jo. Machen wir. Loco weiß, wo die ist. Genau. Okay, wir müssen... Ach so, Essen trinken? Du hast deinen Tauchanzug noch an. Wie zieh ich denn aus? Wenn dein Inventar gehst, ganz rechts. Essen hab ich bei, trinken hab ich auch bei. Und Medikamente hab ich auch. Habe ich den jetzt aus? Ja, wahrscheinlich. Habe ich diese andere Dings an, was ganz rechts im Inventar ist? Du hast so einen Pullover an, einen Hoodie. Ah, okay. So, warte mal, wo ist Fisch? Apropos Rentner, Schatz. Könntest du, wie weit bist du? 32. Lass mich in Ruhe. Oma, du wirst vom Placement Geld bezahlt, okay? Ich hab nämlich schon wieder ein Angebot bekommen. Und wieder von Majestic, also nicht direkt von Majestic, sondern von Majestic X Kinguin, Alter. Für einen Stream a 2 Stunden mit 40 Sekunden Werbung von Kinguin. Ich, ich wurde von Opera GX letztens angeschrieben. Ja, wurde ich auch schon angeschrieben. Aber ich weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Ich mach das nicht. Also an dem, an dem Ding ist nix auszusetzen. Das einzige, was ich mitbekommen hab bei Opera ist, äh, der Twitter-Account von dem ist sehr speziell irgendwie. Der Typ, der da twittert oder die, die Dame oder was auch immer. Die schreiben wirklich heftigen Shit, Alter. Ja, das ist, sonst weiß ich nix. Ich verstehe aber auch nicht, warum für so einen Browser so Werbung gemacht wird. Ich hoffe, Majestic's gibt's dir gut. Hast du kein Angebot bekommen, Hoppy? Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr keine E-Mails von dem bekommt, Alter. Ich hab doch gar keine Business-E-Mails zum Beispiel angegeben. Ja, aber die schreiben dir auch auf Instagram und Twitter und so'n Scheiß. Ja, das stimmt. Auf Insta haben sie mir geschrieben. Da guck ich aber heute auch einmal im Monat rein, ne? Ähm, darf ich mal noch, oh mein Gott, ne, das frage ich nicht, du lachst mich aus. Warte, sag doch. Ich würde fragen, warum ist Loco full life und du bist low life? Ich bin noch nicht low life. Das ist der Balken von der Farbe. Er ist grün und du bist rot. Doch, hab schon vier Mails, sonst zuletzt auch Angebot mit Kinguin. Ja, das hab ich auch bekommen. Für einen Stream mit 40 Sekunden Werbung für Kinguin, ich bin ja immer transparent hier, wollen die 1200 US-Dollar zahlen. Einen Stream. Wie lange? Zwei Stunden. Das ist krank. Bruder, das ist so viel Geld eigentlich, Alter. Ja, ja, ja. Mhm. Warte mal, welche Höhle ist das jetzt hier? Das war die Dinge, ne? Das ist die mit dem Haken. So wenig, sagst du, oh mein Gott, das ist super viel. Aber da reden wir die Tage mal drüber, gucken, ob ich das annehme. Weißt du, wie lustig das wäre, Pinsel? Wenn du auch so ein Angebot kriegen würdest, da ist nichts Verwerfliches dran. Das einzige Verwerfliche ist, dass es da Ingame-Käufe gibt. Du musst das aber in deinem Stream nicht, du musst das nicht so promoten, von wegen, ja kommt ihr auf den Server und gibt halt euer Geld aus oder so. Du musst einfach nur spielen. Sonst nix. Stell mal vor du und Hoppy noch zusammen mit Jean-Luc. Sind das nicht auch Server, wo du viel mehr reinkicken kannst? Ja klar, dann ist es wie GTA Live. Aber warte mal, hier sind auch ein paar bei mir, die, ich sehe da doch im Discord immer die auf Majestic spielen. Oder auf Grand gespielt haben. Aber einer meinte letztes Mal hier, die sind doch sehr redevoll da. Aber das soll mir ja egal sein. Mir die Hälfte knistern. Dann habern wir die halt voll. Ist halt dumm, wenn es nicht zu nehmen ist bei Sophie Money. Ja, schreib es, ich weiß, dass ich dumm bin. Ich habe aber schon super viel abgelehnt, wo Sophie Geld gebracht hat. Ich mache das halt trotzdem transparent hier. Ich rede erst mit dem Chat drüber und dann wird Chat mitentscheidend. Hier sind übrigens super viele, ne? Mal wieder. Was würdest du sagen, Pinsel? Hm. Ich hatte da erst Bauchschmerzen, weil das so im Dings war. Wie sagt man, ne? Was denn? Das ist ja erst, dass es theoretisch ein absolutes No-Go ist. Was halt nicht machen darf, sowas. Wenn du dann sonst Probleme kriegen könntest. Das ist keine Probleme. Es wird halt auch viel, es wird halt auch viel geerzählt, aber keiner kennt die Wahrheit. Der Elotrix hatte mein Angebot bekommen, glaube ich, ein Jahr oder so. Hier liegen super viele Medizin-Dinge. Für ein Jahr irgendwie 600.000. Und dem hat man gesagt, das ist irgendwie russisches Scammergeld oder so ein Shit. Was die da ausgeben. Und das stimmt nicht. Hier ist hinten das Kreuz, ne? Bei mir. Mhm. Und das stimmt nicht. Die verdienen nämlich ihr Geld mit dem Server über Kryptowerten. Aber wo weißt du, dass es dort nicht so ist? Weil ich die gefragt habe. Weil ich mich mit denen unterhalte. Weil ich die gefragt habe, wenn ihr von mir wollt, beziehungsweise gesagt habt, wenn ihr von mir wollt, dass ich da spiele, möchte ich gerne erfahren, was das Ziel ist von diesem Placement für meinen Stream. Wollt ihr Leute auf dem Server haben, damit die Microtransaction-Dings machen? Also damit die Geld ausgeben? Oder, ne? Oder was wollt ihr von mir? Wie soll ich das promoten, wenn ich dann annehmen sollte? Und dann haben die gesagt, ja und ne, es geht nur um die Reichweite, dass da Leute spielen. So. Und bei Rage MP ist das in den meisten Fällen so... Können wir die Leichen eben schnell ausnehmen? Ja. Wo denn? Ja. Bei Rage MP oder bei den Servern ist das das meiste so. Okay. 1, 2, 3. Ähm, das habe ich auch nur gesagt bekommen, aber das macht für mich sehr viel Sinn. Ja. 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 Ich bin hier. Ich bin hier. Ginsel fehlt. Ähm. Kann man grad nicht sprinten? Kann man überladen sein? Nein, du bist in der Hocke. Bist in der Hocke. Toll. Toll. Okay, wir bereiten. 1, 2, 3. Haha. 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 Waren hier nicht noch mehr? Ja. Hier hin ist noch eine. Ja. Hier liegt immer so viel Zeug, das liegen zu lassen. Ist es dann nicht klug, wenn... Ja, eigentlich machen wir Regale und tun das da alles rein. Haben wir jetzt aber nicht. Äh. Jetzt. 1, 2, 3. Ja. Weil ich glaube... Klar, das ist noch... Das ist superschlimm. Am besten craftest du eigentlich alles. Dann hier hinten noch? Aber das ist auch nur eine Sache, die mir gesagt wurde. Ob das stimmt, weiß ich selber nicht. Ja, das kann eigentlich jeder ziemlich viel erzählen, ne? Ja, ja, das ist es halt. In Wahrheit. Keiner weiß in Wirklichkeit, woher die das Geld haben. Kann nur sein, dass dann... Hier ist übrigens ein Zettel, aber da steht nur drauf, weswegen die hier sind. Das gehört zur Story. Wir sind hier wegen diesen komischen Kristallsteinen, die hier überall sind. Das kann natürlich auch sein, dass da einfach ein Unternehmer dahinter steckt. Oder irgendwie so ein Multimillionär. Du kannst links dir gedrückt lassen, dann kannst du ranzoomen übrigens, ne? Wenn du den Zettel in der Hand hast. Kannst du auch eben schnell hierher kommen. Wie kann ich den denn... Kann ich wegnehmen? Nimm einfach deine Axt wieder in die Hand. Du musst die hot... Ja, genau. 1, 2, 3... Oh, Entschuldigung! Schnell! Okay, okay. Hallo, Taggen. Joshua, das stimmt schon, aber wer weiß, ob das überhaupt stimmt. Das kann auch sein, dass die wirklich nur auf diese Ingame-Käufe ausgelegt sind und so. Weiß ich ja nicht. Das Ding ist aber, du musst das ja im Stream. Und danach beende ich das Thema auch nicht so promoten, dass du sagst, ja, Leute, kommt hier, klickt auf meinen Link drauf und kommt hier auch schon... Würde ich eh nicht. Würde ich auch nicht machen. Ich würde eine Woche, bevor ich das mache, überhaupt sagen, klickt da nicht drauf, kommt hier nicht drauf, gar nichts, braucht da nichts machen. Ich... Ähm, als ich überlegt hatte... Wie hieß das andere? Achso. Warte, warte, lass den Pinsel ansehen. Achso. Den kennt er noch gar nicht. Ähm, als ich überlegt hatte, bei diesem anderen Ding da vielleicht mitzumachen... Ähm, da ist mir so auch... Ja, genau. Ich muss gerade überlegen, wie es heißt. Das ist ja im Prinzip der gleiche. Da habe ich überlegt. Ähm, und habe das auch so angeschnitten. Hey, Pinsel, your mom! Guck mal da, Pinsel. Mama. Haha. Mama. Haha. Geh weg da! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, wie kann man so übersteuern? Bullshit. Oh Gott. Ich habe... Oh Gott, Alter. Ich habe mich... Ich habe mich erschrocken wegen dem Übersteuern, Alter. Oh Gott, ich habe Teenie-Dose. Wirklich, schau da rein! Haha. 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 Ich glaube Pinsel hatte ein Herzinfakt. Ja, ich glaube er hat den Herzinfakt bekommen. Ich hab noch nie jemanden so übersteuern gehört wie den Typen. Ach, Scheiße. Ach, ne, wir sind auch schwer, ne? Ja, wir sind auch schwer. Morgen, ich hab mal kurz den Schlüpper gewechselt. Bei Down? Hier ist noch so einer, der rumspielt. Oh, hier ist der Fingermann. Ja, ich komm, ich komm. Der hat schon im Griff. Er ist nicht down, glaub ich. Wie kann ich denn noch mal auf die Taschenlampe wechseln, damit ich nicht... Äh? Ja, weil der holt das Feuerzeug raus. Also ich bin der Meinung, das wäre eine coole Möglichkeit, mit einer Kommune mal zusammenzuzucken. Du musst ihn doch einmal auswählen. Du bist halt auch noch bezahlt, also dafür finde ich nichts verwechseln. Und dann komm bitte mal das zu spielen, was eh schon alle sehen von dir. Ja, Bruder, das hast du ja letztes Mal schon geschrieben. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich würde das halt vielleicht einmalig machen und würde das nicht so promoten, um zu sagen, jo Leute, kommt hier drauf zocken, benutzt meinen Rafflink. Einmalig machen und das Geld dann zur Seite legen. Äh, die 50% davon, weil das andere ist halt für das Finanzamt immer. Ähm, falls mal die Grafikkarte kaputt geht oder so ein Shit. Ich kann. Ich auch. Warte. Brauch nicht. Ja doch, du musst da die... Ich hab schon 10. Du musst die anziehen, ne? Ja, dann zieh die an. Okay, ich kann. Ähm, okay. Ich weiß gar nicht, wie ich die anziehe. In der Tasche ganz rechts unten. Äh, hier, hier, hier. Äh, hier, 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 hier. Ja, ich mach den. Unten rechts in deiner Tasche, Pinsen. Okay. Jetzt hab ich sie an, glaub ich. Hab ich sie an? Ja. Ja. Aber du kannst halt nochmal 10 sammeln jetzt. Ah, okay. Ah, verstehe, okay. Dann bin ich ready. 1, 2, 3. Du merkst, die Veränderung von normal auf schwer bis jetzt noch nicht. Ich merke gar keine Veränderung. Du hast doch noch nie normal gespielt. Bei dem Fingertyp, ne? Ja. Ja, ich kann. Ja. 1, 2, 3. Ja, die hitten schon ein bisschen. Ja, Geb, du kriegst da meine kaputte. Ja, die halten auch ein bisschen mehr aus, Mann. Hier der ganz ob... Der obere? Okay. 1, 2, 3. Das hieß doch Buggebews. Das ist kein Buggebews, der doch ganz viel haut, Mann. Das ist cleveres Ausnutzen der Spielmechanik. 1, 2, 3. Ist richtig, probier. Nur wenn es nicht passt, dann kannst du trotzdem die Note von den Signalen. Aber ich würde das auch so machen. Ja, gerne mal. Hier hinten ist noch der Fingertyp. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wenn wir das machen, wir sind vor Geld, wir machen das wegen der Kohle. Also, ne? Hier ist auch noch einer. Oh, dann erst den. Das war jetzt ein bisschen dumm gesagt, weil natürlich mache ich das wegen dem Geld. Aber es tut halt nicht weh. Hier hinten, Pinsel. Ja. 1, 2, 3. Aber scheiße, aber lass das Thema wechseln. Ich muss kurz anziehen. Wieso hast du einen Helm an? Du hast auch einen. Da hinten in der Ecke, dem Fingertyp noch. Die immer verloren irgendwie für mich. 1, 2, 3. Du siehst doch, wo unsere Namen sind. Ja, aber ich drücke immer einmal I, weil ich irgendwas, weil ich, ich, ich will mal Sachen craften. Ähm, damit... Wird das so long was für dich? Warte. Ja, du willst was craften? Äh, ich will mal Sachen craften, damit ich dann, keine Ahnung, die Sachen, ähm, damit ich neue Sachen looten kann, weil sonst ist immer alles voll. Ja, ich mach jetzt auch mal Mollis. So viel Alkohol bei. Ja, sowas zum Beispiel. Und dann auf einmal... Oh, ist zu spät. Ein Soulslack? Ich hab was, ich versteh grad nicht, was du von mir willst. Oma, kannst du übersetzen? Du kannst auch schon mehrere Sachen in die Mitte legen und dann brauchst du nur noch das Mausrad, äh, das Zahn. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Das kenne ich nicht, das Spiel. Jetzt aber weiter hier. Mal auch noch kurz einen Molli. Geh mal gleich einen. Guck mal hier, das gehört auch zur Story, aber keine Ahnung, was das heißt. Das Bild hier. Da ist wohl irgendeiner gefangen. Wahrscheinlich ist das der Millionär, der in einem Raum gefangen ist oder so. Nee, das bin doch ich. Halt Moll. Jaja, das Bild müssen wir uns merken. Das bin ich und du bist... Ihr seid alle da unten aus der Map gefallen. Warte, ich will Molli gleich auf einen werfen. Hier kommen doch die Babys jetzt, ne? Da hinten, ja. Können wir die hier nicht befreien, die da hängen? Die können wir nicht befreien. Das ist auf jeden Fall so ein Großer dahinter noch. Ja, auf den werbe ich den ja. Ja, ich hab den angezündet. Ich sag's gerade. Ach so, den musst du mit L anzünden. Oh! Ihhh. Der krank. Hab den angezündet. Okay, das ist makaber. Die Babys, ne? Hinter dir, hinter dir. Wie, der ist nicht tot? Der hängende Nabelschnur, ist das euer Ernst? Ah, Pinsel, mein ich. Bei dem muss ich immer ducken, auf die Beine hauen. Der hat mir die halbe Rüstung weggehauen. Ich kann? Ich auch. Ein, zwei, drei. Was kann man denn mit Seilen machen? Äh, für den Bogen kannst du den verwenden. Ich hab schon einen Bogen. Die lebt doch... So ein Ding. Reparatur-Werkzeug. Dein Pfeil. Knochenrüstung. Handgefährdichter Speer. Handgefährdichte Keule. Wie viele Bogenhits brauchen die eigentlich davor? Oh, da kommen wieder die... diese Krabbeltücher. Krabbelfiecher. Oh Gott. Wie viel hält der aus? Mir stinkt's. Weg, Pinsel! Da kommen alle Pfeil daneben. Okay, mit Bogen ist der einfach. Ich kann. Also Szene sammeln hab ich noch nicht gesehen. Ich kann auch... Eins, zwei, drei. Das hier ist... Das ist Gold, oder? Nee. Das ist doch Gold. Gold. Wie groß ist denn eigentlich die Map von dem Game? Schon groß. Also merkt euch, ne? Wir hatten diesen einen Raum mit diesem Schneckenmonster gesehen. Die sind hier anscheinend auf der Suche nach diesem Erz, haben die hier abgebaut. Ja, hier. Guck mal, hier ist ein Holzkästchen bei mir. Ja, die kannst du aufhauen. Deswegen glaub ich immer nicht... Guck, dat Erzsuchen hier. Ja, das ist das Gold, was ich meine da. Ich dachte... Oh Gott. Oh, da vorne kommen wieder welche. Drei Stück. Einer in der Metaschenlampe leuchten. Nee. Oh Gott, die sind ja schnell. Hier rechts steht noch einer ganz ruhig, oder? Oh, ist ein Großer. Oh Gott, ist ein Drei hinter dir. Dann ist der Großer mit den Fingern. Geschockt. Drucken, die sind auf den Beinen, ja. Ist der tot? Jetzt wär's den hier? Hm. Eins, zwei, drei. Ich will ja nicht den anderen Bogen haben, den besseren. Ich kann. Jo. Eins, zwei, drei. Nila, bist du gemutet? Nee. Okay. Sind die hier? Jo. Eins, zwei, drei. Hallo, Schaube. Und Matti, danke für den Prime 52. Den hier? Ja, ich kann. Ich auch. Eins, zwei, drei. Ich bin wahrscheinlich der erste Mensch, der durch die Map glitcht. Du kannst dich mehr tragen. Ist noch einer? Du musst auf mich nicht warten, ich bin voll. Wo ist einer? Also. Ja. Nila? Mhm. Eins, zwei, drei. Oh, mal wieder ein Bapen. Oh, hier ist er. Warte. Soll ich nicht gegenseitig bin? Oh, pass auf, wir haben uns gegenseitig bin. Du kannst doch so einen heftigen Schlag machen. Ja, der ist tot. Ich kann. Eins, zwei, drei. Warte, ich kann doch nicht. Jetzt. Jetzt. Respekt ist, vielen lieben Dank für den Prats am 14. Okay, weiter geht's. Ich will hier raus, das kennen wir schon. Das ist langweilig. Wenn wir die anderen Sachen sehen. Aber da ist bestimmt noch irgendwas zu finden. So in den Ecken hier. Ja, ja, wir finden gleich hier, Norbert. Wir waren hier schon drin, Finsel. Ach so. Weil ich gucke immer ganz links. Eins, zwei, drei. Ganz rechts an den. Ja, das ist schon richtig, was du machst. Das machen wir bei den nächsten Höhlen. Weil hier wissen wir schon, wo alles liegt. Okay. Wie cool ist das bitte? Ihr suckt in Fortnite und trinkt Ola. Dann laufe ich eigentlich einmal stumpf nach. Oh Gott, Alter. Ja, wie viel Damage machen die? Lapsa, Rost, vielen lieben Dank für 10 Gifte Zaps. Guck mal, wie da ein Baten. Ja, die machen voll viel Damage, ne? Oder hat mir einen am Rücken gehauen. Nee, eigentlich nicht. Na, ich glaube, Loco. Hey, ich war weit weg. Nee, die machen aber wirklich viel Damage. Haben die im ersten Teil auch schon gemacht. Wie baut man seine Muskelkraft da auf? Oder was das ist? Ich habe nur einen halben Balken Ausdauer. Ich glaube, das ist so... Warte mal, warum geht es denn hier hoch? Ist das richtig? Ja. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, hauptsächlich geht das hoch durch Bäumefälder und so. Ach, dann wirst du stärker? Ach, stimmt. Hier oben ist jetzt Dings, ne? Hier oben war jetzt irgendwas. Mhm. Lacken hier oben nochmal. Hier gibt es zwei Wege, ne? Ihr lauft gerade ganz hoch. Habt ihr das gesehen? Edward Pafton and his family are still missing. Okay, wir suchen anscheinend einen Typen, aber das wissen wir ja. Von Anfang an schon. Missing CEO. Ach, hier oben liegt nochmal Dings. Munition. Hallo, der Arbeit. Guck mal, das ist doch kein Gold. Doch, wenn du... Mit der Taschenlampe drauf? Guck mal ein Stück weg. Das ist doch kein Gold. Gold. Warum sollten so viele Baubeider da drin sein, wenn das kein Gold ist? Willkommen in meiner Nase. Oh, mal, danke schön für den Gift, der dann Sleazy und Greasy. Sleazy, sie. Oh, Lilla. Oh, ich hasse die Alman. Das sieht aus wie Lille, Alter. Das sehe ich bei Mila schon immer. Oh, jetzt kommen Babys, Babys, Babys. Die machen echt viel Damage. Runter oder links? Lass dich immer alle taunen. Ich glaube, hier oben ist... Hier ist eine Sackgasse. Das kippt ein bisschen Loot. Aber müsst ihr mir durchs Wasser? Hier unten ist Wasser. Ihr könnt die Laptops auch immer kaputt machen, ne? Für die Zeitbomben. Oh. Ein paar Babys. Oh Gott. Warte mal, die Taschenlampe ist ja scheiße. Die macht mir die Batterie leer. Ja. Will ich die? Will ich das andere Ding wieder? Das Feuerzeug. Ja. So ein Feuerzeug halte ich gerne im Real Life, Alter. Ich glaube, die gehen nicht leer oder ganz links nur. Oh Gott, aber hier sehe ich jetzt gar nichts mehr. Ah, doch, mit dem Feuerzeug schon ein bisschen. Geht. Hier, an der Wand. Mila, wo ist hier? Steht hier. Hier ist Baby. Wo ist der hin? Hier hinterm Stein. Bin ich gesehen. Ich glaube, der ist hinüber. Aber ich weiß nicht, wann man sieht, dass die hinüber sind. Okay, wir haben die Pistole. Äh, gleich speichern. Lass mal gleich draußen ein Zelt machen, okay? Mhm. Da unten sind noch die Kabler, ne? Denkt er. Aber wir könnten auch straight gerade rauslaufen. Ja. Da ist ja kein Loot mehr. Ja, dann scheiß auf die. Sicher gehen die leer. Kannst du aber mit USB laden. Du kannst Feuerzeug mit USB laden? Ach, das ist aber Strom. Ist hier hinten nichts mehr drin? Wenn man zurückläuft? Bestimmt. Ich finde, hast du die Pistole da gelootet? Äh, Seilpistole. Ja, genau. Ja. Ja, wir wollen ein Zelt bauen, Oma. Komm schon. Halt Mohl. Höfe Oma. Ja, speichern müssen wir ja schon. Aber das muss dann auch im rechten Winkel zur Sonnenatmosphäre. Wort werden. Okay, jetzt können wir den Spaten holen gehen, ne? Genau. Wie viele Höhlen? Du bist doch unser Spaten. Ich muss unbedingt was trinken und essen und ich bin super müde. Und wir haben draußen eh Doppel, von daher. Same. Nacht und das Leben immer. Wir waren in dem ersten Spiel schon auch erst, nur in den drei Höhlen. Oh mein Gott. Was machen die denn schon draußen? Was ist das? Ich gehe. Ich muss nach Hause. Ich glaube, der Shaka beeindruckt die nicht so wirklich. Das sind übrigens meine Pfeile. Sollen wir den nur looten? Ja? Macht ruhig. Warte, ich habe hier irgendwo nur einen Pfeil. Okay, eins, zwei, drei. Oh mein Gott, das heißt, das Flickflack-Monster könnte jetzt auch schon hier draußen rüberkommen. Hä, aber warum sind die schon draußen? Weil wir wahrscheinlich schon so viele Höhlen geöffnet haben. Aber haben wir nicht. Oh, da ist noch einer. Oh ja. Ich glaube, das bringt gar nichts bei Dings, den zu schocken, oder? Nee, irgendwie bringt das gar nichts. Hör dem auf den Arsch, ich finde das geil. Ja, schlachte den ab. Pass down. Eins, zwei, drei. Das ist ein halb-halber, ne? Ja, das ist so Human-Centipi-mäßig. Ich glaube, das ist wohl bei weitem noch nicht das Schlimmste, weil das hier ein Game gibt. Aber das können wir bisher noch nicht rausfinden. Aber das machen wir heute alles. Okay, wir gehen schlafen. Schlafen und dann noch speichern. Ja. Nicht vergessen zu speichern, das ist ganz wichtig. Ja. Okay, jetzt speichern. Und schnell was essen. Die die nicht speichern, die verlieren alles. Ich habe nur Durst. Ach so, da hat er eine Trinkflasche. Nee, hat er noch keine. Doch, wir haben eine gelootet. Die Frage ist, ob er die voll gemacht hat. Okay, wir müssen trinken. Habt ihr noch Essen bei? Ich habe noch Essen. In der Höhle haben wir ja ganz viel Essen gefunden. Oder wir bauen ganz kurz ein Regal und machen einmal ein bisschen leer. Das können wir auch machen. Vieles kann ich auch echt nicht mitnehmen. Aber wenn wir bauen, kriegen wir Ärger von Oma. Ja, ein Regal. Ein Regal. Ich brauche nur einen Stamm dafür. Ja, dann lass kurz nach Hause, aber ganz kurz nur. Okay. Andere Richtung. Andere Richtung. Habe ich schon gesagt, dass meine Performance absolut brutal gut ist. Leckt nichts mehr. Ich habe so Angst vor dir, was da kommt. Oh Gott. Das war bei dir gestern, Kamila. Ja. Curtis hat ja einfach umgestellt, damit die Performance klappt. Ich habe meinen Rechner für 10 Milliarden gekauft. Du verstehst nicht, dass ich eine andere Einstellung hatte als du bei OBS-Pinsel. Wenn ich gestreamt habe, habe ich nur Probleme. Weißt du? Ja. Ohne Stream lief alle. Habe ich 80, 90 FPS. Mit Stream habe ich jetzt gerade 45, 50 im Wald. Ich laufe dem Loco nach. Der kennt sich aus. Dann die mal mir nach. Oh, hier ist noch eine. Hier gibt es glaube ich nichts. Ich hatte ja eigentlich schon an dem Abend, habe ich noch gebaut. Aber dann war Mila sauer auf mich und hat mich gespeichert. Wir hatten eigentlich schon eine zweite Etage und so. Ähm, ich hätte nur speichern können, weil ich habe das Spiel gar nicht beendet. Ich hatte das einfach nur im Hintergrund dann die ganze Zeit. Aber das Ding war, da kam schon so ein Monster und hat uns die ganze Base kaputt gemacht. Du Arsch. Biggie's Life, danke schön für den Prime-Sub und herzlich willkommen, Bruder. Ich hätte mal ein paar Eule küssiert, ne? Für wen? Das wäre sehr nett. Was? Du hast gesagt, Biggie's Life, danke für den... Achso, ich habe mich lange gemutet. Achso. Aber ich wollte ihm auch noch danken. Danke, Biggie's Life. Danke, Biggie's Life, du bist der Beste. Ah, guck mal, wenn du hier die Blätter haust, wenn du da durchrennst... Ja. ...dann geht deine Kampfkraft hoch und deine Ausdauer steigt. Das heißt, du bist gezwungen zu bauen. Sag das meine Oma. Oma! Warte, ich mache mal Regale, okay? Jo. Ich stelle die einfach hier unten, ne, nicht unten, wir machen die trotzdem oben hin. Die wollte ich eh hier hinpacken. Dann machen wir die einfach hier scheiß auf. Okay, zwei Stück haben wir. Oben sind die... Ah! Schönen Long Jump. Was muss man da hinmachen? Ja, tu da dein Essen und so, alles, was du nicht mitnehmen willst jetzt gleich. Haben wir dann ein gemeinsames Regal? Ja, ja, wir packen alles zusammen. Die ganze Munition zum Beispiel. Und die ganze... Oh Gott, ich habe 20 Schuss mit Flinden. Äh, Agel, danke schön für den We-Star beim 30. Und Stufe 2 sogar. Haben wir den Taser schon, ja, ne? Sollten wir, ne? Loco, weißt du, wie das geht mit der Seilrutsche? Mhm. Ja, dann musst du mir das nachher mal zeigen. Okay, dann erst der Regal ist full. So, mal gucken, was ich da noch dazu packen kann. Ein paar Platinen. Ja, ich habe mich auch. Wird das auch super viel Seile. Oh Gott, Bruder. Agel! Vielen lieben Dank für 10 giftige Zaps, Mann. Dankeschön. Boah! Dankeschön. Ja, ich glaube, ich muss noch eins bauen, ne? Ah, ich habe auch noch relativ viel Stuff. Ja, ich habe auch noch relativ viel Stuff. Oh, nur ein Scheißdorf. Beide Düschen nehme ich mit. Und dreimal Heilung. Okay. Was macht man mit dem Kreuz? Äh, ey, wenn die, wenn die kommen, diese bösen Monsterdinger, dann kannst du das Kreuz rausholen und manche rennen dann weg. Hm. Warte mal, wo ist denn eigentlich unsere Dings? Unsere Freundin? Gute Frage. Schon länger nicht gesehen. Oh, RP kommt mir nicht so. Ruhe. Insel. Insel. Macht er Damage? Ehe, wir kommen da, guck mal hier. Oh, dann pass auf, der ist super stark. Und wird ein Nepperschüsser. Oh! Okay, Mila, das war cool. Meine Pfeile. Hm. Okay, wir können weiterziehen, ne? Ich bin noch gegessen und dann weiter. Ähm, wo sind die, im Inventar, wo sind denn die Knochen? Hm, ganz rechts oben irgendwo. Hallo? Könnt ihr mich hören? Ja. Ich hab den Chat geöffnet, ich weiß nicht wie. Einfach mit Enter. Moini. Ja, aber jetzt ist der die ganze Zeit angezeigt, das Ugly. Ja, das verschwindet gleich bestimmt. Ja, das geht gleich mit. Viech, 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 wir gehen uns jetzt die Schaufel holen. Okay. Ja, warte sofort. Ich brauche gerade Knochenrüstung. Ja, aber du hast bessere an. Ja, aber nur so für Notfall, damit ich die Seile mal benutze. Weil ich einfach... Ich hab zu viel Stuff. Halt, Mul. Okay, ich hab keine Knochen mehr. Wie kann ich denn den Fuß wegschmeißen? Ich will den nicht mehr. Gib mir den. Ich ess den jetzt. Okay. Ich hab den gegessen. Ich hab auch noch, glaub ich, so einen vergammelten. Den könnte ich mal eben. Ja, zieh dir den rein. Mach ich auch. Mila, ich hab einen Speer jetzt. Guck mal. Rotten Arm hab ich. Nee, den kann ich nicht mehr essen. Nein. Geh dann wegdämmeln. Kann ich nur noch schaffen. Jetzt kann ich den essen. Ich hätte ich den Knochen. Oh, Mann, Mann. Okay, jetzt nehmen wir los. Let's go. Ja. Ihh, wer kotzt denn da? Ich. Warum kotzt? Ah. Ich hab einen verrotteten Arm gegessen. Ja, und? Mal kurz bei den Attachments vorbeigehen noch. Ja, können wir machen. Ich muss noch früh stattfinden. Ich hab einen leichten Magen, okay. Ja, heute hast du einen leichten. Oh, Entschuldigung. Mann, 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 du. Habt ihr eure Flasche nochmal aufgefüllt? Ich hab meine noch gar nicht gebaut. Wieso? Wir waren noch bei dem Drucker. Ja, der ist aber direkt bei uns in der Base. Mal später. Weißt du, ich bin so ein, so ein, ich bin so ein Naturbursche. Ich geh direkt zum Bach. Und es läuft alles weg, Alter. Ich mag das. Ich will näher zu Natur haben. Ja! Hier exe ich die Scheiße! Geh doch mal wirklich raus. Ich merke gerade, dass ich unfassbar viel Hunger habe. Egal. Wir sind zwei rote, äh, tote Rehe. Ja, das war der Loco, glaub ich, oder? Nee, nee, ich hab nix gemacht. Wir hätten die Rehe getötet. Oh, oh, oh. Oh, oh. Mach ich gar nicht, Latzons. Jawohl. Jawohl nicht. Gehen wir jetzt zu der anderen Höhle da oben? Die gehen jetzt kurz Attachments holen für die Pistole und dann gehen wir in die nächste Höhle. Und da kriegen wir dann die Schaufel. Aber wo weißt du, dass du da hinlaufen musst, wo du jetzt hinrennst? Drück mal M. Ja. Dann hast du so ein GPS. Ja. Dann siehst du die Höhlen und so. Ja. Ah, der hat noch... Und wo lauft die jetzt hin? Zu den Attachments. Und wie, was ist das? Ach, da bei dem See. Wieland oder die Kreise? Nee, das ist gar nicht verzeichnet. Das hat der Loco schon gefunden. Ja. Aber der hängt hier kurz im Kölnischen Wald. Ja, und ich hab das gefunden. Ja, das gefunden. Bei dem Helikopter, oder? Nee, nee, da vorne bei diesem länglichen See war das. Oh, da ist er. Hänsel, komm schnell. Ich kann nicht mehr. Aber der Scheidempfer ist doch kacke. Der bringt doch gar nichts. Doch, da müssen nicht gehört beim Schießen. Ja, doch. Das ist eh egal. Aber der Aufsatz ist ganz cool. Ist da noch mehr Aufsätze für die Pistole? Ja, zum Beispiel die Dings. Äh. Hier ist schon... Gimmi-Gubbler. Gimmi-Gubbler. Scheiße. Was, noch ein zweiter? Oh, ich... Ihr wollt nicht wissen, wo ich den reingeschossen hab. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss den umdrehen. Da muss ich mir angucken. Das wird sein, du. Oh, der hat ein Brett bekommen, Alter. Ich hab den aus Versehen. Ich hab den aus Versehen in den Dings geschossen. Ins Puls. Ey, wo ist mein Dings? Ich will ihn wieder haben. Entschuldigung. Ich hab' ich... Ich hab' ich... Ich pack' den Rucksack. Tschüss, Schwester Kursch. Tschüss, Schwester Kursch. Tschüss, Schwester Kursch. Oder bleib stehen. Hier. Es geht weiter. Yes. Oh, stimmt, ich habe Charlin Ich lute dich schnell Du weißt, der Kusch ist nur traurig Wegen dem Mikro, der Mimmel ist Mila und ich haben letztes Mal Ne Dings gefunden Da kriegt man einen richtig geilen Bogen Einen Sportbogen Einen Bogen Ja, aber so einen richtig geilen Bogen Einen geilen Bogen Aber ihr wisst nicht mehr wo, oder? Doch Ich weiß, wo das war Wir sind da nämlich hingelaufen, um zu graben Und wir brauchen noch die Schippe dafür Sonst kriegen wir den nicht Ah, ich wollte gerade sagen Ich habe nämlich meinen auch irgendwo Aus dem unterirdischen Ding gebraucht Seit dessen heißt Masahiro, natürlich lebe ich Mila hat doch bestimmt gestern Bescheid gesagt, oder? Ja, dass du schläfst Ja Kommt, meine Freunde Kann ich der Flitzebogenmeister sein bei uns? Ja Ich dachte, du bist der Baumeister Ich bin Baumeister und Flitzebogenmeister Ich wollte es nicht sagen, aber ich bin dann wohl der Oggi Nein, ich bin schon der Oggi Mann Genau, in dem Universum bist du nur ein Runner Ein Runner bist du Loco ist Pfadfinder, Pinsel ist Runner Der Pinsel ist Dings, okay? Was? Pinsel ist Soldat Ich bin Ich bin Krieger Ich bin Krieger Ich bin Narito Osemika Ich bin der Expeditionsleiter Mann, die sind kacke, die sind voll schnell Scheiß Rehe Unser Tourguide Loco Yes Reicht doch schon, wenn ein Oggi in dem anderen Spiel versaut Oh Gott, Alter Ja Da fickt er mich Scheiße Oh Angekommen Kann man hier nicht auch noch was looten von denen? Ja, diese Schleuder Bei dem Mittel Stimmt, die Fletsche Fletsche Die Futterfletsche Und die ist auch noch It only gets worth Worth I like corn I like turtles I like big boots Oh, was hab ich gemacht? Ich bin hier im Veruna geslidet Ja, da gibt's glaube ich noch eine Sauerstoffflasche Ja Wo? Na, hier unten Oh, ich komm runter Ich Ey, der Shorty, der spielt schon wieder sein komisches Driftbombesding Gott, hier kotzt irgendeiner hier unten Oh Gott, irgendwer kotzt Hier hustet jemand Äh, hier unten Hier unten ist ein Geheimweg Oh, tatsächlich, aber da geht's nicht weit rein, oder? Nee Ich hab nur gerade Aber ist der Loot? Nee Aber, also unten liegt Unten liegt eine Luftflasche Ich hab nur gerade gedacht Achso, ja, da ist kein Geheimweg Nein Nein, da ist Es geht da noch ein Stückchen rein Hat das schon recht Ich dachte gerade, das ist eine Ähm Ich mag dieses Pletscherne Geräusch, ne? Ah Äh Muss ich nicht tauchen? Irgendwann ist der da? Okay Ich mag dieses Pletscherne Geräusch, Alter Das ist irgendwie voll beruhigend Ich glaub, ich hab schon mehr so einen kleinen Brunnen, Alter Für den Schlaf zu machen Jetzt wisst ihr, das kann jetzt im Stehen pekeln Ja, und nur, weil sie das halt so an hat Wie, als würde man Luft aus dem Reifen lassen? Ich muss dabei an Durchfall denken An Durchfall? Nee, ich Ja Ey, you're what the dog doing? Ja, Bobo, nix Ja, ein Durchfall Wie hört sich denn dein Durchfall an? Oh Gott, Alter Wie du da stehst, Alter Du siehst aus wie Ivan Ooze von Power Ranger Hier ist ja Wasser Ja Ja Ich will auch so ein Feuerzeug Darf sie irgendwas zu looten? Ja, hinten rechts Ein Laptop und so Na, das ist egal, Oma Ich mach eh ins Bett Wir da Wir müssen auf Pinsel warten Wir finden den Weg sonst nicht Ja, ich bin Ich bin Play One Immer Das ist mein Torre aus, wirst du mir entziehen Wie ziehst du da automatisch an, wenn du auf eine gehst? Ja? Ja, ja, klar Ja, Leute, ich bin im Wasser Wo hängt's? Ab geht's Aber die musst du Also, du anziehen tust du es automatisch Aber ausziehen musst du es immer alleine Ja Du bitte Ach, für die Immersion noch Kann ich halt nix sehen, ey Blup Das ist die Grafik hier unten so schlimm Blup Wir haben auch keine Taucherbrille auf Kann man die noch finden? Hast du schon mal unter Wasser die Augen geöffnet? Nö Ja, dann weißt du, dass das genau so aussieht Aber ich hab's noch nie aufgekommen Ach du scheiße, da sind ja voll viele Äh, du heilst hier drinnen Wie? Wie ist heil? Hallo? Redet mal in Endgame? Hallo? Kann man in Endgame reden? Ja Dann über Walkie-Tacke Ich hab's gekämpft Ich hab's halt aber wegen seinem Go XL Genau, guck mal, Pinsel ist tot Nee, das hab ich schon begriffen Äh, sollen wir alleine jetzt looten, oder? Oder machen wir wieder zusammen? Ich bin voll Warte, ist noch einer? Ich bin, glaub ich, voll Ach egal, ich mach alleine jetzt Ja, ich mach mit Ey, einfach Ego Ja, ihr sagt ja nix Ja, weil wir noch am Kämpfen sind, da oben Ach so, es tut mir leid Mütchen! Oh, ich bin aber auch voll Ich brauch auch einen Go XLR Ja, Mann, das lohnt sich so sehr Ich hab's halt fünf Monate gebraucht, um mir das überhaupt zu kaufen Was ist denn das hier? Lassen! Oh Gott Irgendwo gibt's hier diesen Taucheranzug Hier, ich hab's gefunden, hier oben Den Taucheranzug Was lootet denn den da schon wieder? Ich kann Eins, zwei, drei Aber wir reißen die Haut ab Ah, ich krieg halt kein Damage Ich bin ja der Krieger und der Kruppe Du bist ja einfach nur der, der nix macht Du bist der Typ von Dings, Alter Von The Walking Dead Der behauptet, der könnte das Virus heilen Und der einfach durchgezogen wird Hast du den Taucheranzug genommen, Mila? Oh, oh Äh, warte Hier wollte ich gerade helfen, aber Ja, Mila, die ist hier wieder am Nein, hier rechts hat einer geschrien Genau, Eugene, Alter Pinsel ist Eugene Eugene, der, der immer durch das Fenster guckt Wir können den hier Dings, ne? Rasieren Ja, macht Ey, das ist meiner Wir haben auf Oh Gott Brutal, wir haben auf komplett schwer gestellt Und wir sind zu viert Scheiße Ich bin der geile Rotary mit Mustache Oh Gott Ich weiß, wie meine Kacke sich anfühlt Das wird Spaß Ich wünschte, ich wäre Kacke Wart mal, was? Was? Ach, ich darf ja kein Dings Ja, wie darf man solche Wünsche auch nicht mehr äußern? Gibt's hier vielleicht noch was versteckt im Wasser? Ja, hier liegt eine Nudelsuppe Nullis No longer Trippimila, no Kacimila Handgranaten liegen hier Und C4 Oh, warte mal, da kommt Das geht später kaputt, oder? Kommt da nicht das Ekelmonster? Genau Ja, ich seh's doch schon Fire in the hole Oh Next question Oh, der ist weg vor uns, pass auf Wer rollt denn hier da das Ganze noch? Der hat doch keiner Ich wünsche dir Ist geschockt einer? Hinter die Loco Pass auf Oh, hier sind super viele Und der Pinsel haut auf eine Leiche drauf Ja, ahne Er ist wirklich huge Er könnte schon mal später Discord Nö Du bist nicht lieb Halbemol Okay, ich auch hier bei den Dings, Mila Das würde er zu mir sein Ein, zwei, drei Aber mach den mal Krieg keinen Damage Kasso, danke für den Prime 49 Und küsst mich Bei welchem jetzt? Ja, der hier Der hier Der ganz linke hier Der ganz linke Ja, mach ruhig Eins, zwei, drei Du hast Flossen an Oh, was will der kürpsen? So, dann der hier vorne Okay, eins, zwei, drei Ja, mach ich kürpsen Hallo, Hesche Und der ganz hinten Oh, der hat schon Ihr könnt trotzdem noch Ihr könnt trotzdem noch Oh, hier oben ist noch einer Habt ihr? Ja, hab ich Ein bisschen festgebockt Oh, ich kann gar nichts mehr tragen Okay, auch nicht Dann nehm ich die oben Ich seh hier den Schatten Mir musst du das nicht geben Das macht der Juri Das muss Oh Gott Aber dankeschön für die 10 Geste Zaps Ich bin Ich bin der Der Erkunder Ich bin gar nichts Ich kann nichts Ich hab einfach Ne Rotznase Irgendwie Ja, ich glaub Wir sind eh alle voll Oh, guck mal Guck mal, wie die da hängt Ja, die hat Spaß Ich komm gleich nach, okay? Nicht dein Zapsgiften, ey Der Körbst ist schon wieder auf Schnitzelbrötchen Oggi und die Kakerlaken Dort hinten seh ich schon Sollen wir Handkorn anwerfen? Ich bin der Fingertyp, ne? Kennen wir, ja Das ist nur ein Fingertyp, der ist noch recht Oh Gott Kaida, vielen lieben Dank für 20 Euro Ich liebe euch Oh, hier ist noch ne Taschenlampe Der Kaida hat gesagt, der liebt uns Alle? Ja, die Taschenlampe ist für die Pistole Ja, genau Das ist die Pistole Dankeschön, Kaida Ui, jetzt kommt der Warte, ich mach den Ich mach den Da hab ich schon meinen Schlag aufgeladen Dann sag ich dir wieder Das ist mein Monster Ich bin Profi, darin den zu töten Seid ihr voll? Ja Ja Ne, jetzt nimm mal Du hast mich ge... Ja, dann... Hallo Brot Pinsel ist Kanonenfutter Und zwei, äh, Spintyp So ein Doppelkrabbel Hand... Scheiße, Handgranate? Ja, ja, hier vorne Doch, solange der still hält Oh! Hab alles im Griff, hab alles im Griff Ich hau dem auf Füße Oh, Mann Der Pinsel wollte mich hauen, der Penner Hey, bin er angetäuscht Aua Kafka? Oh, der hat meine ganze Rüstung weggehauen Der Schwamm Da gibt's nur einen auf der Ömmel Hier ist noch einer Hier ist noch so einer Die sind eigentlich nicht hier in der Höhle, ne? Hier ist noch so einer Doch, die sind auch hier in der Höhle Ich schmeiß Granate Obacht Wohin? Boah Einfach vorbeigeschmissen Wähler hier liegt der Doppelköpfige Hier ist noch einer Oh, hier ist noch einer Genau, auf den wollte ich eigentlich schmeißen Einen auf den Arsch Ja Du kaitest den Ich hau mir einfach voll auf den Arschbacken Ja, weitere den schließt, Muskel Wow, echter Distanz Warum? Sollen wir den jetzt noch abfahren hier, Wonken? Hm? Hm? Ah, ihr habt schon Scheiße Ich hab vergessen die Ich vergesse immer die Da hinten Hier liegt auch noch einer, ne? Oder haben wir den schon? Oh, den haben wir Okay Der hier ist aber noch einer Oder haben wir den schon? Der Fingertyp? Den haben wir schon, glaube ich Also ich kann nicht Ich auch nicht Okay, dann weiter, meine Freunde Weiter, weiter Weiter, weiter Oh, Babys Wer kümmert sich um die Babys? Den hab ich im Kopf geschlagen Oh Gott, oh Gott Konni, nur einen Schlag? Ja Aufpassen Ich glaub zwei kleine Oder einen großen Ist der Kaiser eigentlich noch im RP? Oh Gott, hier oben hängen Priester Das ist der Luis Peace Boah Äh, was hast du gefragt? Ist der Kaiser noch im RP? Ja Gibt's die Krankenhäuser noch Oder sind die wieder nur eins? Ja Gibt's noch Also So wie du's kennengenannt hast Boah, hier ist Geld Mit so einer Geldspur kannst du mich locken Hier liegt noch eine Uhr Aber die kann ich nicht aufsammeln Hier? Nee Hier liegen noch zwei Uhren sogar Dann müssen wir tauchen Hier liegen Beine im Wasser Natürlich Geld Geld Müssen wir hier durchschwimmen? Ja Die Höhle? Ja Oh Gott, es sind so viele Oh Gott Kann ich hauen Oh Gott, hier ist noch einer Ich hab Loco hat Mila gehauen Entschuldigung Hier ist noch was zu looten, wo ich bin Geld Sie sind hier am Kämpfen gegen 20 Mutanten Und er da hinten Will ich's noch was zu looten? Entschuldigung, Mila Ist gut Bin sie, komm, wir müssen die abwarten hier Kein Problem Ich kann Ich auch Aber ihr habt jetzt verpasst Ihr habt jetzt nicht das Geld gelootet Du hast die Schlacht als Mordor verpasst, Alter Komm Mila Loco hat schon wieder fünf Sekunden lang aus Versehen E gedrückt gehalten Aus Versehen Was ist denn hier passiert, frage ich mich Okay, eins, zwei, drei Ich brauche nicht, ich bin full live Ja, weil du immer hinten bist Nee Beste Spieler Heizmaul Scheiße, steh ich rein in den Alter Ganz hinten der? Hm Okay, let's go Einfach reingeschaut Und jetzt der rechts hier noch Eins, zwei, drei Einfach reingeschaut Da wird nicht viel gezählt Wo kommt man da hin, frage ich mich Okay, sound Man, der ist halt einfach ein guter Spieler, ne? Eins, zwei, drei Hier liegt auch noch einer Ich kann Ich auch Eins, zwei, drei Ja, den habe ich von ganz alleine verkloppt Boah, du bist voll stark Ich kann nichts mehr tragen und ich bin full Oh, ich glaube, es ist jetzt Ende, ne? Ja Mit meinen Augen Oh, guck mal jetzt, Pinsel Ihr habt jetzt den Secret Moment vom Pass Nee, der kommt jetzt Babys noch Wir schicken Pinsel gleich in den Extra-Raum Als erstes Soll das Nee Das ist noch so ein Doppel-Krabbler hier in der Schaufel Oh Mondstock Ich bin wie Sau und ich brauche nur noch einen Ring Oh Zack Mann, wir zählen uns die ganze Zeit gegenseitig Wo ist er? Wie lach hat er für dich da? Ey, wie viel Schüsse halten der aus? Der macht dann aber die ganze Rüstung wieder weg, ne? Okay, ich kann Ich auch Ich auch MVP des Arms Ich kann da leider nicht draufklicken, aber ich weiß glaube, mein Name ganz oben steht Hier ist die Schaufel Oh, guck mal her, Pinsel Wo denn? Der vor uns Was ist das? Die Titanic? Lichter, ist Feierabend Wo müssen wir eigentlich lang? Wieder zurück Zurück Dann ist da ein Stein hoffen, der jetzt Und Pinsels Mutter wieder auf uns wartet Ja, irgendwo hier im Untergrund ist so ein Labor oder so ein Shit Meinst du, woher die Mutanten kommen? Meinst du, die wurden alle von einer Spinne gebissen? Zombie-Virus Das sind doch keine Zombies, Junge Das sind Zombies Gegen den Norm Hier ist der Eingang für dich, Pinsel Hier ist der Eingang Ach stimmt Komm, Mila Ach, hier war das Oh, warte, ihr lacht Oh, da steht noch einer Mutantenhaut Ja! Sieht aus, als würde der irgendwie im Kohlebergwerk arbeiten Hiho Hiho Wir sind schon wieder Frau Du musst weiterlaufen Das musst du machen, Lohi Aber die kann ich Ich loote den Komm schon ran hier Der mag Das ist noch einer Junge, kannst du jetzt mal dahin rennen? Ich kann da nicht durch Der blockt mich Hier, Teddy Junge, wir warten ja alle Wäre das hier so die Schlange zur Toilette Übersteuere ich gleich? Lauf mal, lauf mal Ne, Pinsel kick nicht rein Hey, hier ist doch gar nichts Warum ist hier keiner? Einer ist hier Mila hat den weggehauen Mit Dropkick Da ist noch einer Oh Gott Oh Gott Oh Gott Speedhack, sag ich dir aber Wir sind ja eh alle voll, ne? Ich nicht, ich nicht Oh Oh, Pins hat mein Leben gewettet Ja Komm hier Samurai Ich kann eins, zwei, drei Das war ja langweilig Bei uns waren so viele Die hinten ist auch noch einer Vieler Der hier Auch Ich Ah, den haben wir glaube ich schon Oh Eins, zwei, drei Halt, Mol So, jetzt raus hier Aus dem Aus der Opiumhöhle, Alter Hi ho, hi ho Wir sind vergnügt und froh Hi ho, hi ho, hi ho Das helfe ich dir doch mal schneiden, okay? Ja Habt ihr kurz ne Bratwurstschmier Ne Bratwurstschmier gemacht Du schießt Kacke Offiziell bestätigt Mila, dass wir so dick sind Dass wir nicht nebeneinander Durch die Tür Durch die Die Tonnen sind wieder Auf der Road Oh Gott Bodyshaming, Alter Hättest du Bodyshaming, wenn ich mich selber beleidig bin? Glauben nicht Du bist aber gar nicht Verliegner Hä? Ich kenn deinen Buddy Einmal Arsch gezeichnet Hört immer auf Wer das Bild aussehen möchte Ich schreib dem Pin so Mach's dir, Bruder Er sagt so Ah, Bruder, ich bin mit Freundinnen am Strand Sag, mach mal ein Bild Schick dir mir ein Bild von sich in Bikini, Alter 2 Euro und ich teile mit jedem Das war so einer, der sich im Wasser selber auflöst Ich hab aus dem Strand einfach ein FKK gemacht Irgendwo muss man hier an der Seite aufbrechen Waren wir hier nicht schon? Aufbrechen muss man das? Ja, ja, da war doch dann irgendwo waren so lockere Steine Und dann dahinter war Pinsel's Mom Warum redest du über seine Mama? Kennst du sie doch gar nicht? Doch, kennst du Wir sind ABFFL's Meine Mutter hat mich immer mit dem Auto von der Schule abgeholt Damit ich nicht laufe, weil ich hätte mich sonst verletzt Weil die anderen Kinder, die immer hinterhergerannt sind Die wollten mir alle immer dreschen Ah, hier ist das Aber Pinsel fehlt schon wieder Wo ist denn meine Axt? Hier Erstmal was essen hier Macht das Auer, wenn man da hingeht? Nee Nee Wann wieder RP? Wann wieder RP? Wann RP? I Okay, wer will PC4? Ja, ich mach gar nicht Aber der Pinsel verhaut die gerade Aber ich glaub, man kommt so gar nicht durch, oder? Hier geht's doch nach oben Ich werfe Der macht Damage Pinsel, pass auf Geh weg da Pinsel, geh weg Geh weg, Pinsel Oh Gott, du bist tot Oh mein Gott Ah 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 Hab ich gedodged Wie er weggeflog ist und dabei gesagt hat Ah Und seine ganze Rüstung ist weg Ja, Trigger, SneamSniper Nee, ich seh das Weißt du, hundertmal sagt man dir Geh weg, geh weg Wir haben wieder Fortnite hier, sobald ich Travis Gunner skinned hab Das ist aber auch, ich find das ein bisschen lame Wir spielen schon auf schwer Und wenn jemand stirbt, dann soll er auch sterben Dann hast du wenigstens Angst davor Ich hab mir überhaupt einen dazu Ich glaub, es ist tatsächlich random Wie oft die dich schnappen können Beim einen Singleplayer-Spielchen haben die mich zweimal geschnappt Ich war tot Echt? Jo Das könnt ihr bei individuell, glaub ich, einstellen Okay Hat jetzt auch jeder die Schippe mitgenommen? Welche Schippe? Heizmaul, Junge Ja, das hier Ja Schlag das Utantenkind aufm Kopf Ja Du ungeborenes Wie ungeborenes das schon? Oh Gott, das ist mit Ronaldinho, hast du das gesehen? Das war ein Headtrick Ich hab eben auch ein Double-Kick gemacht Da sind zwei Babys auf einmal mir um die Ohren geflogen Äh, wann kommt denn hier der Ausgang? Ah Ja, oder? Oh, wow Habt ihr den Ausgang gefunden? Das kann ich direkt wieder speichern Niemals im Leben würde ich mich in so eine Höhle mitgeben, Alter, wo es so eng ist Es ist doch schon wieder dunkel und stümmt Gott, was ist denn hier los? Deswegen bin ich Erzieher geworden Ich mache hier gerade alles, was ich gelernt habe in der Ausbildung Erstmal mit einer Axt Du haust mit Axt auf Kinder? In deiner Ausbildung? Du bist Erzieher, Junge Das lernt man doch als erstes, oder? Ja, gut Das habe ich schon im Praktikum gelernt Ich mache auch nicht alles richtig Oh Gott, Alter Was war passiert? Was baust du denn da? Ein Zelt Ein Zelt, wir müssen speichern Ich bin müde Und direkt schlafen, ne? Oder direkt erst schlafen Ja Schlafen, dann speichern Dann wird fooden Alles der Jig Fuckig Oh, was war das? Mal trinken Okay Mila, gehen wir den Bogen holen Weißt du noch ungefähr, wo das war? Boah, nee, du sagtest doch Du weißt wo Ich gucke mal eben Das war Das war oben Dieser blinkende Punkt, glaube ich Ganz oben Über uns Meinst du das? Ja, ja, über dem See Da war das Da gehen wir hin, okay? Ja, gut, gut Gehen wir da sofort hin? Gucken wir Oder gehen wir kurz zur Base Sofort hin jetzt, oder? Wir können doch zur Base eben kurz wegmachen Ach, so viel war da ja nicht zu finden Okay Ja, aber lecker Das ist aber ein kleines Stück, ne? Habt ihr euch gesplittet? Ich hab irgendwie nicht zugehört Nö Ihr seid doch noch zusammen, ihr drei Ähm Leute, ihr habt mich in der Höhle vergessen Ne, Mila und ich sind hier Ihr beide seid irgendwo da unten Angepirscht wie ein Jäger Hab ich mich Ja Chicory Ja Kommt ihr? Oh, hier ist ein Dorf Von Kannibalen Äh, du gehst zu einem anderen über uns Ne, wir müssen hier zu mir, wo ich bin Loco, wir sind falsch Wir müssen in den Norden Jetzt bin ich der Fahrtfinder, jetzt kommt Ach, das ist ganz Ach, da oben, das Ding Ja, aber hier sind Warum bin ich ganz alleine? Ja, weil du hast gesagt, da über uns Aber über uns ist ja immer anders Nachdem, wo man sich hinbringt Ja, dann folgt mir doch einfach Aber du hast zu mir gesagt, ich soll bei den drei sein Hab ich nie gesagt Ja, gut Chat ist mein Zeuge Chat würde dich richten Only God can judge me Oh, das ist tief Only Chat can judge me Komm, die machen schon sich bereit, um mich zu verhauen Ein bisschen Spaß Irgendwie fängen die alle weg Hallo Ich werde jetzt auch mit dem Flitzebogen schießen Jetzt ist das Ende Hey Komm her Der hat meine Pfeile Wo rennt denn der hin? Der Kevin jetzt mal hier Dann könnte der Radio mit Nee Hihi, 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 hallo Oh, hier ist ja hier ein Kapuzenpullover Warte, komm Da kam eine Frau aus dem Gebüsch Die hat so hihi gemacht Da hab ich dir in den Kopf geschossen Ist asozial Ja, tut mir leid Kennst du dich auf Twitter? Schäme mich Warte mal, wo ist der Kapuzenpulli? Da vorne am Zelt Mit dem Zelt Mit welchem Zelt? Oh, der Oh, der Oh, der Oh, der hat jetzt alle Radios mal gemacht Ach, hier ist der Was, hä, willst du auch ein bisschen was? Komm doch, wir haben schon deine Freunde getötet Ja Oh, der ist voll stark Sehst du richtig? Der läuft immer in meine Axt rein Ja, aber die steck ich weg Ist das eklig? Ja, das ist, ähm, das ist einfach ekelhaft. Okay, folgt mir, meine Freunde. Wir müssen da hoch. Können wir links da die Höhle noch mitnehmen? Ne, ich würde erst den Bogen nehmen. Was sind denn das hier für ein Männchen? Das sind, ähm, für ein Männchen. Guck mal, aber das sieht aus, als ist das so. Wir kommen nie da an, wenn wir so weiter toll sind. Nein, das sind Texturen einfach. Das sind ja schon. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Hör auf! Das ist aber ein ganz schönes Stück, ne? Das sieht aus wie Michelin-Männchen. Ich hab Hunger. Egal. Okay, komm, wir sprinten. Wo? Wo sa ve fame? Bei mir steht das einfache Französisch da unten links. Oh, dann hat sich das bei dir auch verstellt. Bei mir stand es gestern und vorgestern auf Italienisch auf einmal. Zum Sprache wieder ändern. What? Wir haben gleich Winter. Kann das denn passieren? Nein, haben wir nicht. Ich, wo ist denn Sprache? Ich kann das nicht lesen. Tag 11 ist doch, war Tag 11 nicht Winter? Weiß ich nicht. Bei Gameplay, also der dritte Reiter, hast du ganz oben Sichtfeld und da drunter steht Sprache. Alemannia. Krank. Wo sa ve fame? Dankeschön. Bei mir stand das plötzlich auch auf Italienisch einfach da. Warte mal, was ist denn das hier für eine Höhle rechts? Ah ne, hier, das ist so eine Zuhause, ne? Das ist die Helikopterhöhle. Und rechts ist unser Haus, genau. Da geh ich mal ganz kurz mit dem Fisch klauen. Du hast doch einen Speer. Hau mit dem Speer in den See rein, dann hast du einen Fisch dran. Ich geh jetzt jagen. Ach, ich geh jetzt alleine hier, kommt ja nicht. Hä, ich bin doch genau hinter dir. Camila ist mein Freund. Wo ist denn hier ein Fisch? Und Loco ist auch hinter dir. Loco ist mein Freund. Und Pinsel ist... Irgendwann. Ja, Pinsel ist Eugene. Ach, ich krieg den Fisch nicht. Nein, vielen Dank für die Wies am 35. Und mal wieder ein Stub. Aber nicht alle Höhlen sind so, wie die drei, die wir jetzt erkundet haben. Nee, das ist auch so eine Ausgrabungsstelle. Manche sind auch Bunker. Manche, genau, manchen kriegst du ein bisschen Loot. Und man braucht doch auch für manche so Key Cuts, ne? Stimmt, ja. Wo sind die Krieger Fisch? Gubli, Gubi. Was? Gubli. Ja, Pinsel ist wieder am Sabotieren. Ich warte, dass ein Fisch vorbeischwimmt. Nein, du musst nicht auf Fisch warten. Aber hier ist doch keiner. Ja, das ist die Magie, du spielst. Und wann das? Böser Gibi-Gobbler! Ein See. Das ist ein kleines Lager. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. War das echt so weit weg? Ja, das war voll weit weg. Oh, man kann speichern. Boah, guck mal, voll schön da, der Wasserfall. Ja. Oh, cool. Liegt noch ein Speer. Das sind Fische. Und Rahmen. Wow, das ist ja eine richtig coole Stelle hier. Ich glaube, wir ziehen um. Können wir hier bleiben? Okay, ich speichere eben hier ein Zeichen. Ich habe auch gespeichert. Ich speichere hier bei der Leiche. Ey, der hat eine Jacke, ne? Hier liegt eine Jacke. Bei der Leiche. Oh, ja. Irgendwie so eine... Winterjacke. Winterjacke. Oh, das ist ja passend. Wir haben ja gleich Winter. Boah, cool. Aber für den Regen lasse ich meinen Tauchhandsack an. Ja, ich auch. Pinsel, komm schnell. Oh, warte ich. Aua. Was? Aua. Ich habe auf dem Gaskanister Gau. Oh, Gott. Ich trinke mal ein Schlückchen hier aus dem Sarg. Ich komme gleich. Ich habe gleich... Und wenn wir hier bauen, haben wir hier sogar direkt ein Radio. Oh, Gott. Kaltes, das ist so gemein. Die springen, die Fische. Du hast doch Essen in deinem Inventar. Du hast das gelootet. Aber ich bin noch Bill Grills. Oh, das ist der Song. Welcher Song? Ich will ihn hören. Komm schnell. Ich komme geschwommen. Wir wissen gar nicht, wo Chantal ist. Die ist irgendwie verschwunden. Und Pinsel verpasst wieder alles. Was? Oh, ich bin ganz nass. Ich bin doch schon fast da. Wo sind wir? Komm, Fischi, Fischi. Hallo, Verox. Pinsel. Ja? Du verpasst den Song. Guck mal, wie die am Uprayven sind. Der ist ganz furchtbar. Warum lässt Keeper los? Bester Song in der Playlist. Guck mal, wie Mila abgeht. Okay, kannst du dir die Regenjacke hier holen, Pinsel? Und speichern. Und warum hast du einen kleinen Stein in der Hand? Wo? Wie, wo? Die Hacke liegt hier drinnen rechts. Hier so. Rechts in der Ecke. Hab ich? Ja, da liegt auch nur ein Speer. Dann weiter. Aber ich bin müde. Mila, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das hier war. Dann trink den Energy Drink. Egal, das ist ja nicht mehr weit. Irgendwas wird das da schon sein, auf das wir gerade zurück. Dann trink den Energy Drink. Nö. Der muss ins Regal, ich save den. Naja, du savest eh nix, Junge. Du bist ein Loot-Horter. Was ist denn das da oben auf dem Staudamm? Guck mal. Das ist immer ein Wasserfall. Nein, da stehen so eine Särge. Da kommt deine Leise rein. Oh, komm, ich glaube, hier links ist diese komische Landebahn. Oh, hier ist Loot. Ich komme gleich. Ich muss das hier noch mitnehmen. Oh, links sind wir. Mila, wirfst du wieder mit Steine? Ja. Au. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich habe Angst vor dir. Blöde Elch. Boah, der hat mich erschrocken. Mich auch. Ich dachte, warum ist hier vor allem ein Dinosaurier? Ich glaube, das war hier vorne. Wir werden es sehen, ja? Ja. Wir werden es sehen. Boah, hier sind ganz viele. Sind das Elche? Heißen die nicht anders? Elch-Emus. Emus? Elch-Emus. Hilfe. Scheiße Hilfe. Nur, Pinsel, du wolltest nicht mit uns kommen. Ja, doch, das war hier, Mila. Komm jetzt, Pinsel. Bin offen. Hier ist ein ganz großes Dorf. Wir brauchen jetzt Hilfe. Oh, da kommen die schon. Ja, ja. Keine Sorge. Der ist grauer, weil wir jetzt in ein Dorf kommen. Ja, ich bringe noch ein paar Leute mit. Ungefähr so fünf. Die kommen jetzt hinter mir, ja? Ja. Guck mal, guck mal. Uuuh. Uuuh. Get down, mein Mund. Oh, oh. Das ist so ein dicker. Ha! Der ist einfach auf die Fresse gef... Hey, wo rennt der hin? Der ist einfach gestolpert. Oh, was hab ich das gemacht? Hab ihn denn gehauen? Oder hab ich mir selber in den Fuß gehauen? Hilfe. Kannst du, guck mal, helf ich mal, der rennt weg. Der Nacki da hier. Aua. Der ist super stark. Ich hab den weggehauen. Los, mach das Lager von denen kaputt. Damit die wissen, was das unsere Insel ist. Ich setz mich hier auf den Tor. Unsere Insel. Oh, hier ist ein... Ich bin tot. Ich bin tot. Hier ist ein Fluss, wo wir trinken können. Also ein Zähchen. Warte, der verprügelt dich, Mila. Das hat mich umgehauen. Hab ich gar nicht. Ich helfe dir. Hinter dir ist einer. Das ist eine Lüge. Hinter dir ist einer. Hier ist ein Kacke-Grab. Ich will von dem... Ich will mir den Kopf, wenn ich... Warum kann man den nicht mitnehmen? Loco, kannst du den Kopf mitnehmen? Äh... Oh, da sind noch zwei mit dir, Pinsel. Oh Gott! Warte. Ich mach mal. Hab ich gewonnen, Schottet? Ich heb dich wieder auf. Danke, Loco. Du bist einfach ein Freund. Ah, guck. Der geht mir weg. Der fangelt dich direkt wieder. Hinter dir ist auch noch einer. Hallo, bullwai. Voll cool mit dem Spaten. Die Schaufeln sind gefunden. Die haben wir gerade geholt. Guck mal, kann man von dem hier... Den Kopf... Kannst du den Kopf mitnehmen? Hinter dir ist auch... Alter, Junge. Lauf! Ach, Scheiße, ich kann ihm mitten in das Ohr gucken. Der ist voll stark. Oh Gott, der zaffelt. Schaufel ihn! Schaufel ihn! Oh nein, schaufel! Du schmeißt ihn mit Dreck. Der lebt noch, ne? Mann, du schaufel die ganze Zeit. Der lebt immer noch. Ja, wie oft willst du mit dem Spaten in den reinkloppen, jetzt ist er tot? Oh, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Aua. Ist hier irgendwas gewesen, was man looten oder finden muss? Da ist noch einer. Nee, noch nicht. Hier könnte es. Macht's schlägt. Der Kopfschluss. Oh, nicht. Jetzt, oder? Villa, hier ist dein Stuhl. Gang. Hallo, kommt her, wir haben hier eine Untergrundbase. Kommt rein, meine Freunde. Mach mal auf hier. Mach auf den Schippen. Maintenance B. B? B? Hier sind noch Kisten, ne? Ja, runterhebchen. Komm. In unserem Untergrundbunker. Ja. Boah, das wäre cool, wenn man hier bauen könnte, aber das wäre jetzt so fäh. Ja, sofort. Ich werde noch kurz den Vogel hier ausnehmen. Boah, das sieht richtig cool aus hier. Hier ist auch ein 3D-Drucker. Oh, guck mal hier, meine Grafikkarte. So sieht die ungefähr aus. Für die, die sich das nicht vorstellen können. Genau so. Hier hinten ist der Bogen. Ich hab'n. Hier hinten ist eine CD. Was steht da drauf? Bons. Kann ich nicht legen. Boah, guckt euch den Bogen an. Ich mach mir jetzt erstmal ein paar Pfeile. Was ist denn Tashmich? Das crafte ich jetzt. Hallo, wer craftet da? Äh, Mila. Nee, ich crafte nicht. Loco hat gecraftet, aber warte. Nee. Nee, ich stehe hier hinten am Bogen. Ich brauche das, Curtis. Weißt du gar nicht, was das ist? Doch, Tashmich, guck mal. Das sieht aus wie ein Aufkleber, ein Sticker. Ja. Du weißt aber nicht, was das ist. Doch, den brauch ich zum Craften. Das ist keine Ahnung. Doch, das wurde mir... Mh, Müsli. Hier im Bett mach ich, Haya. Das ist mein Einzimmer. Craftest du Pfeiler? Ja. Das ist gut. Da hinten am Bett könnte er speichern. Ich finde, da war zu looten. Ja, hinten am Bogen. Oh, Arme ist teff, teff. Boah, das ist ne Dusche. Ich will ja auch mal so ein Technik und das mal so ein Inventor zu tun und mal gucken, was ich schlafe mal kurz hier, okay? Ja. Wer kannste? Ein... Entecht mich, musst du holen. Hohlephase, Armbrustbolzen. Es gibt eine Armbrust? Mh. Boah. Was machst du mit ner Schaufel? Na hier, sowas wie das hier ausbuddeln im Eingang dazu. Wir haben die freigeschaufelt eben. Hier, guck mal, du kannst ja eine Tech-Rüstung bauen. Wie cool ist das bitte? Die ist bestimmt noch besser als mit Tannenrüstung, oder? Schmuhmann, vielen lieben Dank für den Primestop im 31. Monat. Ich hatte ne Leuchtfragge geschmissen. War das geplant? Ja. Er macht ner grad Pfeile. Ich mach kurz... Ich mach Blumen. Was denn? Wo ist denn das Text? Wo ist denn das Text? Weiß ich nicht. Kann man denn überhaupt irgendwas Attachments mäßig dran machen? Ne, geht gar nicht. Okay, ich speichere auch. Presse rohes Fleisch. Das ist nicht schlimm. Mit mir. Okay, sollen wir mal rausgehen? Hier gibt's so einen Raum, wo man looten kann. Was ist ein Ente-Haken? Brauchen wir den nicht? Baust du jetzt meinen Ente-Haken? Nein, ich baue jetzt meinen Technisch. Aber ich hab das auf Ente-Haken gestellt. Warte, warum leuchtest du so gut? Ich? Wie leucht ich denn? Als hättest du denn die Fackeln auch an, aber im Rucksack dran. Oh Gott, was ist denn schnitten? Vielleicht hab ich das auch. Der ist teuer. Ist das Eis? Der zieht aus wie Lülle. Oh nein! Jetzt ein Ente-Haken. Hast du denn eine Pistole gemacht? Was hab ich für eine Pistole gemacht? Äh, die Lampe an die Pistole. Ja, hab ich. Wofür sind die Dinge? Die Ente-Haken sind für unsere Ente-Haken-Pistole. Hab ich sowas? Ja, die haben wir da vorhin geholt. Ja, geil. Zum Glück hab ich das gemacht. Bei mir steht da Null übrigens, ne Mila? Ja, aber kann man da nicht neue Dings reinmachen? Boah, diese Kohle-Faser-Dinger sind bestimmt voll gut, ne? Haben wir sowas im Endeffekt? Ah, die sind bestimmt strong. Guck aber Drohnenharz. Ich hab noch 590. Ja, dann mach mal einmal noch da rein. Wie denn? Müsstest du hier an dem Ding sehen. Ah, ich hab's jetzt reingemacht. Danke. Wir sind wieder oben. Ja, wir kommen gleich. Wir können in die nächste Hole gehen. Gib mir auch noch so einen Sticker. Hast du? Oh, das sieht voll gruselig aus. Einmal noch. Hätt dich nochmal hin. Ja, mach. Was hast du nur im Bein? Du hast da einfach ein Leuchtding. Du hast nur deine Schwimmflossen an. Wie so einen Tannenbaum hast du da. Ja, was sind wir denn hier? Links von uns ist eine Höhle. Ich hab eine Winterjacke an. Links von uns ist eine Höhlen-Loko. Die ist gar nicht weit weg. Sollen wir da reingehen? Ja. Die Tech-Rissung kostet 250 Harz. Einen Teil davon. Die Frage ist aber, wie viel die aushält. Könnt ihr mir vorstellen, dass die sich alle so unterschiedlich unterscheiden? Mila, wie sieht der Polier aus? Der ist auch unten rechts in deinem Inventor. Ich glaube, man kann auch 10 Teile bauen, ja. Ja, dann ist er mit Abstand die teuerste Rissung. Den Bogen hab ich aber genommen, oder? Ach, lieber Mila. Der Chat weiß besser Bescheid als ich. Hier ist wieder meine Grafik. Warte mal, ich guck ganz kurz nach dem Bogen. Der ist hier links, ne? Ja, hab ich. Oh, für die Tech-Rissung brauchst du dieses Tech-Match-Batterien, Leitplatte, Seil und Draht. Hier ist er. Oha. Ja. Oh, so sieht die aus. Das ist ja cool. Warum baust du die nicht komplett Ende? Ähm, weil ich keine Drucker-Dings mehr habe. Na, ich kann dir doch meine geben. Ja, danke. Komm her, lass mal eine Rüstung zu Ende bauen. Warte, ich schmeiß dir mein Sachen Rucksack. Ich hab 400 noch. Ich hab noch 300. Warte mal, ich muss jetzt 400 Mal da draufklicken? Oh Gott, wirklich? Dann packe ich das lieber an Drucker rein. Dann drücken wir die selber. Ja, zu Hause haben wir auch. Aber du kannst die Mutantenrüstung, die du anhast, nicht ausziehen, oder? Vielleicht ist das so ein doppelter Schuss. Äh, doch, doch, doch. Kann man ersetzen. Da bin ich mal gespannt, wie lange die hält. Dann sieht Mila ja voll cool aus. Ich hab meine Tint reingepackt. Ich bin denn die Disco-Kugel von Nance. Oh, die Leuchte-Zugge. Okay, druck noch ein Teil. Guck mal, wie die laufen. Ja, hab ich ja gesagt, wie ein Tannenbaum. Siehst du aus, Mila. Ich hab das ja nicht gesehen im Hellen. Das ist ja mega cool. Seilrutschen, Seilkammerbaum. Ist so ein 3D-Drucker eigentlich mittlerweile erschwinglich? Ramila, nimm. Ja. Ich glaub, die sind immer noch mega teuer. Die sind immer noch teuer, ne? Ah, ich glaub schon. Aber du kannst da allmöglichen Preis mitmachen. Wenn dir irgendwo was kaputt... Oh, ich hab kein Dings mehr. Einer muss nachfüllen. Ich hab meinen schon reingepackt. Den sagst du noch? Ich hab eben Mila was gegeben. Aber ich gucke mal. Wie viel fehlt denn für so ein Tasting? Aber ich hab doch noch... Ich hab 400 Drucker, hat's noch. Ich hab 100. Ich hab reingetan. Noch ein? Ja, eine geht noch. Die kostet 250. Okay, hallo. Du hast vier 3D-Drucker, Leranda? Boah. Ich weiß, dass der Edel auch welche hat. Okay, Mila Baumer? Du hast da sogar so einen Helm. Ob das auch in der Höhle so richtig alles ausleuchtet? Ich glaub nicht. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Dann bricht er so einen Rucksack. Guck mal, wie seh ich aus. Sieh ich auch cool aus. Wo hast denn du das her? Wo hast denn den Kopf her? Hab ich gerade gebaut. Achso, du hast ja das Blätter gebaut, ne? Das sieht, glaub ich, cool aus. Ja. Und das hilft als Tarnung. Ich seh aus, als hätt ich... Aber guck mal, du hast... Du hast Dings an. Du hast noch Fleisch. Mutanten noch. Ja, ja, aber weil das sind noch... Ich hab jetzt... Warte... 1, 2, 3, 4 Mutanten haut noch an. Warte mal, warte mal. Ich hab auch noch Hosen. Wo siehst du das denn? Na, weil... Die haben andere Farbe unten. Genau. Die haben andere Farbe unten. Bei der Nervous Song. Wie viel brauchst du? Ich hab noch drei von diesen Technik-Dingern. Ähm... Ja, vier brauche ich. Ähm... Dann hab ich alles voll. Ihr habt keine mehr, ja? Mhm. Soll ich dir die drei geben? Aber zieh die am besten gleich nochmal, wenn du rausgehst, aus. Warte mal, kann man die ganzen... Kann man das alles kombinieren? Ja. Doch, du hast jetzt einen Gilly... Guck mich mal an. Du hast jetzt einen Gilly-Suit-Helm an. Ja, aber was ist denn... Warte. Was ist denn, wenn ich denn das jetzt hier noch anziehe? Warte mal, du kannst alle Rüstungen kombinieren? Ja, und dann sieht... Neben deinem Lebensbehalt und hast du Unterschiede im Farbe. Doch, kann ich so. Ich hab jetzt zum Beispiel zwei Gilly-Suit-Dinger an und beide... Zwei Dinger rechts sind grün bei mir. Ja, dein Helm ist grün und dein Arm. Ja, aber wenn ich jetzt die ganze Gilly... Den ganzen Gilly-Suit anziehe, ist meine Monster-Rüstung dann weg? Nein. Die geht zurück ins Inventar. Achso, du kannst das nur replacen. Du kannst das nicht selber ausziehen. Ja, Tatsache. Die geht zurück ins Inventar. Oh, ich hab geraten. Dann zieh ich ein bisschen Gilly an und ein bisschen Monster. Gilly sieht richtig cool aus. Okay, lass rausgehen. Oder willst du noch ein Teil haben, Mila? Also ich kann dir noch... Ich hab keine Doga-Tinte mehr. Ich kann dir noch drei Stück geben. Ja komm, dann baue mal für die Mila, die eine ganze hat. Ich weiß noch nicht, was ich brauche. Ich hab aber auch keine Batterien mehr. Ich hab auch keine Batterien mehr. Ich hab Batterien. Zwei Stück, vier Stück noch. Ich hab auch noch welche. Ich hab zwei noch. Warte, ich geb dir das. Ähm... Oh Gott. Ja, wir sind richtige Sims. Ich hab dir zwei Batterien gegeben. Ja, fang, fang, fang die Scheiße, fang! Irgendwie Inga mit Harz bist du beim Anfänger-Modell bei 300. Aber gib halt da so unterschiedlich hier von wegen, die einen sind richtig gut, die anderen sind schlecht halt beim 3D-Drucker. Oder sind die alle gleich gut? Nur die einen brauchen vielleicht ein bisschen länger. Äh, hat einer noch einen Leiterplan? Ich hab dir schon meine gegeben. Ja, was ist das? Memo, danke schön für den Prime, Siem 50. Danke, Kus, Kus. Hab mir die goldene Rüstung mit dem Ninja-Schwert geholt, sieht mega aus. Welche goldene Rüstung? Die Teche, mich die Mila jetzt anhat? Wartest du damit? Äh, hab mir die goldene Rüstung mit dem Ninja-Schwert geholt. Ey, warum, wer spoilert da? Hm, okay, einen hab ich. Ja, warte, 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 ihr... Ich hab nix gehört. Warte, du hast nix gehört. Warum spoilern die bei dir, Pinsel? Wie ekelhaft ist das denn? Schnauze, Alter. Eigentlich direkt Time Out. Warum liest du das laut vor? Genau. Hm, wie seh ich aus? Mach mal Screenshot, obwohl, ich kann ja ein Dings gucken. Guck im Stream. Geh wieder nach oben. Warte, lass uns oben... Achso, nee, oben leuchtest du nicht. Hast du gerade gesagt, die sieht sexy aus, so ein paar so rum. Wer hat das gesagt? Aber das hast du... Ich hab nicht sexy gesagt. Wensel ist noch bei mir, ne? Ja. Oh, warte, dann schau ich nicht. Aber oben wird dunkel. Dann lass unten schlafen. Ja, ihr könnt, ihr könnt ja auch nochmal speichern und schlafen. Wie ne leichte Mumie. Achso, ja, ja. Oh. Ja. Okay. Warte, ich komm runter wieder. Warte, macht wer high? Ja. Ich schlaf auf dem Kopfkäse. Puty, vielen lieben Dank für die Wiese im 23. Monat. Skrr, skrr. Danke, Young Slime. Ich will nichts sagen, aber ich hab gerade so einem Kannibal mit zwei Pfeilen den Kopf abgeschossen. Mit den gedruckten Pfeilen? Ne, mit diesen Kohle-Faser-Dinger. Okay, higher machen. Und dann direkt nochmal speichern. Okay, Hunger und Wurst. Ja, oben kann man trinken, essen. Wir sind schon wieder viel zu lange hier. Wir sind nicht mal drei Stunden online. Das freut mich, Alter. Weil wir schon so viel gesehen haben. Oha, es gibt ein Ninja-Schwert, Mila, hast du gehört? Hey, spoilern doch nicht. Mann, oh, kein Spoilern. Hat der doch schon gespoilert. Nein, wir haben das alle überhört. Hab ich gerade wieder vergessen. Ich will auch ein Ninja-Schwert. Ach, Ködels. Ach, gespoilert. Hier ist ein Lederbeutel. Was ist das? Ja, den kannst du aufmachen, da sind Medizin und so manchmal ohne. Echt? Ich habe, glaube ich, sechs Stück davon. Ja, die kannst du aufmachen. Bei mir ist jetzt eine Muschel drin. Eine Auster. Und die esse ich. Die schlürfe ich jetzt. Okay, geh mal zu der über uns, ne? Boah, Mila, siehst aus wie Bumblebee. Macht ne Kevin hier. Gibt's hier ein Radio? Kevin? Hier, der sitzt hier im Gebüsch. Der hat uns beobachtet, der Dreckschwein. Ach, Kevin. Dann nehmt den mit, vielleicht filmen wir im Radio. Der fässt sich da an und wir gehen dem auf den Sack. So, ich sauf mal hin und ein bisschen warte. I'm thirsty. Thirsty. Und Charinata hat angefühlt, du bist 24, zwei Jahre, Mann. I'm thirsty years old. Okay, let's go. Warte, folgt Kevin schon in einem von euch? Nee. Okay, warte, dann. Ach ja, hier ist die Landebahn. Schaut mal. Landebahn? Hm. Das ist so, ach, da vorne liegt, da ist ein, oh. Das erinnert mich ein bisschen hier an ein Ding, Jurassic Park. Ich weiß auch nicht, warum. Hallo, Shari. Ist die Oma eigentlich noch da? Oh, Gibi Gobbler? Oh, ich will die mit dem Pfeil zerstören. Du Penner. Jetzt haut der mit meinem Pfeil ab. Das ist ein Flugzeug. Oh, hier ist voll viel Loot, ne? Hm. Ich hab kurz überlegt, ob ich mal hier baue, aber... Schon weit ab vom Schuss, irgendwie. Wie cool ist das, bitte? Jetzt zack ich Fortnite und trinke Ola. Und Kinsey, dankeschön für den Reset. Oh. Leg mich am Arsch. Mit Prime. M. 39. Danke. Wow, wie Loot ist denn hier? Schon unsere Freunde jetzt? Hallo. Holospringbroschüre. Hinter die Kördes. Die waren nur Holospringbroschüren oder sowas. Oh, der hat mir meinen kompletten Kili zerstört. Du Wichse, du mieser Wichse. Und dann... Boah, hat der auch nicht so gut. Mit meinem Pfeil, Junge. Broschüre. Oh, ist hier viel. Oh, das bringt nichts. Mein kompletter Kili ist kaputt. Ja, das ist doch die Anfängerrüstung, bin ich. Aber der sah so cool aus. Hm. Jetzt bin ich wütend. Hier ist Druckerpatron. Oh, das ist der Gibi-Gobble mit dem Pfeil. Der Wichser. Oh, da ist er. Mit meinem Pfeil zurück, du Arsch. Äh, Mila, hier ist noch Druckerpatron. Hast du die gelootet? Jetzt rennt der Dreh mit meiner MHE weg. Ich glaub's nicht. Ja, hier wär richtig cool zu bauen, ne. Wegen dem Loot, aber ist ja auch langweilig. Und wenn du wissen willst, was man alles macht kann mit dem Drucker, kannst ja mal aus in die Rescom schauen. Dann kriegt man einen Eindruck davon. Ich weiß, dass man alles machen kann. Der Edel hat mir das mal gezeigt. Habt ihr die Broschüre gelootet? Ja. Ja. Hallo, Ali. Und die Klamotten in dem Flugzeug? Da waren keine Klamotten drin. Doch, eine Lederjacke, ich schwör's dir. Na gut, aber die haben wir ja schon. Oh, da vorne kommen welche. Da sind ganz viele. Oh, hier ist Bubatz. Ja, da war ein Helm. Krieg dir in der Helm auch nichts mehr. Ich mein, die Leder ja gar nicht viel. Ja, das frag ich mich auch, wird die Tech-Rüstung auch einfach zerfetzt? Okay, auf zur Höhle. Mila? Ja? Ja, guck mal. Ich liebe Luis. Mit der Lederjacke? Der Ronny ist mein Freund. Lukos. Haben die die auch? Wir haben die Lederjacke schon, ja. Wo habt die denn her? Wir haben die woanders gefunden. Oh mein Gott, ey. Kommt da so ein Elch schon wieder? Den kill ich. Auf, meine Freunde, Loco. Und ich bin schon unterwegs. Kommt. Aber Chat, eine Frage an die, die noch nicht schlafen. Das Bild müsste jetzt schlechter sein als vorher, ne? Ich glaube schon. Hier unten können wir noch mal trinken. Ja, ich bin schon wieder gut. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Wir haben hier was 웃ig. Wir machen jetzt nothing. Ich bin schon wieder. Und wir sehen schon wieder. Und jetzt στο Chair. Okay, Dankeschön. Hier ist der Hülleneingang. Hier gibt es nichts zu looten. Gleich oben. Sollen wir erstmal oben außen rum gehen? Nein, wir gehen in die Höhle, Pinsekopf. Du hast übrigens keine Rüstung mehr an. Brauche ich auch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Tech-Rüstung hier alles ausleuchtet. Das wäre krass. Nee. Aber man zieht sie gut. Das stimmt. Okay. Mila sieht geil aus, wenn du das lila ne Lämpchen da an sie ranhält. Also dieses Feierzeug. Warte mal, hier sind nur Schuhen. Ja. Aber kann viel zu viel sein. Geht's gar nicht weiter. Das ist ne Looth-Höhle. Und das sind nur Looth-Höhlen. Scheiße. Ja, dann zu anderen. Damn. Mila sieht aus wie so ein Jogger, der nachts immer joggen geht. Und nicht angefahren werden möchte. Oh, was war das? Oh, mein Mutter ruft wieder zum Mittag. Ja, wo ist die andere? Rechts von der. Ja, direkt links. Genau wie der Radfahrer von Man in Black, die auf dem Tandem sind. War der in der Höhle auch schon? Nee, da waren wir noch nicht. Ich sag dir, wir haben drei, vier Tage gespielt. Wir waren nirgendswo. Wir haben nur gebaut, Alter. Das war richtig dumm. Und Marcy, vielen lieben Dank für den Prime im 64. Und an die Arbeit, danke schon für den Prime im 21. Danke schon für den Support. Ich hab voll Hunger, Alter. Lacka. Die Höhle ist jetzt wie gleich. Mila, bist du noch hinter uns? Ja. Will ich nicht verlieren im Wald, weißt du? Ich bockst mich hier durch die Gebüsche. Löschchen. Gräserös. Ey, die Spinnennetze kann man auch kaputt hauen. Die Schnitzel? Spinnennetze. Aber Allergie. Mit der Nase ganz zu. Ich will jetzt ein Ninja-Schwert haben. Nein, du Spoilers. Oh, das ist bestimmt voll cool. Oh, Spoilerer. Hi. Hi. Sechs Pommes drin. Wow, Lechanta. Bruder. Chill, Alter. Und der See hier sieht aber auch cool aus. Wie Daisy. Nee, Daisy ist der Wald nicht so schön wie hier. Aber ein bisschen nervt es auch, dass du die ganze Zeit diese Blätter da im Gesicht hängst, wenn du da durchrannst. Okay, wir sind vom Eingang. Komm, Mila, ich fang dich. Komm, komm. Jetzt hab ich gefangen. Danilo, danke schön für die Wiese am 69. Alter. Boah, ich hab wieder einen Mittelbruch. Und Abscon, danke schön für die Wiese am 13. Boah, ich zieh deine Augäpfel, Mila. Die sind rot. Ich hab eine Töne, ist die auch. What the fuck? Ich hab wieder eine Luthöhle. Ich hab deinen Helm gesehen. Oh, sieht so aus. Nee, oder? Hä? Scheiße. Why? Oh. Oh, oh. Habe ich dir was abgezogen? Nee. Ich glaube, Mila hat was abgezogen. Aber du hast mich getroffen, aber nichts abgezogen. Können wir nicht Friendly Fire ausmachen? Das wäre sowieso cool. Warte mal, hier liegt eine Bibel. Können wir die nicht mitnehmen? Doch, wir haben doch auch ein Kreuz. Das können wir nicht mitnehmen. Mann, wieder nur eine Kack-Luthöhle. Oh, so viel Fressen überall. Wir müssen nach Hause. Wir müssen ins Lager packen eigentlich. Wird die Oma wieder aggressiv? Ich glaube, die Oma ist nicht mehr da. Wieso? Ach ja, 21, 40, Gebisswechsel. Ja, wohin? Ich laufe jetzt hier hoch. Erstmal kurz nach Hause. Wir könnten doch theoretisch... Nee, es geht gar nicht. Da oben ist Schnee, oder? Ich zieh meine Winterjacke an. Ich zieh die Winterjacke an. Die habe ich schon die ganze Zeit an. Aber ich nicht. Es ist kalt. Ja, wo können wir denn hingehen? Hier ist doch nichts mehr, ne? Können gucken, ob die eine Hülle rechts ist. Ja, doch, vor uns ist noch einer. Da im Schneegebiet ist noch einer. Ja, die meine ich. Gucken, ob da was abgeht. Ansonsten gehen wir wieder nach Hause und dann buddeln wir weiter. Camilla, warte mal. Hast du nicht gesagt, du hast einen Schlitten? Ja, habe ich auch. Kannst du hier nicht runterfahren? Ist das so ein Schlitten? Aber wir gehen hier jetzt hier hoch. Guckt mal, guckt mal, wann hier da durchrennt, durch den Schnee. Wo ist denn eigentlich mein Schildkrötenpanzer? Da. Das sieht cool aus mit den Spuren. Kann man den Schildkrötenpanzer nicht als Schlitten benutzen? Doch, du musst springen. Nee, nee, nee. Ich habe es probiert. Rennen, links und rechts. Also in Forst 1 ging das. Nö. Geht nicht. Das ist nice mit den Spuren im Schnee. Sieht es bei dir auch so cool aus, gerade? Hast du schon mal Red Dead Redemption gespielt? Nein. Nein? Oh, Bruder, da hast du ein bisschen was verpasst. Ich habe zwar nicht durchgespielt, aber das ist mit dem Schnee noch heftiger. Könnte man hier nicht eigentlich, wie hast du Grounded gespielt, Loco? Ja, na klar. Können wir nicht eigentlich oben am höchsten Berg so ein Seil runter machen zur Base? Ich weiß nicht, wie weit das geht. Doch, das geht 100 pro. Das habe ich bei TikTok gesehen. Ich habe eigentlich den... Was fragst du denn, ob wir das kennen? Der ist von da ganz oben mit dem Schlitten runtergefahren. Boah, ich will auch. Ja, du hast eine Winterherkern. Ein Pufferjacket. Ich? Ja. Ja. Mir ist kalt. Wir sind im Winter. Oh, ich mag das hier, aber ich möchte gerne rutschen. Da unten ist ein Lager, rechts von uns. So ein Berglager. Macht gar keinen Sinn. Da sind so Zelte und so. Da unten ist ein Lager, rechts von uns. Rechts geht es doch hoch. Links von uns. Ja. Kevin rennt da hin. Der geht looten. Der Loot-Guy, Alter. Lass nach oben gehen. Bo Mila kann ja nachher runtersliden. Genau wie ich gerade einfach den Berg hochlaufe. Soll der nicht reingang sein. Der ist weiter oben. Noch weiter oben. Aber ich wette, auf der Spitze von Mount Everest, da gibt es was. Das ist der Mount Chiliad hier. Boah, guck mal runter. Ins Tal. Boah. Das wird auch so geil mit einem Schlitten hier runter. Ah. Braucht Druckerpapier. Mach ich aber nie in Abgang. Naja, man kann ja oben auf dem Berg eine kleine Base bauen, wo man das verbinden kann mit dem Seil. Bei Grounded kann man das ja auch machen. Von der Base kannst du dann überall hinsliden. Aber mit der Jacke anfrierst du echt? Wir müssen nach links, ne? Nö. Doch. Die eine Base ist doch links. Ja, ich weiß. Da wohl loko ist. Aber es ist eigentlich schon egal. Laufen halt rechts rum um den See. Kommen wir hier eh nicht hoch. Ach, bei dem See? Zu der Höhle wolltet ihr? Ja, links vom See die. Oh, ich dachte hier links die. Ja, da wo du grad hinläufst. Man kann hier einfach den Berg hoch gleiten. Boah, Mila, ich will nachher sehen, wie du hier runter gleitest. oder hat das Spiel überhaupt Physik, Alter? Ich springe und springe das ja einfach hoch. Du rennst hier einfach den Berg hoch. Oh, jetzt ist mir kalt. Ja. Oh Mann, ich bin falsch gelaufen. Irgendwie weit der weg ist. Ich dachte, hier ging es hoch, aber da ging es nicht hoch. Oh Gott, man kann, man kann, ich bin hier einfach hochgejumpt. Ich schaff das nicht. Nein, du wirst bunny jumpen. Okay, wenn ihr noch ein bisschen länger braucht, dann... Boah. Aber hier ausrummen kannst du auch. Komm schon, Mila, du schaffst das. Hm, ich will auch. Mein Bunschirm. Mila hat's geschafft. Ich sitze hier mit Maul offen und spamme einmal leer, dass... Oh Gott, es ist ganz kalt. Das ist richtig. Freigreist, vielen lieben Dank für den Prime Sub im 22. Dankeschön. Dank. Tuch. Soll mich hier mal warm halten? Als ob hier nicht irgendwie so ein Berglager oder sowas ist, wo man irgendwas findet. Doch, hier links, aber ich glaube, dafür müssen wir wieder runter. Hier mit dem Schlitten runter. Hm. Ich glaube, hier links müssen wir auch runter für die Höhle. Nee, die Höhle, guck mal auf den Dings. Ja, doch, die Höhle ist links von uns, stimmt. Aber du kannst mit dem Dings nicht anhalten, mit dem Schlitten, ne? Weiß nicht. Oh Gott, wir kommen hier niemals links runter. Na gut, es wird früher oder später sowieso Zeit dafür. Mein Name ist Miha. Miha Kusch und das ist Jack S. das Ding für 300, Alter. Warte mal, hast du einen Abgang gemacht? Jo. Die ist weg. Oh mein Gott, ich bin so schade. Die ist gleich am Meer. Oh mein Gott, du bist gut. Ich bin wieder da, wo kein Schnee mehr ist. Das war ohne Schade. Gibt es hier Fallschaden in dem Spiel? Also ich habe keinen Schaden genommen und ich bin teilweise echt tief runtergefallen. Ich mache ein Experiment, okay? Okay. Geht ab, Amadini. Platz da. Oh Gott. Wie cool ist das bitte? Jetzt sag ich Fortnite und ich komme runter. Oh mein Gott, ich will noch mal. Oh Gott, mach. Loco, 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 komm mal her. Komm mal her. Lauf mal runter, ne? Also mit Sprinten und dann drück B. Die ganze Zeit. Holy shit. Ganz leidest du so. Ah, bitte. Warte mal, die Höhle ist links von uns. Oh Gott, Pinsel. Pinsel, wohin? Was machst du? Was für die Hölle? Ihr müsst wieder hochkommen. Bin ich hier bei euch, Moni. Oh, hier ist ein Schlitten. Oder? Ist der Pinsel gemutet? Oh, scheiße. Du warst die ganze Zeit gemutet, Junge. Oh, scheiße. Ich war gemutet. Ey, hier ist ein Dosenöffner. Jetzt können wir Katzenfutter endlich essen. Oh. Weißt du, was gerade passiert ist? Frage jetzt aber. Ja. Hast du das mit dem Baumenü gemacht? Ich bin gerannt und hab B gedrückt und auf einmal bin ich mit 400 Sachen diesen Berg da lang geglitscht. Aber runter. Mila, hast du gehört? Hä? Hier ist ein Dosenöffner bei mir. Ja, what the? Und ich speichere hier nochmal. Hier liegt ein Dosenöffner irgendwo. Oh, nee. Okay. Ich hab wieder runter geglitscht, aber ich hab nicht B gedrückt diesmal. Kaida, vielen lieben Dank nochmal für 4,20 Euro. Sorry, Curtis, aber ich liebe Mila. Mila, ach, Mila, der Kaida liebt dich, hat er gesagt. Der Kaida hat 4,20 Euro donatet und hat geschrieben, sorry Curtis, aber ich liebe Mila. Aber ich lieb nur Curtis. Also für einen Zehner würde ich teilen. Aber nur zum Knutschen. Nein. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ja, wei, du weißt doch gar nicht, ob der hübsch ist vielleicht. Ist das schon wieder nur eine Nothöhle? Darauf kommt es nicht an. Der Pimp ist dann. Der Pimp ist dann auf. Ja, aber den können wir leider nicht mitnehmen. Wo ist denn dieser Dosenöffner? Mila hat haarige Füße. Das stimmt. Warte mal, ich habe irgendwie irgendwie Bock auf Katzenfutter nochmal. Echt auch. Ah, wie eklig das aussieht. Wo bist du? Hier. Ah, mh. Oh, das sieht richtig eng. Mh, lecker. Miau. Ja, okay, dann gehen wir, lass da eben nach Hause eben. Und dann können wir ja weiterziehen. Ja, ich kann noch nichts mehr looten. Wo haben wir den Dosenöffner? Wo ist der denn da? Ich kann nichts mehr. Hier musst du, glaube ich, craften. Dosenöffner, öffnen. Ich esse jetzt Katzenfutter. Seilrutschen. Seil. Ja, oui. Katzenfutter. Lecker. Dresstas. Kaida, 13,37 Euro. Ich bin dabei. Mila, du musst mit dem Knutschen. Du musst mit dem Knutschen. Ey, du. Dankeschön, Kaida. Vielen lieben Dank. Wie viel muss ich payen? Zehnahm. Du auf jeden Fall, Alter. Und Mila hat das jetzt weggemacht, weil Kaida hat die Kost von Mila übernommen wegen dem Mobbing. letztes Mal. Wo lang müssen wir? Da lang. Okay, bye, Leute. Tschüss. Warte mal, Prinze, wie bist du gerade so geslidet? Binsel. Ähm, du musst sprinten, ja, und dann drückst du einfach B, machst das Baumenü auf. Einmal nur B drücken oder mehrmals? einmal B drücken. Du kannst dann, der Rest passiert von selber. Aua. Klappt das nicht so richtig gut. Ja, bei mir tut der immer weg. Bei mir auch. Aber wo bin ich? Aber genau so habe ich das gemacht. Ja, dann offen lassen, aber der macht das einfach von automatisch wieder weg. Nö, dann lauf mal schräg. Also, ich bin gesprungen dabei. Glaube ich. Das andere Baumenü, wer ist das andere? Ach, vielleicht das hier. B musst du drücken, fähre ich auch M. Es gibt zwei Baumenü, warte. B, B, ich komme. I, I, ja, okay. Okay, das andere Baumenü, Loco. Jawohl. Leide, on my way, glitscht mich hier rum. Oh Gott. Nila. Okay, nach Hause. Oh, das geht sogar im Wasser? Ja, guck mal, ich bin im Fluss. Äh, ich glaube, der ist so cool. Ist das ein Mager? Ja, ich bin eine Kugel. Warte mal, hast du mich gedisst? Bei mir ist es halt irgendwie kaputt jetzt. Nur Escape drücken musst du. Ah, okay. Ich komme mal nach Hause. Mila, Mila, komm mal mit. Komm, komm mal mit hier. Durchs Wasser. Links von dir. Ja. Moni. Ja. Du bist von Gibi Goblin angegriffen. Bereit? Warte. Okay. Okay. Mein Name ist Pinson, und das ist Jackass. Yippie. Oh, oh mein Gott. Das geht im Wasser nicht. Oh, Entschuldige. Haben wir den Kevin noch bei? Eigentlich? Ja, der schwimmt hinter uns im Wasser. Hier rechts ist nochmal das Lager hier mit den Radios. Ich kann mir dem sagen, sammel Radio. Lustig. Das hat doch viel beim RP damals ausgemacht auf GTA Live, diese Bugs, die man immer hatte. Das war immer lustig, wenn einer ein Auto vom Kopf bekommen hat. Wo müssen wir hin? Ich laufe Mila nach. Ich hoffe, dass die nach Hause läuft. Ja, ich laufe nach Hause. Siehst du? Ach ja, das ist der Ah, wir sind schon zu Hause. Ich komme nicht mehr hoch. Scheiße. Scheiße. Escape, wenn das Menü auf ist. Nee, nee, ich bin im Wasser. Das hat Spaß gemacht. Ja, wir gehen jetzt direkt weiter, ne? Ja. Wir machen nur kurz das ganze Zeug rein. Unsere halbfertige Kackbase hier. Aber das Layout ist schön, das habe ich schön gebaut. Ja. Aber wir haben keine Tür, das stört mich. Das ist ein bisschen Fehler, Peter. Du bist Fehler, Junge. Oh, ich mache mal hier unten Feuer an, ja? Super, schön, schön. Das Haus brennt jetzt. Das Haus brennt da unten. Nein, das brennt nicht, oder? Das Haus brennt. Brennt das wirklich? Guck mal hier runter. Nee, oh, Scheiße. Oh mein Gott. Lügenarsch. Wie viele Kopfschüsse hältst du aus? Ich weiß nicht, dass du zuerst spielst, und dass du zuerst spielst. Ja, ja, was haben wir? Oh Gott. Komm, jetzt du stuffy rein. Oh, oh. Du kannst doch hängen gehen, Pinseln, wenn da irgendwo C steht, kriegst du einfach C. Dann macht ihr das da rein, ist egal. Hab ich? das Problem war, ähm, ich hab unterm Schrank das Ding die ganze Zeit abgebaut. Du sollst das ja nicht festhalten, du sollst das einfach drücken. Irgendwie kann ich nirgends was hinlegen mit C. Ja, dann sind die voll, die Regale. Hä? Ich komm nicht ran, ich komm nirgends ran. Wieder auf die Rückseite. Okay, wir brauchen noch ein Lager. Oh, noch mehr. Wir machen hier so Dings. Sammellager. Alles, was geht. Ich hab noch ein Regal gemacht. Ja, für den Holzglitz können wir aber nix. mit den Regalen. Ja, ich hab 34 Münzen, Mann. Ja, aber Münzen, da kannst du ja auch mal unendlich. Okay. Aber die musst du eigentlich nicht das Regal tun. Können wir noch ein Bett bauen? Ich glaub, da bist du ein bisschen ausgeruht, als wenn du in so einem Zelt schläfst. Ja, können wir machen. Ist das auch schon wieder voll? Wenn ich die nehme, dann können wir da was... war das hier unter die Treppe? Ja, die klauen, und die machen die Regale kaputt und dann ist halt der ganze Stuff weg. Wie, die machen das kaputt? Ja, wenn wir hier sind und die kommen. Okay. Das sieht ja aus wie in einem Supermarkt hier. Aber wir könnten mal so eine Vorsichtsmaßnahme treffen. Indem wir da unten einfach... Wenn wir von oben runterspringen, um hier aus dem Haus zu kommen, machen wir hier einfach zu. Äh, ich mach mich jetzt komplett leer hier, ne? Ja, ja. So ein bisschen essen und so kannst du beibehalten. Ich hab die Tür jetzt unten zugemacht, ne? Wo ist denn der Kevin? Der soll mal Viech holen. Ja, schon. Weißt du noch, muss da jemand hier Seile hinbauen? Ja, oui. Also ich hab hier noch Seile, da könnt ihr was dazulegen, so meinte ich. Achso, ne, wir sind, glaub ich, alle leer. Ich nehm halt immer nur ein bisschen Stuff mit, so zweimal essen, zweimal trinken, einmal Heilung. Igelkraftwurz kann man nicht essen? Warum sagt mir das keiner? Aber Shiitake kann man essen. So, Loco, wo wollen wir denn hingehen? Die Frage ist, wo waren wir noch nicht? Ich würd sagen, wir gehen in diese Richtung. zu dem grünen Punkt. Grüne Punkte sind Ausgrabungsdinger? Ja, meistens, ja. Ja, dann jetzt go, Pinsel, list fertig. Hm, nee, warte. Wollen wir das am nächsten Tag machen? Ja, dann lass schlafen gehen. Vielleicht können wir jetzt nicht schlafen. Ich bin gleich so weit. Ich hab einfach so viel Stuff. ich hab hier 14 Klebebänder und so. Warum Holzglitsch? Und reicht, du kannst super easy, kannst du das machen, ne? Soll ich dir zeigen, Masahiro? Also, den Holzglitsch? Es gibt da wieder einen neuen. Wie, schon wieder einen neuen? Jo. Einen gut besseren? Ja, was heißt neu? Den gibt's schon länger, aber den hat keiner genutzt. Jo, der ist nicht gut. Achso, es ging um Real Life. Holz ist teuer geworden. Nein! Oh Gott, ich bin fast drauf gesprungen. Winsel, kommst du? Äh, ja. Jetzt komm ich. Ja, mal schlafen gehen. Ja. Warum ist das Haus nicht fertig? Ja, weil wir jetzt erkunden wollen. wir haben Winter, Alter. Oh, ich hab mal Erfolg gekriegt. Scheinlich, vielen lieben Dank für den Raid und hallo, wunderschönen guten Namen. What would you do? Essen, trinken, let's go. Danke, Scheinlich. Du bist süß. Boah, ich hab 250 Dollar, Alter, dann geh ich erstmal nachher in Casino, W.O.W. W.O.W. Gibt's Casinos in W.O.W.? Mann. Let's go. Weiß, wie lange ich das... Warte mal, wo ist ein Fisch? Ja, hier ist Fisch. Hier hängen noch zwei Stück. Einer noch, Mila. Okay. Let's go, we laufen. Ist jetzt offiziell Winter? Ja, guck mal auf den Boden. Oh Gott, wir werden angegriffen. Die müssen wir erst wegmachen. Pass auf, rechts von die Loco. Krieger. Ich bin tot. Ach stimmt, du hast mir in den Kopf geschossen. Einer hast du dich? Nee. Ich bin jetzt vielleicht lowlife. Hinter euch, hinter euch. Hab den voll dringelassen. Der ist hinüber. Jetzt, Pinsel, fängt die Winterzeit an, wenn wir jetzt in der Beach chillen. kommen die jede 10 Minuten, Alter. Und das werden immer mehr. Da ist noch einer. Rechts von hier? Ah, schluss. Oh nein, müssen wir den kriegen? Nein. Oh, der rennt zur Base. Ja, der rennt weg. Der verfolgt uns, aber komm mit. Okay. Dankeschön, Shimee. Dankeschön, Shimee. 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 Das sind alles Bots. Aber liebe Bots. Mir auch. Eigentlich ist das ein gutes Zeichen, Pinsel. Was? Wenn die Leute nichts schreiben. Das heißt einfach, die chillen oder zocken selber nebenbei was? Das heißt, die sind im Lurk, haben einen Stream an und zocken selber beziehungsweise gucken einen anderen Stream. Ja, oder gucken einfach zu. Da müsstest du mal so einen Check machen. Ähm. Der links ist noch einer, Sag einfach, sag einfach Giveaway und hallo, Cyber. Nein, das interessiert die nicht. Ich könnte hier eine Million Euro verlosen, dann würde die nicht jucken. Links, links, da ist noch ein Gabigibla. Gabigibla. Spiele FIFA, sass, aber keine Packs öffnen, Bruder. Ey, Trimax. Ich fühle mich so lebendig, wenn ich dir im Look zuschaue. Du bist mein Freund. Ja, manche, okay, manche sind wirklich am chillen. Natürlich, wenn du jemandem zuguckst, machst du das nicht auch? Ich schreibe kaum was im Chat, ganz selten. Wenn überhaupt, schreibe ich nur Hallo oder so. Tatsächlich bin ich, ich bin jemand, das soll jetzt nicht abgehoben oder kacke klingen, aber ich bin jemand, der selbst kaum Streams guckt, weil ich gehe arbeiten, komme nach Hause, verbringe Zeit mit meiner Freundin. Ich fühle was Besseres. Ach Quatsch, ist einfach keine Zeit. Und dann starte ich selber einen Stream, da ist gar keine Zeit dazwischen. Ja, ja, komm, abgehoben. Ach, Curtis. Der Polizeifame hat dich verändert, wenn sie, ehrlich. Curtis, ich ertränke mich gleich hier. Nur bei Stay schreibe ich rein, und da troll ich meiste Zeit immer rum. Ah. Ja. Mila? Mila ist da. Bin sie fehlt wieder. Ich bin Miha, ich bin da. Warte mal, hier war der Auward, hier ist doch das Dings. Der Peilsäer. diese GPS-Dinger, die kriegst du immer wieder. Aber ich glaube, unsere Dings ist tot, ne, Victoria. Habt ihr vorhin noch gesehen? Der Edel hat die letztens. Nein, nein, die hat noch gelebt. Die schmust mit Edel 14, die sie in der Hütte. Oh, der will Schlofi machen. Also bei der Können geben wir der auch so ein Peilsender. Können wir die verfolgen. Ich bin kalt und mir ist nass. Rechts sind welche. Pass auf, Loco. Hast du deine Winterjacke nicht an? Ich? Mhm. Doch. Ist auch gerade keiner. Ja, ja, der hinter uns. Da sitzt du auf so'n Stahl. Hinter uns. Was kommt der? Der auch nicht. Ich hab meine Winterjacke an. Ist nicht kalt. Das mit den Pfeilen ist super ätzend, ne? Aber der schießt ein bisschen anders als der Holzbogen, oder? Habt ihr was gelootet? Vor uns ist so'n Großer. Hallo. Will ich den wegmachen? Ach, ich vergesse mich immer zu healen, wenn ihr am Boden lagt. Habt gesehen. Ja, ich habe nur Quatsch gemacht. Junge, ich hab den im Hals geschossen. Wollte ich doch sagen, Alter. Hab zwei. Der eine ist bei dir. Der hat mich umgekloppt. Ja, komm, wir haben 100 Lager kaputt. Was fällt euch eigentlich ein, hier zu bauen? Erstmal raiden. Kloppt alles kaputt, Alter. Oh, Vorsicht. Da hat Monsterhaut. Jetzt nicht mehr. Hört mal, hier liegen die. Wie leichen die haben? Was sind das? Was sind das hier für Experimente? Die haben die alle gesteinigt. Guck mal, da liegen Steine auf dem Kopf. Oh, shit. Junge sind das kranke Bastarde, Alter. Oh, hier ist noch einer. Oh, das war's mit seinem Kopf. Bist du Herzdame? Ey, aber ohne Scheiß, wenn ihr hier die Zelte kaputt macht, dann weiß ich gar nicht mehr, wo der Loot lag. Das siehst du da, wenn du auf den Boden guckst. Ja, aber beim Schnee, wo liegt denn hier was? Ich kann gar nichts sehen. Frau Mille, du hast deinen Helm verloren. Öh, was ist das denn? Kila, dein Helm ist kaputt. Aber guck mal, ob du den noch hast und ob man den reparieren kann. Ja, aber ich kann Mutantenhelm jetzt anziehen. Nee, nee, guck mal, ob du deinen Helm hast. Nee, nee, hab ich nicht. Oh, dann geht der echt weg. Wie lasch ist das denn? Ja, aber überlege ich mal, wie viele Schläge ich auch teilweise von euch schon erhalten habe. Aber du willst das ja. Und da ist gar nichts weggegangen. Okay. Let's go. Also, ich glaube, so drei Schläge hast du auf jeden Fall frei damit. Ne, würde ich nicht sagen, dass sich das lohnt. Was ist denn Milan? Milan? Bin sie müde. Nee, bin sie nicht. Kann man eigentlich auch den Schnee wegschaffen? Bisschen. Gucklich. Wie cool ist das bitte? Ihr zockt Fortnite und trinkt Korola. Für Gusa, vielen lieben Dank für die Primes ab 36. Ja, Leute. Herzlich willkommen, ihr Huthut. Dankeschön. Hier ist noch was. Oma war vorhin da, aber ich glaube, die ist schon schlafen. Oma ist doch süß. Hier ist noch ein Lager bei mir. Nee, was ist das? Hier kann man graben. Ja, Druckerpatronik hier irgendwo. Nee, ist 100. Hier kann man graben. Da ist was. Das ist richtig belastend. Ist da auch wohl... Ist da wieder so eine Luke? Ja. Boah, da bist du bestimmt ja schwer drin. Ich bin ein Aua. Entschuldigung, ich hab den Fuß... Ey, übergreif nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich dich haue mit der Schaufel. Kannst du schon aufmachen, ja? Die macht schon auf. Okay. Macht die so damage? Ich geh zuerst rein. Nee, ich. Oh Gott. Oh Gott, ist da dunkel hier. Oh, hier liegt ne Leiche. Scheiße. In meinem Keller liegt ne Leiche. Ich bin's nicht gewesen. Der hat Munition. Pass auf, ne Mine, ne Mine. Das ist ne Mine. Das ist ne Staubsauger-Roboter. Da hat das ja Staubsauger-Roboter. Ne Mine, ich hab den kaputt gemacht. Ich hab den weggekommen. Akkubohrer. Akkubohrer. Radio. Hier liegt ein Akkuschrauber. Können wir sowas auch haben? Oh, schick. Ist ja schon wieder ein Drucker. Aber es ist doch gut. Oh, ich hab den Babys. Oh. Warte. Hab ich den? Hier liegen Zettel. Oh, ich hab so ne Keycard. Ich hab Laser-Visier. Ich hab ne rote Keycard. Ich hab ne Feuerwehr-Achse gefunden. Ich hab Dings. Hier liegen Laser-Visier für die Pistole. Team, This afternoon it was discovered that the painting from Mr. Paftons personal collection has gone missing. If anyone has information, please talk to me directly. Hank. Hank. Hank Schrader. Hank ist hier. Hank. Hank ist hier drin. Jetzt weiß ich, warum der aus meiner Gang ausgetreten ist. Hier ist ne Keycard. Hier ist ne rote Keycard, ja. Jo, scheiße. Loco, halt mal die Schnauz. Was? Ne Feuerwehr-Axt? Oh Gott, guck mal. Hier liegt ein Buch. Buch. Hähnchenbanner. Hähnchenbanner. Hier ist ein Anzug, ein Tuxedo. Uff. Feuerwehr-Axt macht mehr Damage. Ja. Aber die, ähm... Damit kannst du nicht so schnell zuhauen. Wobei für Winter ist ja doch die... Ich hab ne Keycard gefunden. Wo ist die Feuerwehr-Axt? Äh, draußen. Oh Gott. Nein, sorry. Hier liegt das Dings, ne? Hier, das Laser-Visier für die Pistole. Am Computer. Oh! Oh mein Gott, sorry. Black Cover Collection. Ich hab ne Platte gefunden. Papa-Platte? Wo ist die Feuerwehr-Axt? Ähm... Hier liegt nochmal Drucker-Tinte. Hört ihr das? Ja. Boah, hast du das abgespielt? Ich hab eh getrückt. Wo ist denn die Feuerwehr-Axt? Na hier. Ach da. Oh, die macht ja... Beste Axt im Spiel ist das. Boah, wie cool sieht denn der Laser aus, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Jo, wie cool ist dat denn? Mila? Boah, das sieht ja mega aus. Mila kann man ganz kurz zielen. Ja, du kannst jetzt aber nicht mehr zielen, ne? Du musst jetzt so ohne zu zielen schießen mit dem Laser halt. Aber ist ja cool. Ja, der schießt auch genau dahin, wo der Laser ist. Boah, voll nice, Alter. Was ist denn ein Tuxedo? Das ist ein Anzug, Junge. Warst du noch nie auf einer Hochzeit? Nö. Also, doch, aber nicht mit einem Tuxedo. Tuxedo, yeah. Oh mein Gott. Der Zombie hat mich gebissen. Hä? Ja. Du mich hast... Wie, der ist doch tot. Der hat mich gerade angegriffen. Ja. Auf. Was war denn das? Der hat mich gebissen. Dann lebt der noch. Nein, guck. Ich bin der größte Boss. Okay, dann soll mal weiter. Oh, Mila, guck mal den Laser. Die Anglern sagt, kannst du auch anbauen? Die hab ich schon angebaut, guck. Ich hab dat Licht. Ich hab den Laser. Ich hab den Schalldämpfer. Ich hab auch Laser. Voll cool. Was ist denn mit der Keykarte? Mach mal die Mucke hier aus. Die brauchen wir bestimmt für irgendeine Tür. Jetzt go Splinter Cell, Alter. Geil. Ich guck euch so gerne zum Runterkommen. Einfach alle andere vergessen. Manchmal rettet ihr mir den stressigen Alltagpinsel natürlich auch. Ja, dafür sind wir ja alle da, ne? Oh Gott, wer war dat? Wer hat das gesagt? Ja, voll süß. Ich wurde sogar auch gelobt. Das ist krass. Ich krieg sonst nur Beef, immer. Ich krieg immer Ärger. Ärgerer. Ja, Mila. Ärgerer. Okay. Loco direkt zur nächsten. Wir wollen eine India-Szweck haben. Okay, das dauert nur einen Moment. Aber nicht gucken, wo jetzt sofort, wo das geht. Nein, die laufen einfach random. Vogel. Vogel. Wie gesagt, wir gehen einfach zum nächsten grünen Punkt hier vorne mal. Was da ist. Papa Vogel. Ich bin tot. Ja, warte, warte. Das kann ich ja auch, Junge. Ja, warte. Und jetzt? Ja, und jetzt kriegst du einen. Hier pinselt auf. Pinselt, er lebt nur. Du kannst ihn töten. Warte. Oh, der wurde im Kopf geschossen von mir. Ey, der hat so eine Brustrüstung. Komm, weiter geht's. Hier liegt noch Dings in der Drucker. Hinte. Wo? Ah, hier, lieber. Vogel. Wenn du ganz still, kranker Sack, wenn du ganz still hältst, kannst du... Der kam wieder, ein Vogel. Guck mal, willst du federn? Nee, wir haben genug Federn zu Hause. Sack. Ähm. Eben tinken. Stimmt, Mila, recht, eben tinken. Du kannst dir die Rüstung, glaube ich, nicht klauen, Pinsel. Das wäre cool, wenn ich dem einfach die Blattrüstung geglaubt hätte. Ja, die Feuerwehr-Axe ist ja gar nicht scharf. Die ist ja stumpf. Guckt euch die mal an. Das twitter ich nachher erst mal. Ich glaube, mich das nervt. Ist die gut zum Bäume fällen? Ja. Also, ich habe einen recht dicken Baum gefällt und vier, fünf Schläge. Ich habe auch einen recht dicken Baum gefällt. Ey, wartet, Freunde. Genau, es ist mal wieder Tinkerpäckchen-Zeit. Direkt dieses Tinkerwerte. Warte mal, lass mich mal kurz die andere Axt rausholen, ob die auch so stumpf ist. Die andere, die wir vorher hatten. Guck mal, wenn man rechts klickt, drückt die ist voll stumpf. Ja, aber die andere nicht so schlimm. Aber? Nee, die ist scharf. Aber die Feuerwehr-Axe ist scharf. Also geht es jetzt nicht so unfassbar scharf? Doch, guck mal bei mir. Und ich gucke bei deiner und die ist richtig scharf, deine. Meine ist stumpf, die ist zum Schädel einschlagen. Du kannst schon damit gut fällen. Da twitter ich nachher erst mal, dass mich das triggert. Und wenn die das nicht ändern, mache ich Chargeback. Das Game zurück. Die Axt ist Buggy, sieht keiner aus. Oh, hier ist ein Durm. Ja, oh Gott, scheiße. Oder hier. Medik, ich bin... Danke, Loco. Also, Saku... Ich weiß nicht, irgendjemand hat mich aufgehoben. Ich war das. Komm, Mila. Ihr habt das schon. Ich bin Medic. Du bleibst hier, wenn ich das sag. Ich bin eigentlich... Also, ich bin Looter. Ich bin... Oh, ja, Loot-Guy. Hier ist noch einer, ne? Ihr seht mich nicht kommen, doch sieht er. Hau ab, Sido. Meint ihr, es gibt auch versteckt, so zum Beispiel in einem Wasserfall so... So eine Höhle. Bestimmt. Eigentlich müsste man das auch testen. Bestimmt gibt es richtig viele Geheimnisse hier. Ja, so richtig Easter... Easter Racks. Ich frag mich auch, was man bei diesen Gräbern finden kann. Die nicht verzeiht. Eben... Ah, ihr seid ja eben weggerannt, aber es gab auf dem Wasserfall ganz viele Särge, die da standen. Da lagen Leichen drin und ganz viel zu looten. Na, ich glaub dir nicht. Guck wie du die nachher, wenn du lügst. Finde ich die Freundschaft. Und Stewie, dankeschön für den Resupport im 22. mit Amarion Prime. Komische GTA-RP-Mode, aber ich geb dem Ganzen ne Chance. Wann RP? Milla, ist das hier nicht die Stelle, wo wir gebaut haben vorher? Und Pinsel, die laufen schon wieder ohne uns. Weiß ich nicht. Können wir ganz kurz einen Stopp machen? Ja. Der wartet kurz. Knister ist wie der kleine Bruder, den man mitnehmen muss. Weil es die Eltern gesagt haben, kann nix, mach nur Ärger und weil ich dauer drum. Mhm. Deine Rüstung ist wieder vollständig. Mhm. Guck, keinen Rüstung. Bin nie full life in diesem Game. Eigentlich ist die Rüstung gar nicht so teuer, weil du findest voll viel von diesem Saft. Und für sonst gibst du das ja eh nicht wirklich irgendwie aus. Ich spare jetzt auf dem Schlitten. Kannst du aber wissen. Okay, ich hab mir ein Gillesud gebastelt. Ich weiß nicht, wie weit. Ich hab schon 400. Prostzen. Also Prostzenerstoff. Und 100 Blätters. 100 Blätter sind ja kein Problem. Ich hab 900. Ja, ich hab auch full. Mila, guck mal nach oben. Du gehst im Schnee unter, guck mal. Oh nein, ich sterbe. Mila. Mila. Oh shit. Mila. Wo bist du? Die ertrinkt jetzt so unter der Welt. Mila, wo bist du? Hilfe. Warte, ich will auch. Pass auf, Gibi, Gobbler sind hinter euch. Warte, lass die weg, Mann. Ich will euch auch da runter holen. Wir müssen ja eh gleich neu laden. Ich kann euch sagen, wo die Höhlen lang gehen. Warte, was hast du heute gemacht? Warte, ich will auch. Spring mir auf den Kopf. Ich will auch runter, warte. Einer muss mir auf den Kopf springen. Äh. Ja, ja. Ne, du musst gerade bleiben. Ja, genau. Ja, weiter, weiter, weiter. 30 Euro Game by so weit. Hau rein. Hau rein. Ich steck fest. Warte. Ciao. Hau rein. Mila, ich komm. Ich will auch unter die Welt. Ja, okay, komm. Aber wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Wir haben gerade gespeichert. Ja, unten in dem Dings. Mila, wohin? Habe ich da gespeichert? Sag mir, dass du bitte da gespeichert hast. Ja, wir finden schon die Rost. Guck mal, da hinten. Wir müssen da hinten hinschwimmen. Oh, ja. Bist recht. Mann, hau doch ab. Oh Gott. Piss dich. Ich will unter die Map backen. Jetzt, ne? 30 Euro, by the way, Alter. Man kann hier nicht mal schnell schwimmen. Bist du runter? Ja. Ich geh runter. Oh Gott. Ich komme. Junge, guck, guck, guck. Ich komme. Juppie. Das kannte ich ja noch gar nicht. War das bekannt? Ich dachte einfach, die versinkt im Schnee. Also ich bin so schon mal runtergefallen, aber das wusste ich ja auch nicht. Oh Junge, das dauert jetzt eine halbe Stunde, bis wir da sind. Ich glaube nicht, dass ihr da irgendwo rauskommt. Doch, doch, da vorne ist gerade. Da kommen wir raus, glaube ich. Ja, na, eigentlich können wir ertrinken und dann respawn. Hey, hier, über uns ist ein Helikopter. Hier ist eine Höhle. Das ist eine hinterm Wasserfallhöhle, oder nicht? Also ihr steuert direkt auf einen See drauf zu. Ja, und da gehen wir auch hin. Und im See schwimmen wir hoch. Das ist wie am Würfelpark im Brunnen. Das war auch gut. Boah, rückenschwimmen müsste eigentlich schneller gehen. Ja, nice, Alter. Nice, aber... Da oben ist die Loco. Hallo. Ich hätte müssen, als ihr unten gegangen seid, euch mit dem Spaten da wieder ausbuddeln. Also ein Stückchen weiter noch in die Richtung kommt dann das Meer. Ja, ja, wir versuchen nach hinten zu kommen. Naja, wenigstens ist hier unten nicht kalt. Doch, mir ist kalt. Doch, mir ist kalt. Echt mir nicht. Oh, doch, jetzt ist mir wieder kalt. Oh Gott, was habe ich da gefunden? Hat das schon mal einer von euch gesehen, Chat? Hat das funktioniert? Oder haben wir jetzt den Milabag gefunden, den Gronkh wieder nachmacht, bald wieder in seinem Stream? I'm watching. Ach, du siehst den Fluss. Boah, wir sind unterm Fluss. Das ist gar nicht möglich, was hier passiert. Das ist Maggi. Guck mal, und die Steine sind von innen ausgehüllt. Hier war mir fließt ein Fluss. Das ist wunderschön. Man könnte erst denken, da sind so ganz viele Vögel, die da so lang fliegen. Und auf einmal. Wie ist das Wasser? Das ist wie Inception. Oh, hier über uns ist ein Dorf. Okay, damit hätte ich niemals gerechnet. Ich dachte, Mila versinkt so im Schnee. Dass das so ein Feature ist. Ein Feature. Ja, ja. Ich habe ein Ayahuasca. Ayahuasca haben wir eingeschmissen. Ayahuasca. 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 Was, äh, Bexy, was ist eigentlich mit dir? Bewerbung. Jetzt sehen wir das Spiegel aus einer anderen Perspektive. Oh, oh. Wie tief kommst du runter? Hast du dein Taucher-Ding an? Nee. Nee, kann man nicht anziehen. Falls ihr da jetzt nicht rauskommt, dann... Musst du halt trinken. Musst du mal trinken versuchen. Normalerweise spawst du ja dann... Ach, da kommt man aber raus. Ja, da siehst du sogar schon ein Loch im... Ja, ich sehe hier schon das Wasser, jetzt das Meer. Da kommt man hundertprozentig raus. Ich bin draußen! Ja, ja. Juhu! Wo kamst du her? Ich... Ich weiß nicht. Du bist einfach... Aber ich habe Dinger gesehen. Du bist einfach aus dem Schnee gesprungen. Guck ich jetzt. Ich komme jetzt. Ja. Ich habe Dinger gesehen, Loco. Schreck dir hier, Dinger. Da kommt er jetzt. Ich komme nicht hoch. Okay, der schwimmt noch weiter. Hier hoch. Wohin? Hi. Hi. Mach mal. Ich mache Screenshot. Einfach neu geboren. Ey! Du Fickst! Du Fickst! Wie komme ich hier hoch? Das geht hier nicht. Du musst da rüber... Geh nochmal runter. Ich bin nicht... Wo? Deine Hilfe! Deine Hilfe bin ich hoch. Wo? Ich gehe an der Seite zum Fluss an. Hier. Ja. Wir haben es geschafft. Guck. Guck in Discord. Zeig mal. Wo ist das gepostet? Also... Ich glaube, ich will dir... Warte, kann ich auch noch mal ein Dings posten? Kevins Loverboy. Hänsel. Geh mal runter. Geh mal runter. Ah, man kann wieder rausspringen. Ja, dann let's go. Oh, guck mal. Da reckt man das Boot hier looten. Da war nix umsonst. Ah, ne. Ich saufe lieber Meerwasser. Ich bin so ein Faidion. Hippie. Ah, schön. Das war herrlich. Das war echt cool. Ja, kann man mal machen. Kann man mal mit ihm. Ich hätte halt wirklich niemals damit gerechnet. Der ganze Weg für ein Seil, Libby. Nö. Eigentlich antworten die relativ zügig. Das hat eigentlich so gesehen einfach nur Pech. Mein Bauchohr ist weg. Ja. Hast du in Hose gekackt? Ja. Guck mal, da steht einer im Wasser und der wäscht sich. Ja, die fallen die Tanzen auch, hat die Mila gesagt. Ja. Eigentlich sind unsere Freunde. Ich will die gar nicht töten. Aber die steinigen Menschen und so, die sind verrückt. Ach, jeder hat irgendwie Leichen im Keller. Ich würde warten. Das sagen nur Leute mit Leichen im Keller. Jeder. Oh, da kommt so... Boah. Und ihr schlagt mit Backe... Aber das sind keine... Das sind Baby-Mutanten. Die beißen. Da kann man... Ich weiß nicht, wo der Bogen her ist. Irgendeine Höhle. Äh, wie kann ich denn die ganzen Attachments auf diese Pistel packen? Du musst die Pistel in die Mitte von dem Inventar ziehen und dann die Attachments. Und dann auf das Zahnrad. So craftest du hier. Ja, mach ich gleich. Sonst rennt ihr wieder ums... Um euer Leben. Stimmt, der war in einem Bunker. Der Bogen. Ich werde nie Babysitten. Ich brauche einen Babysitter. Okay, wo gehen wir hin? Zu dem grünen Punkt da. Vor uns. Ach, vor uns. Okay. Nicht mehr weit. Boah, hoffentlich ist das ein Ninja Schwert. Insel, pass auf, wo du hin aus. Hörtes, guck mal, rechts ist gar nix. Wie cool ist das, bitte? Jetzt zock ich vor, neid und trinke Ola. Gesundheit, danke schön für den Primeser beim 38. 28, sorry. Und Grüße zurück, hallo. Müssen wir hier graben? Thomas, haben sich schon Leute tot... Ich hoffe, wir müssen hier in die Höhle. ...tot gearbeitet, sag ich dir. Aufstehen! Aufstehen! Aber wir müssen in die Höhle. Na, renn dir. Da kommen die Gobblis, die Gobblers. Oh, bitte keine Loot-Höhle. Äh, nee. Sauber. Und Alpino, dankeschön für die Eule. Alle anderen schlafen wieder. Schande. Oh, oh! Oh. Oh, hier ist ein Bunker. Food and Drinking. Food and Drinking steht dran. Was stand da? Food and Drinking. Ja, das ist gut. Das klingt wie eine Falle. Oh. Ähm. Hä? Ich bugge. Oh Gott, wir sind in dem... Oh, hier gibt es Armbrustbolzen. Do not leave freezer door open. Oh, boy. Ja, das hat wohl nicht so gut funktioniert. Ja, ja. Das ist ein... Wie nennt sich das? Supermarkt. Nee, das ist ein... Ähm, so... So ein... Lager? So ein Bunker-Dings doch dann. Nee, wie heißt das? Guck, wir haben sogar die richtige Karte. Good for tonight's event only. Maul. Mann, ich kann nicht aufstehen. Noana? Nee, wo? Wo? Wo gibt's Pumats? Wo? Wo? Wo, Loko? Wo? Wo? Oh Gott. Nee, boah, aber das ist voll cool. Das ist so eine Dings-Farm. Eine Veggie-Farm. Warte mal, wo waren die Bolzen? Wo waren die Bolzen? Oh, hier sind Babys drin. Voll cool. Ich frag mich... Ich hab damals selber in so... Gegrowt. Äh, natürlich Kopfsalat. Hier ist die Armbrust. Echt jetzt? Leute. Was essen? Wo sind denn die Bolzen gewesen? Bestimmt hier, Pinsel. Im Schlachthaus. Aber wer? Warte mal. Achso. Hier stecken auch nochmal welche in der Wand, oder? Aber wer hängt die denn auf? Diese Monsters, oder was? Ja, wahrscheinlich. Oh, hier kommt irgendwas raus. Oh, das ist meine Grafikkarte. Die rogt ab. Die Junge, das sieht aus wie eine 4090, Alter. Guck mal. Ich gucke mal, hier sind... Ja, ja, das sieht die ungefähr aus. Speckstückchen, boah, die ess ich. Hier sind keine Bolzen. Kann man das hier kaputt machen? Muss der Loco uns gleich zeigen. Loco, wo ist die Armbrust? Hier bei mir. Ne, hier. Curtis, hier. Ranch, komm. Hier, in dem Typen da. Ah, aber nur einer. Hier in der Wand stecken auch nochmal welche. Hallo, Mila. Bipis? Bipis? Hier auch, Curtis. Unten ist ein Zettel. Oh, hier oben ist die. Voll cool, Alter. Zettel kannst du lesen. Oh, irgendwas kann man daran machen. Die kann man auf jeden Fall kombinieren. Wo sind noch welche? Ah, hier. Hier unten. Zettel. Und Zudel. Okay. Tau, wie wird das ausgesprochen, das erste Wort? Tau, Tau, you might find this interesting. We are calling an Artifact 1 might be related to that cube you guys found. Da ist irgendwas komisches abgebildet. Irgendwie so ein Altar oder so. Aber das ist, glaube ich, nicht hier. Bubats. Das ist kein Bubats. Das ist Bubats. Oma ist schon higher. Oh, hier ist die Armbrust. Und Blumen oder so. Boah, zeig mal die Armbrust. Wo ist die? Boah. Wie lädt man die nach? Mit R dann. Aber du hast, glaube ich, gleich einen Pfeil dran. Nö, hab ich nicht. Aber ich hab doch... Schieß nur auf den Pinsel. Nein, ich hab doch... Aber schieß nur auf den Pinsel. Ich hab doch Bolzen. Armbrustbolzen. Hier. Ach, mit R lädst du dann nach. Ah, doch jetzt... Ah, okay. Der war verpackt. Boah, voll cool. Der hat mich... Hier sind nochmal Pfeile. Der hat mich angebrochen. Wo sind Pfeile? Hier. In dem Dude. Boah. Hier auch. Hier ist auch noch ein Pfeil bei mir. Oh. Wirklich? Nein, der war stark hier. Den hat irgendeiner dahingeschossen. Meinst du, die ich stark bin? Sollen wir mal testen bei dir? Ja, warte... Ah, ich bin nicht full live. Oh mein Gott. Ah, hier steckt noch einer. Ich hab noch... Einen Fitzel. So. Boah, geil. Hab mich fast gewonshottet. Hier stecken nochmal welche an dem Typen hier hinten. Wirklich Salat. Jaja, Hydroponics heißt das. Dieses Verfahren. Sea of Green. Hier ist eine Uhr, Druck... Äh, Tinte, Tinte, Tinte. Oh, endlich sehen wir mal was von dem Spiel. Warum haben wir eigentlich die ganze Zeit gebaut? Ich hab gesagt, lass mal eine Hundehütte machen. Ja, machen wir doch jetzt. Einmal... Auf einmal hast du da ne... Ne... Ne Allergiegebäude gegen... Gegen sämtliche Viren... ...konstruiert. Hier ist die Dreamhack. Ne, was? Dreams and... Unconscious. Bin sie, du musst runterkommen, dann musst du schwimmen. Sieht schon sehr cool aus hier. Okay, die haben auf jeden Fall angefangen hier zu bauen. Unter Tage. Mit, äh... Dass man dort so weit überlebt. Komische Lampen. Wahrscheinlich die Wälder. Ja, genau. Wie so ein Atombunker gemäß. Warum hab ich gemäß gesagt? Wir haben keinen Döner, aber wir haben ein Tänkepäckchen. Also gab es die Kannibalen vorher schon. Wir haben hier alles unterirdisch gebaut. Wahrscheinlich, dass wenn die Welt zusammenfricht... Wir sind da links abgebogen. Aber hier ist eine Tür mit einer blauen Dings. Ja, oh, komm mal zu mir. Wir brauchen mal eine Keycard. Wir haben doch eine Keycard. Ja, wir haben aber eine rote. Also müssen wir uns das hier merken. Mit einem Peilsender zum Beispiel. Hier liegt ein Schrotflintenaufsatz. Ne. Boah. Boah, es gibt eine Pumpe, ne? Oh Gott. Oh, hier liegt wieder ein Zettel. Oh, hier liegt... Hier geht's um irgendeine zweite Keycard. Eine blaue? Ne, eine gelbe. Ein Schrotflintenaufsatz, okay. Da vorne ist eine blaue Tür. Was passiert da oben auf dem Monitor? Also hier ist irgendwas mit einem Artefakt. Keine Ahnung, Alter. Ey, warte mal. Das ist die Frau, ne? Oh, guck mal hier auf dem Video-Ding, was da abgegangen ist. Guck mal. Auf der Cam. Guck mal, die rasten gleich komplett aus. Guck mal. Die verwandeln sich alle. Im Mutanten. Also ist da doch ein Virus. Hat Pinsel recht gehabt. Oh, shit, ne? Guck, erst mal in die Normal- und dann verwandeln die sich. Wow, das ist schon echt gruselig, ne? Guck mal. Also doch ein Virus, nur dass sie keine Zombies werden. Das ist nach Venom. Gelbe Keykarte. Von Virginia Puffington. Das ist von der Tochter, glaube ich. Hm? Und irgendwas, die haben irgendwas mit Relikte gesucht. Ja, die sind doch hier abgebildet auf den, diese Artefakte hier. Das sind das, was du auf dem Zettel da gefunden hast. Wo sind die abgebildet? Da ist so ein Bild. Ich hab's in der Hand. Ach so, ja, 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 klar. Hast du die Keykarte? Das werden wir jetzt gleich sehen. Oh, ja, warte, muss ich noch nicht reinnehmen. Hier ist, äh, Schrotflin-Aufsatz habt ihr, ne? Ja, ja. Vielleicht kommen wir mit der anderen Keykarte bei unserem Drucker weiter. Stimmt. Das ist die Halle, ne, wo die sich verwandelt haben. Aber jetzt mal eine Frage. Wir haben doch die Möglichkeit... Ey, da hinten steht einer. Er ist hier ins Wasser gesprungen. Die sind tot hier. Die haben mir den Exit zugemacht. Äh. Oh, lecker. Also wollten die sich hier... Die wollten hier überleben. Haben was aufgesagt. Hier ist das Kleid. Blumkleid. Ich glaube, das ist für diese Frau. Ja, die Virginia ist doch die Mutantin, die bei uns chillt. Da kann ich halt anziehen. Ey. Warte mal, wo ist die Keykarte? Wo ist die Keykarte im Inventar? Ähm. Über deinem GPS. Unter deinem Rucksack. Ach, hier. Ja, ja, das ist die Virginia. Diese Dreibeinige ist die Tochter von den Millionär-Demisoren. Guckt auf die gelbe Karte, das ist die. Du hast... Wo ist die gelbe... Über GPS. Haben wir die Runde? Ist noch eine E-Mail auf dem Tisch. Äh. Ähm. Hilfe. Wo bist du schon da reingefallen? Oh Gott, ich bin keine Ahnung. Wie hier... Komm ich hier wieder raus? Ich bin durch Fensterscheiben einfach gelaufen. Ja, das könnte tatsächlich irgendwie auch der Ausgang sein, aber es gibt hier keine weitere Tür. Liegt da nur Loot? Ja, nur eine E-Mail. Speckstückchen. Wie kommst du dir? Oder ich seh nix, Alter. Also, ich glaube trotzdem, dass, ähm... Ich glaub, man kommt hier nicht raus. Hier geht's aber relativ weit nach unten. Es ist stockdunkel. Eine Pumpgun? Da liegt eine Pumpgun? Nein. Der lügt. Hier geht's noch weiter. Nach oben. Ey, bleibt ihr mal da, bitte, ne? Ja, wir bleiben. Falls hier... Falls man... Guck mal hier, Mila, guck mal hier. Das hier ist der Tisch von denen. Hier in der Mitte ist ein Tisch mit mutierten Leuten, die da dran sitzen. Und hier zum Beispiel ist der Edward Pafton. Das war der Papa. Da sind so Namensschilder. Dann hier ist der Tisch... Warte mal, suchen wir den Edward Pafton? Nee, der Edward Pafton, der sitzt hier... Ach so. Ich sehe gar nix. Ich hab Taschenlampe an. Barbara Pafton? Oh, hier ist ein... Okay, ihr könnt, glaub ich, kommen. Warte mal. Ach du Scheiß, was ist denn das hier für ein Ekelschlang? Ich muss mal ein zweiter. Okay, ihr könnt kommen. Wir sind hier nochmal in einer Höhle. Oh, hinter dir, Loco. Wo kommt der her? Schlagen. Lass mal eben kurz warten auf die. Ähm, warte mal. Wenn hier ein Tisch ist... Da sind zwei Stühle frei. Da sind zwei Plätze frei. Barbara Pafton war doch die Mutter, richtig? Ich weiß es gerade nicht. Und Virginia Pafton? Virginia Pafton ist die Tochter. Die hängt bei uns im Ding. So, der Stuhl von Virginia Pafton ist leer. Ja, weil die ja noch am Leben ist. Die ist bei uns. Weil die noch am Leben ist. Der Tisch von... Der Stuhl von Barbara Pafton ist auch leer. Also die Mutter. Dann lebt die Mutter auch noch. Und wenn Edward Pafton der Vater ist, da sitzt eine Leiche drauf. So ein mutiertes Vieh. Haben wir nicht irgendwo noch den Zettel? Wo sind denn die Dinger, die man speichert? Die Zettel, die man findet? I und dann links unten oder so, oder? Nee, das ist ein Schuh. Links, Curtis. Links. Mit rechts. Ja, links ist doch nichts. Guck doch. Ich hab hier nur irgendwelche Bücher und so. Was? Wo? Wo liegt ein Zettel ganz offensichtlich? Sag mir, wo? Wo ist ein Zettel? Oh, hier liegt ein Zettel. Ja, dann musst du den jetzt vorlesen. Wir können nicht mehr zurückkommen. Oh nein, ich bin in Englisch, sagt Dix. Ehrlich? Junge, wie? Ja, wir sind den ganzen Abend vergoldet. Golfballs? Meinen die damit die Babys? Das ist entirely unakzeptabel. Warte mal, die Golfbälle haben wir doch gefunden. Der eine hatte sogar einen im Maul. Also ich verstehe alles, aber ich kann es nicht aussprechen. Dann übersetzt einfach auf Deutsch. Der Brief geht an Hank. Ja. Hank. Welche Golfbälle, warte mal. Ja, ich hab heute, ich hab noch keinen einzigen Golfbälle. Doch, es gab eine Stelle, wo wir Golfbälle gefunden haben. Da lagen zumindest welche. Und die eine Leiche hatte sogar einen Golfball im Mund. Das war irgendwie ein Dorf. Und Donny, vielen lieben Dank für fünf Gifte Zaps. Und zwei lieben Dank für Louis am 15. Doch, ich sage, doch, ich sage. Bin so, willst du jetzt kommen oder sollen wir schon abluten hier? Ja, hier steht noch mehr drauf. Da hinten sind Babys. Aber ich bin echt... Dann übersetzt, dann lest nicht in Englisch vor oder übersetzt direkt. Naja, dass man nicht auf irgendeine E-Mail antworten soll. Not getting a response to any of these E-Mails ist extremely unprofessionell. Nathan, myself, nor... Weiß ich nicht. Nathan, myself, nor my brother are happy with how we are being treated. Von Miles Goldstein. Da machen die meisten, wenn die kein Englisch können, machen die so einen russischen Akzent, damit das nicht so auffällt. Ja. Also, das ist kein Scheiß. Ich kann es nicht... Komm auf drei, eins, zwei, drei. Ich finde, es hat die ganze Zeit schon keine Rüstung an. Also, die Mutter lebt noch und die Tochter lebt noch. Alles klar. Also ist der Typ, den wir suchen, tot. Mila, bist du noch da? Mila? Ja. Gemutet gewesen, oder? Nee, nee, ich... 1, 2, 3, was? Alles gut. Ja, weil du sagst... Ähm, also, ja, letztendlich sind die da einfach nicht glücklich gewesen, weil die schlecht behandelt worden sind. Ähm, und dieser Hank hat nicht geantwortet auf irgendeine Message, was irgendwie was mit den Golfbällen zu tun hat und, und, und. Aber dann ist der... Aber warum sagt mir der Chat gerade, jo, ihr könnt da nicht runter, das ist nicht der Ausgang. Aber hier gibt es ein ganzes Höhlensystem. Ja, ich wollte gerade sagen, von da konnte man ja raus. Offensichtlich sind wir ja alle da rausgekommen. Also ich habe auch gar nicht geguckt, ob es noch mehr... Vielleicht hat das nur sonst nie jemand gesehen. Wie unser Buck mit dem Schnee. Ja, aber theoretisch könnte man hier immer wieder reinlaufen. War jetzt nicht weit. Vielleicht ist das auch schon eine Höhle... Oh, oh, da sind welche. Wir müssen nochmal fetzen gehen. Chat ist nur um Lügen, ne? Äh, ich kann nicht. Ach, jetzt kann ich. Let's go. Lügen, Chat. Lügen, Chat. Also wissen wir, dass der Millionär tot ist, weil der, laut Pinsel, sitzt der ja da als Mutant. Er saß auf dem Stuhl als Mutant. Und Barbara, die Mutter, und diese Virginia, Dress Dreibein, die waren, da waren die Plätze leer. Und wir sind hier eigentlich, um diese Millionärsfamilie zu retten. Ja. Das wissen wir ja auch von ganz Anfang. Und was mit den drei Personen ist, weiß man ja nicht. Das ist ja die Frage. Oh Gott. Ey, das hier ist doch ein Ausgang. Wie heißt der Ausgang? Ja, das gehört zusammen. Safe. Ja, einfach raus. Oh, hier liegt jemand vor mir. Und es ist dunkel. Ich kann nichts sehen. Wie sehe ich denn eigentlich aus mit dem Auf... Sehe ich aus wie James Bond? Äh, ja. Oh, Gibi-Gobbler. Gibi-Gobbler. Ich sehe, hoppala, Entschuldigung. Macht einer ein Safe. Hey. Ja, ich baue auf. Ui, hat kurz geleckt. Bei mir auch. Wir nennen die Gibi-Gobbler. Okay, schlafen. Nee, bevor der kommt. Ja, ich komme nicht dahinten zum Schlafen. Au, au, au. Ey, ich dachte, wir schlafen. Ja, die greifen uns gar an, Bruder. Ich habe gechillt. Wunder von unserem Zelt. Ich habe zwei. Zoll, ne? Versuch nochmal zwei. Oh Gott. Da kommt noch einer. Nein. Da kommt noch einer runter. Was ist denn jetzt hier los? Das war eine Falle. Okay, jetzt aber. Kannst du den Menschenfresser nicht erklären, dass durch Aggressionen entstehen? Hallo, ihr müsst schlafen. Ich schlafe. Ich schlafe auch. Loco schläfst nicht. Doch, ich habe nicht geschlafen. Warum auch immer. Was steht da? Ich gebe immer Loco die Schuld. Ja, merkt das schon. Hinter dir, Pinsel? Dobble. Keine Angst, du keine Schweinebacke. Nimm dich mit meinem B-Cheat ein. Nee, doch nicht. Ja, wir müssen speichern. Ja, wir müssen speichern. Habe ich schon. Ja, speichern. Wo sind wir denn auf dem Web? Wir könnten theoretisch die nächste Höhle hinten am Strand direkt noch mitnehmen. Ich glaube, die haben wir schon, oder? Ich glaube nicht. Da waren wir doch noch gar nicht. Oh, die Armbrust ist sehr stark, Alter. Ach ja, Armbrust. Bei mir ist jemand, ich esse. Oh, ich hole den. Ach, der trifft dich nicht, weil der geduckt ist. Doch, der hat mich getroffen. Ich habe auf jeden Fall was abgezogen bekommen. Gib mir mal einen Fuss. Der will nicht mehr. Oh, der Wichser. Was macht der denn? Das fragst du immer, wenn er das macht. Der hat sich gerade geduckt, als ich ihn abknallen wollte. Ah, Junge, lass, du kriegst ein Brett, Alter. Scheiße, der eine Fall, den finde ich nie wieder, ne? Oh, doch, hier ist er. Nein, doch nicht, John Stock. Scheiße, der hängt doch bestimmt irgendwo im Baum, Alter. Rechts am Fluss, weil wir den entlang kommen, ist nochmal so eine grünblügendere Stelle, oder waren wir da schon? Weiß ich nicht, ich muss nur lokalen. Die Höhle am Meer haben wir schon. Das war die allererste. Ja, und wenn wir hier vor, also, ähm, vor uns ist so ein langer Fluss, da ist auch noch so ein grüner Punkt, waren wir da schon? Ja, ja, da waren wir eben. Und, äh... Wir waren aber noch nicht nördlich hier, oder? In der Höhle. Direkt hier. Also so hier in... In die Richtung, in die Richtung, da ist auch noch ein grünleuchtender Punkt. Ja, dann lass da hinlaufen. Also ich hätte gesagt, wir probieren die Keycards, die wir haben, bei unserer Höhle, da wo der Drucker ist. Aber wir haben sie doch schon benutzt. Das wäre egal, die kannst du immer wieder benutzen. Aber war da auch so eine Tür? Ja, da war natürlich... Ja, da war auch so eine Tür. Aber ich würde sagen, jetzt wo wir schon hier sind, würde ich wirklich nach links laufen, wenn das ein Stück ist. Okay. Spinde. Ich würde direkt hier an Wasser gehen. Da gibt es nämlich das Ninja-Schwert. Nein, Pinsel am Wasser ist Dings. Hä? Da waren wir doch schon. Da waren wir schon lange in der Höhle. Da gibt es kein Ninja-Schwert. Das war die erste Höhle, die wir gemacht haben. Hier links? Ja. Kann man das nicht irgendwie markieren, welche man schon gemacht hat? Ja, bräuchtest du halt die GPS-Dinger für. Ach, kannst du die da liegen lassen? Ja, kannst du auf den Stock stecken und dann kannst du eine Markierung setzen. Ja gut, weil wir das nicht gemacht haben. Ja. Super. Das sagst du uns jetzt. Ja, hab ich beim letzten Mal schon gesagt. Mann, Loco, wirklich kein Verlass auf dich. Dafür zeig ich's der Haut. Trinken. Ja, in dem Fall so ich nicht. Hab ich halt nur noch zehn Stück oder so. Ariane. Ja, ich heile mich gleich. Ja. Okay. 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 Ja, Mude. Wie da viel mit Loco vorne? Ja, ich bin hinter dir direkt. Ich beobachte deine straffen Beine. Wie heißt es nochmal an das Spiel, was man Koop spielt? GTA. Nee, warte, dieses Duo-Spiel, was ihr gemacht habt mit den Handpuppen. It Attacks 2? Nein, It Attacks 2. Ja. Das beste Spiel, was ich hier gespielt habe in meinem ganzen Leben. Ja, Mann, richtig geiles Spiel. Das ist absolut brutal gut. Und da soll auch noch ein zweiter Teil kommen. Und ich freu' mich. Und ich freu' mich. Ja. 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 Die Kisten sind doch noch zu. Hier ist Musik. Ja. Achso, ihr seid schon da. Aber Kevin ist nicht bei ihm. Aha, das höre ich dich für meinen Schletten. Oh, da vorne ist einer. Aber der ist besoffen. Darf ich den töten? Mhm. Klar. Der will sie nicht von mir töten. Der geht den Baum hoch. Na, Kollege, jetzt wollen wir mal weiter. Komm da runter! Ist der nur drauf? Ja. Okay, mal gucken, was passiert. Jetzt springt der runter. Ich springt der runter. Da kriegst du einen Trick vom Kopf, Alter. Mach das nie wieder. Hast mich standen. Du Mist, Sau. Hinter uns ist da auch noch einer. Aber egal. Ja, komm, lass nicht so brutal zu dir sein. Die haben uns ja nichts getan. Können dir auch mal ein bisschen lieb entgegenkommen. In sie. Arschbombe. Hinter dir. Du bist verfolgt. Von wem? Ach, der hat mich gerade gehaucht. Hey! Hallo Streiter. Wir werden verfolgt, ne? Ich mach hier Markierungen in die Bäume, dann weiß ich, wo ich herkomme. Ich bin Hänsel. Ich bin Pinsel. Pinsel und Greta Thunberg. Müssen wir wohl da hoch? Ich hoffe nicht. Sag mal, was sind hier überhaupt? Wo lauft ihr denn hin? Da ist doch gar nichts. Ja, wir müssen hier jetzt so einen Berg umrunden. Wir kommen aber den Abhang nicht hoch hier. Ja. Ich hoffe, wir kommen da am Strand irgendwie rum. Können wir das nicht... Kann man sich mit einer Seilbahn nicht hier sowas bauen? Oh ja. Stimmt, eigentlich. Obwohl, ich glaube, wir kommen nicht so hoch damit. Oh, können wir den jagen? Können wir den fressen? Oh, ich hab den Kopf geschossen, glaube ich. Nein, ich hab das... Und der Low Court Mila gehauen. Nee. Ey, guck mal hier. Er ist hier unter Wasser. Guck mal, der älstlich schwimmt hier. Gut, vielen Dank für den Primes ab dem 15. Dankeschön. Oh. Der ist gerade untergegangen, der ist jetzt... Hörst du ihn nicht? Kampeln? Nee. Wo ist denn hin? Hier. Ah, da. Hörst du? Ich... Da... Ah, wie armen, ich bin's. Junge, ran da. Einfach ein U-Boot. Boah, den Kamer... Cool, viel Fleisch der hat. Was ist denn hier passiert? Jetzt gibt's erstmal Frühstück. Junge. Die haben ja super viel Essen. Ah, lecker. Aber die musst du eigentlich braten, oder? Ja, kannst du auch rufressen. Komm. Oh Gott. Schon wieder einen Pfeil verloren, ey. Ja! Bei mir ist gerade das gruseligste... ...geräusch... Ich komm. ...was ich je gehört hab. Ich beschütz dich. Schlimmer als ich, wie auf Klo. Das ist wie du... Oh Gott. ...bei im... Du weißt schon... Was war denn das? Gibi Gobbler hinter dir. Oh Gott, hinter dir. Der verfolgt dich. Der pusht dich. Ja, egal. Jetzt pusht er mich so. Die studieren auch unser Verhalten, wenn sie. Die atmet irgendwas. Ganz komisch. Ja, was denn? Mann, Gibi Gobbler. Nicht du. Oh. Wenn die mich nicht angreifen würden, hätte ich die immer in Ruhe gelassen. Aber die beißen ja mich. Oh, guck mal. Da kommen sogar noch drei grüne Punkte. Oh Gott. Wir werden verfolgt. Von einer ganzen Horde. Hallo, Hato. Ja, aber hier oben atmet irgendwas ganz... Ja, hier ist der Gibi Gobbler. Nee, nee. Hier ist was anderes, das atmet. Warte. Das ist meine Mutter. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Das ist links, das ist hier. Lass mal hingehen. Irgendwo hier. Hier in dem Dorf, da ist einer gefesselt. Oh. Irgendwie die ganze Zeit. Was ist das? Da ist doch keiner gefesselt. Der ist einfach nur groß. Warum rennen die weg von uns? Schlag alles zusammen hier. Die genau wissen, dass wir hier... Das kostet einen Kleinschlag. Der rennt weg. Da sind super viele im Wald. Oh, da kommt noch ein dicker. Oh nein. Du hast mich ge... Du hast mich geweckt. Hey, Junge, ich hab den im Kopf geschossen. Aua. Aua. Ach so, ich hab gar kein Pfeil mehr. Oh, ich bin fast da und Hilfe. Ich hab ihn. Oh, da ist noch... Ich muss Medikamente nehmen kurz. Ich bin sowas von tot. Ja, wo ist mein Pfeil? Ich hab den auch schon sehen aufgehoben, Mühler. Ich krieg ihn nur für Fresse. Hab dich, Pinsel. Den Pfeil kriegst du gleich wieder, Mühler. Warte, ich schieße den Boden, okay? Was ist denn das hier? Oh, pass auf, da ist noch einer links von dir hinter dir, Binsel. Hier, Mühler. Liegt. Danke. Alles so kurze, kleine Schlagen. Aber was hat hier rumgeschrien? Hängt ja im Baum da ein. Wer? Wo? Die Rüstung dann nicht lieber ausziehen? Benutzt du nicht die Armbrustpinsel? Ich benutze alles. Oh, da kommt noch ein, ne? Dann gibt's auch noch. Guck mal, hier, da. Ja, der rennt aber weg. Sollen wir weiterlaufen? Jo. Ich werde mal kurz Tabletten holen, bevor der Chat gleich komplett ausrastet. All die Klappe. Schade, Piss. Kann jemand... Ich tu das da, kann man ganz weit machen, let's go. Kann mir jemand sagen, wie man, ähm, ein Feuer baut? Er muss den Stock in der Hand nehmen und dann auf den Boden gucken. Ich glaube, Houston, we have a problem here, ne? Müssen irgendwie auf den Berg kommen. Können wir hier nicht mit der Seilpistole arbeiten? Ja, du musst, um den Haken zu platzieren, musst du relativ nah an dem Objekt stehen. Ach, warte mal, da kann man bestimmt hochsliden. Ja, sag ich doch. Ja, kein Problem. Hier, auf der rechten Seite geht, hier. Hier. Ja, ging auf jeden Fall. Jo. Dank, Junge. Komm, Loco. Ich komm. Oh. Gib die Gobbler mit nem Mutantenhelm. Oh, Mann, die Mutantenhelme. Ich wünsche etwas... Ja, ja, ich heal mich. Ich würde gerne das Fleisch braten, bevor es schlecht wird. Ey, Mutanten, Hilfe, Hilfe, ich bin fast down. Hier sind Gibi-Gobbler mit Mutantenhelme. Mehr? Zwei Stück sind da. Holy shit. Ja, Mann. Krass. Was ist jetzt der andere hier? Arschloch. Ich hab kein Klebeboden mehr. Wie kann ich denn das rohe Fleisch hier braten? Einfach draufschmeißen. Ja, weil ich kann es nicht draufschmeißen. Na klar, du kannst das doch fein setzen. Ah, jetzt... Ah. Ich kann es nicht sehen, weil da irgendetwas anderes im Weg liegt. Ich ess meine Inzeln. Ich ess die Hand. Ich pack auch noch mal fünf Fleisch drauf. Wann ist denn das gut? Du musst gucken. Kann auch verbrennen. Ey, wenn einer von euch den Dings nicht spielen will, dann würde ich die Pfeile nehmen. Nein. Ich kann dir meine geben, wenn du willst. Groß Fleisch gefressen. Ich pack dir den Rucksack. Wie lange? 14 Stück. Nee, das ist fertig. Das kann ich nicht. Warte, ich geb die. Boah, Mila, du schon mal zwingend. Ey, warte, warte, die fliegen weg. Die fliegen weg, Logo. Oh nein. Die sind alle neben Mila links. Okay, dann kannst du vielleicht... Dann sind die gecappt. Wahrscheinlich auf 20. Nee, 15 habe ich. 15, ja. 15 auf 15. Auf 15. Ich hab da gehört, 15. Okay. Hab die jetzt alle... Moment, Schwager hat mir geschrieben. Warte, mein Essen. Ups. Oh. Oh mein Gott. Das war doch so. Ich weiß auch, ich wollte... Ich wollte eins... Ich wollte eins dazulegen. Und dann hab ich einfach ein anderes gefressen, weil ich falsch geguckt hab. Warte mal, hier hab ich noch Großfleisch. Ja. Was ist passiert? Mila hat ein... Mila hat mich... Mila, ich hab nichts gemacht. Du hast einen Pfeil. Das war Curtis. Einer muss den aufhören, Mila. Du. Wie, du hast den doch abgefeuert. Ja, aber der... Ich bin voll. Du kannst den... Dann musst du Pinsel dir nehmen. Hab. Ich bin auch voll. Du wurdest angesprungen, Pinsel, von dem... Ne, wirklich. Hier liegt ein Pfeil. Von einem Pfeil... Pfeilfrosch. Komm, der Loco ist schon wieder ganz wangnass. Nur ein Stück weiter genommen. Loco ist Teamplayer. Am brutalsten ist, wenn da so ein kleiner Vogel ist und Curtis gibt dem einen Headshot, dann kannst du den mit einer Axt einfach einmal hiten und dann fliegen so 40 Federn in die Luft. Das ist vollkommen makaber einfach. Meint ihr, man kann da Laser-Visier auf die Armbust packen? Man kann die auf jeden Fall kombinieren mit... Das steht da nicht, ne? Ne, das steht nicht, ne? Boah, warte mal. Ich soll es probieren. Warte, ich probiere das mal aus. Tone zerlegen erst. Kombinieren. Kombinieren. Überlegen. Wartet kurz. Das wäre richtig cool, wenn das geht. Boah. Das geht. Das geht. Ja, nice. Oh Gott. Oh Gott, wie cool. Aber das bringt es halt überhaupt nicht, oder? Kannst du das überhaupt aus der Hüfte abfeuern? Nee. Das bringt das nichts. Äh, das ist ja voll dumm. Das bringt ja gar nichts. Was hast du denn wieder raufgepackt? Na, mein Laser-Pointer. Aua. Oh. Ey, jetzt renne ich mit meinem Pfeil weg, Junge. Bleib hier, Gibi-Gobbler. Ey, wusstet ihr, dass wir ein Buch haben, wo steht, wie man, was man craften kann? Ja. Ich bin voll vom Mond, ey. Warte, ich muss meinen Schwagen kurz bei WhatsApp antworten. Boah, ich hätte wohl mich schon gucken. Im ersten Teil, ja. Oh, Mila, pass auf, bei dir sind ganz viele Gibi-Gobbler. Ja, ich weiß. Das sind vier Stück. Ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Ich habe keine Angst, ich beschütze dich. Yo, Physix ist einfach völlig broken im Game. Ich komme einfach in den kompletten steilen Berg hier hoch. Ich bin gleich oben. Ah, aber sind das okay? Aber danke fürs Spoilern. Gott. Die sind alle immer böse im Chat. Oh mein Gott, Physix ist hier nicht voran. Komplett ehrenlos. Geh ich diesen Berg hier hoch. Aber warum rennt sie nicht mit uns rum, Pinsel? Ähm, ich wollte den Weg abschneiden, aber ihr seid anders gelaufen. Ich habe auch geguckt, ob ich noch irgendwas craften kann, so. Und habe mir mal das Handbuch kurz angucken wollen, aber da wart ihr schon wieder weg. Ich glaube, ich laufe jetzt Mila nach, wie die den Berg einfach hochslidet. Aber ist ja nur ein Early Access Game, von daher. Ey, das Rotpunkt ist total kacke. Ich glaube, hier oben war nicht so eine gute Idee, oder? Oh Mila, was machst du? Ja, wie? Die können ja mit den Schlitten runter. Die müssen da runter. Ja, okay, dann die Bergziege halt. Da hat gar kein Problem. Junge, hast du das überlebt? Ja klar, gar kein Damage gemacht. Boah, ich bin schneeblend. Oh Gott. Mach das mit Leuchten. Hier in der Ecke, hier in der Ecke. Ja, ja. Mila, geh mit dem Schlitten runter. Wuhu! Aua. Ist mir über den Latschen gefahren. Mammut mal schnell. Nein, nein, das geht nicht. Habe ich ja gerade geguckt. Hat einer Medikamente bei? Ähm, ich habe. Kannst du mir einen geben? Nimm ich die Armbots bei ihm nur kurz auseinander. Dieser Poinders ist vollkommen kacke. Wie ich nicht. Danke. Hallo Silberrücken. Ey, hier ist ein großer bei uns. Der hat eine Gitarre in der Hand. Der hat, nee. Was hat der? Der hat einen Bootmotor in der Hand. Warum? Was ist mit dem, Alter? Warte, warte. Nicht mit mir, nicht mit mir. Warum? Oh, Alter. Hau rein, Finsel. Das ist doch krank. Warum? Das ist doch krank. Da kommt noch ein zweiter. Warum hat der Bootmotor in der Hand? Geh weg, ich habe mich nicht. Okay, dann schlachte den ab. Mila, der ist immer noch hinter dir. Was ist das? Oh Gott, scheiße. Wir sind alle down. Ich helfe dir, Pinsel. Oh Gott, mir geht es gar nicht gut. Können wir den mitnehmen, den Bootmotor? Oh Gott. Oh Gott. Junge. What the fuck? Das habe ich noch nie gesehen. Oh, Mixer. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Wir gehen unter die Map. Oh, was für ein kranker Freak. Ich habe dir nochmal zwei gegeben. Danke. Junge, Junge, Junge. Kommt da mit dem Bootmotor. Ich dachte, der hat eine Gitarre in der Hand. Ja, vor allem die Gitarre. Der muss den ja auch irgendwo hier gefunden haben. Und warum Dings? Wann laufen die so rum, bitte? Dort läuft einer. Ja, und da ist eine Farne. Scheiße, haben wir den Golfplatz gefunden? Buschen. Hier ist der Golfplatz, jo. Aber wir haben halt Winter. Warte mal, hier sind die... Ist das nicht dieses Monument? Warte mal. Warte mal, das war doch auf dem Bild abge... Warte mal. Vielleicht brauchen wir eine Schaufel. Warte, vielleicht ist das der grüne Punkt da hinten. Habt ihr hier mal versucht, die auszulabeln? Ja, wir müssen bestimmt zu dem Punkt da hinten. Vielleicht muss man... Oh ja, hier sieht gut aus. Ist bestimmt wieder so ein Maintenance-Gang. Du könntest hier Golf spielen, das wär geil. Oh, links kommt ein ganz großer bei euch. Der hat irgendwas in der Hand. Der hat einen Bootmotor. Mit ihm. Der kommt auf uns. Ach da. Der kommt auf Pinsen und mich. Ah, der ist bei euch. Hier ist das Zeichen wieder genau bei mir. Oh, der lebt noch. Der lebt noch. Hallo, Bio. Der muss doch tot sein. Um sicher zu gehen. Okay, Pinsen, wir brauchen ein Double-Tap, ja? Okay. Mann, das war so stumm. Hallo, Missi, Bio. Wir haben uns sogar noch so dumm angekauft. Ja, ja. Wir mussten lachen. Ist ein Eichhäntchen im Wasser. Im Schnee. Im Wasser. Ach, ihr seid schon am Graben, okay. Oh, das sieht wieder aus wie ein Bunker. Hier gibt es was Gutes, bestimmt. Ich spüre das. Ich spüre das. Ich spüre das. Können wir schon aufmachen? Oh, jetzt geht es auf der Bums. Hallo, Mila, mach die auf. Das geht so. Das ist die Stärkste. Oh Gott, Mila, ich habe deinen Job geklaut. Du darfst ja erst runterklettern. Scheiße, ich habe zwei Pfeile verloren. Ich kriege ihn nicht auf. Ja. Außer doch. Warum gehst du denn rein, wenn die zuerst runter darf? Ich, das ist automatisch. Achso, ja komm, Mila. Warum geht ihr denn alle jetzt rein? Ich dachte, das zählt nicht mehr dann. Ich wusste nicht, Mila. Ja, dann zählt es nicht mehr. Komm, gib mir einen Freifahrtschein. Ich scheiße die ganze Zeit rein. Ich hoffe, das kreuzert, dass ich das nicht zahle. Weiche von mir, du. Das ist aber schade, dass dann immer das gleiche Layout ist. Oh, meine Grafikkarte schon wieder. Haben die ja wohl. Naja, das ist ja erst mal nur der Eingangsgang, weißt du? Ja. Was sollen die da so großartig anders machen? Oder ist das hier auch? Okay, hier ist was ganz anderes. Geh mal hinten durch. Hier liegt eine Revolver, Alter. Da muss noch fertig gebaut werden. Hier ist auch wieder Drucker hinten. Akkuschraube. Das hier ist einfach nur nicht fertig gebaut. Die sind nicht fertig gebaut. Ich kann keine Drucker-Dings mehr mitnehmen. Oh, hier ist ein Revolver. Das hat der Pinselor gesagt. Ach so. Ich habe nicht zugehört. Aber hat er das nicht verdient. Aber allein schon die Idee, also sorry. Die Frage ist aber, da ist Munition drin. Oh, das war laut. Bei mir war das gar nicht laut. Wollen wir nicht speichern? Nee. Nee, die haben ja noch kein Bett gebaut. Uah, die Decke. Aua. Nicht finishen. Dann spawn ich am Ende der Galaxie. Dass das einfach nötig ist. Aber seht ihr, Leute? Und deswegen heile ich mich nicht. Das ist mir mittlerweile scheißiger. Das bringt nichts, mich zu heilen. Die hauen mich alle wieder klein. Kannst du das hier aufheben? Pinsel, da in der Ecke hier? Oder siehst du das gar nicht? Doch, habe ich. Super. Dann raus hier ab zum nächsten Dings. Aber, aber, aber. Kann das nicht jeder aufsammeln? Nee, wir haben unterschiedlichen Loot. Aber wenn ich mal eins fallen lasse, quasi, dann kannst du das aufheben. Mila, der Weihnachtsbaum. Und nachher mal. Ich habe so Hunger, ey. Ich habe schon Bauchschmerzen. Ich Idiotmacher wieder den Streamarm ohne was gegessen zu haben, ey. Ich habe auch Hunger, aber ich habe gegessen. Okay, wo ist der nächste Punkt? Da in die Richtung. Ah, hier, okay. Am Strand. Da hat er bestimmt auch den Motor her. Der kranke Wichser. Können wir kurz schlafen? Können wir hier nicht. Warum? Du trink Energie. Energy Drink. Ich habe keinen. Oh doch, ich bin schon wieder komplett vollgelotet. Mila, nicht so schnell. Lass zusammenlaufen. Bitte. Also, ich würde mich heilen, wenn ihr... Okay. Hier unten kann man essen. Heile mich? Ja, wir hauen dich nicht mehr. Du bist nicht unser zweiter Kevin. Ein bisschen was fooden. Ein bisschen was snacken. Ein bisschen was snacken, ne? Sollen wir schon wieder so schnacken, oder was? Ja, schnacken wir mal ein bisschen. Ja, schnacken wir mal so, ne? Bis gehen kann man ja auch mal so schnacken. Ja, sicher, sicher. Kann man ja auch mal so machen, ne? Ja, richtig. Ja, richtig. Ich könnte jetzt alle nicht mehr durchquatschen. Mach mal. Ja, verstehst du aber. Ja, was mach doch einfach mal. Luma Lola leider. Luma Luma leider? Luma Lola leider. Was heißt das? Schau mal da. Oder schau mal dort. Mila, jetzt du mit dem Dicken Dirk wieder. Oh Gott. Die Dicke Dirk, die drückt den Dirk, da, den Dicken Dirk, da, die Dicke Dirk. Ja, und ich kann sagen, andere Babanas, die können ja mal Pichur aus Bucucu. Das versteht ihr auch nicht. Ja, das sind Worte, die wir uns einfach ausdenken. Ja. Ja, dass ich gerade übrigens gesagt habe, heißt Hallo, ich wünsche dir und deiner Familie einen wunderschönen guten Tag. Und ich hoffe, dir geht's gut. Und im Endeffekt hat es sich angehört, als ob du mich und meine Familie komplett getestet hast. Nein, hab ich nicht, schwöre. Der hat meinen Namen gesagt. Der hat Mila gesagt, ne? Ja, der. Mir! Warum haben die einfach meine Voice hier benutzt für ihr Spiel? Oh, ist der stark. Der hat aber, wo ist der? Oh, noch einer? Noch einer? Ich war wieder fast tot. Hier ist noch einer gewesen. Hier wird auch noch einer. Hm. Und Chino? Ich bin so, ich soll nicht fragen, ob du aus dem westlichen Saarland kommst. Äh, ich komme aus Nähe Saarbrücken und habe später in Märzig gewohnt. Wo das ist, westlich-südlich keinem Land. Lu, mu, lu, leider ist nämlich saarländisch. Ey, weißt du, sagt mir so, alle rennen vor, alle. Aber ich soll nicht vorrennen. Mada, der ruft dich schon wieder. Der ruft schon wieder. Ja, ich möchte jetzt nicht. Ja! Mada, drück mal B beim Rennen. Aber dann musst du es mit B wieder wegdrücken später. Sonst rutscht du unendlich weit. Ja, mach kaputt, das Zelt. Geht nicht? Hallo, Real Magic. Warte mal, lauf mir richtig, wo es auch da oben würde. Ja. Bukilu! Gibt auch die Löffelsprache her. Weiß ich aber nicht mehr, wie die gingen. Boah, weiß ich auch nicht mehr. Das ist ja ewig her. Löffelsprache. Ich kenne die Löffelchenstellung. Ich bin immer der Kleine. Ja. Und ich bin der Dritte. Du bist in der Versuchersitzel immer, Junge, Alter. Ich schließe mich einfach dann zu. Ich sag doch, du bist Eugene. Der hat auch mal durchs Schlüsselloch geguckt und so. Ja. Same. Der hat doch die Dings beobachtet in der Serie, wie die Knicki-Knacki machen. Oh, hier ist ein Gräber. Oh. Ich bin tot. Warte ich es mal nicht. Falsch haben. Komm. Ähm... Ich höre... Falsch haben. Rampinsel, ich guck. Ja. YouTube. Oh, hier können wir ein Graben. Jeder kriegt sein Graben, okay? Dennis, danke für den Wies am 48. Ich hab so Hunger, ich hab schon Magenkrämpfe. Aber ich bleib, Shad, nur für euch. Ich kann nachher noch was essen. Ich hab ein Seil. Ich hab ein Seil und Tuch. So. Ich hab Drahtgeld. Hier ist noch ein Grab. Dankeschön, Dennis. Oh, du hast ja sogar das First-Badge, Alter. Musst du halt auch mal wieder neu verteilen. Da sind wieder welche inaktiv. Ich könnte ja First sein. Ja, das dauert aber lange, bis du in der Liste auftauchst. Egal. Oh. Tür ging auf. Die Karte hat gepasst. Wir haben einen Bunker gefunden. Oh. Chucky ist müde. Oh, hier ist Virginia. Ich geb dir mal jetzt eben... Ja, gib dir mal ein GPS. Warum hängen die hier ab? Wie? Ey, warum hängen die weg? Haben wir die noch nicht befreundet mit der? Boah, immer noch nicht. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Oh mein Gott, scheiße. Dann hätte ich die Axt wegkleben müssen. Liegt Klebeband. Bin sie, komm. Ja. Oh, Leck. Ja, bei mir... Oh, schon wieder. Ja, weil die Map geladen wird hier, glaube ich. Die scheint sehr groß zu sein. Oh, Leck schon. Geht hier auf. Hau mal rauf. Ja. Nein. Boah, so macht das Spiel viel mehr Spaß, wenn man in den Kopf geht. Warte mal. Aber mach mal... Thomas ist wieder da. Hier müssen wir tauchen. Das sieht aus wie ein Flughafen, ne? Ah. Oh, Koffer. Überall dieser Schleim an der Tür. Ja, wie bei mir. Ich hätte mal einen schwarzen Sitz. Ne. Oh, da ist ein Teddybär oder sowas. Oh, meiner! Nein, nicht dahin! Das ist eine Falle. Warte, ich gucke erst, ob der in Ordnung ist. Und? Ja, okay, jetzt kannst du hin. Kann man den mitnehmen? Ne. Ich hätte ihn nicht genommen, ich wollte nur gucken. Das wäre cool, wenn sowas ein Jumpscare wäre, Mila. Ja, Mann. Deswegen wollte ich sagen, warte mal lieber. Ich wollte nicht, dass du jetzt die stürmselendig... Oh, oh, Blut. Irgendwas ist hier passiert. Hier ist Patsche, Patsche. Das erinnert mich an Resident Evil, wo diese Slicker... Junge, diese Untergrundbunker sind richtig gruselig, Alter. Wird auch erst rechts gehen. Hier geht's. Tja. Kennt ihr von Resident Evil die Slicker? Oh, hier ist ein Fußballplatz oder so. Oh, Kicker. Oh Gott, was ist denn hier los? Ein Bett? Fußballplatz. Ja, Mila, deine Schuhe. Ja, speichern. Guck mal, dein Schreibtisch. Milas Schreibtisch. Ihr könnt hier speichern. Ja. Aber was ist denn dahinter? Oder soll das... Ist das ein Spiegel? Ein Kaputter? Ist nicht. Kinsel hat was gefragt. Was? Du hast irgendwas gefragt. Wo kommen wir? Wir können nicht weiter, von da kamen wir. Was habe ich denn gefragt? Weiß nicht. Warte mal hier. Ja, hier. Hier, links. Ein Radio. Oh, yeah. Ja. Sehe ich aus wie James Bond? Ja. Mit der Charlie-Pistole? Ja, sieht cool aus. Irgendwann ist rechts neben uns noch. Ja. Oh, hier ist Blut am Kopfkissen. Boah, hier ist Museum. Oh, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Oh. Das ist erst links. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier oben. Hey, hier sehe ich nichts. Nee, hier... Aber was ist denn das für Bilder? Meinst du, die sagen irgendwas aus? Nee, ne? Weiß ich nicht. Oder sind das diese Speckwürfel? Sau. Das sind diese Speckwürfel, die wir immer auf dem Teller finden. Hier sind überall Würfel. Wie auf dem Bild in der Höhle. Das war auch ein Würfel, in dem der Mensch gefangen war. Ein Speckwürfel. Ja, kann nur sein. Boah, ey, ich muss so eine Schaukel haben. Boah, das ist die Fickschaukel von Ikea. Der Schnacki heißt der. Oh, hier ist noch so ein Hass. Hallo? Oh. Oh. So? Der hat sich hier ne aufgehangen. Oh, Alter. Komm, wir machen ein Moving Man. Warte, 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 was hab ich gefunden? Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Hier liegt Munition und Geld. Was hab ich gefunden? Guck. Die Shotgun liegt hier. Oh. Wo ist die? In der Kiste oben, bei dem Haken. Kombinieren. Ich brauche noch einen zweiten Laser. Hier ist noch ein Laptop. Boah. Ich will damit schießen, okay? Jetzt schießt auf den Typen. Welchen? Boah. Äh, die war schalldämpft. Echt? Die ist schall gedämpft, hört ihr das? Nee. Ist die bei dir ganz laut? Geht so. Ob man den abmachen kann? Oh, ich hab Laser drauf. Ich mach Taschenlampe da drauf. Hier hab ich. 20 Schuss. Ich bin ready. Jetzt kann es losgehen. Hä, mit was für einem Laser hast du denn da drauf gemacht? Ich hab den von der Pistole abgemacht. Nö, der geht bei mir gar nicht drauf. Hast du den Aufsatz mitgenommen? Welchen? Ja, aber wo ist der? Ah, hier. Ja, ja. Jetzt. Stimmt, da muss ja mal der Aufsatz drauf. Kann man da nicht da dran machen? Nee. Tittert dir aber die auch so, wenn du Taschenlampe und Shotgun in der Hand hältst? Und haben die auch Schweißperlen, die Shotgun? Oh, hier liegt noch Munition hinten. Und ich hab nen Bug. Warte. Ich hab die ganze Zeit meine Schrolflinte in der Hand. Und ne Taschenlampe. Und jetzt mein Beil. Hä? Alter. Yo, let's go, Junge. Nein, das ist nicht richtig. Gut, mach mal keinen Aufsatz. Boah. Okay, jetzt können wir starten. Ähm, okay. Bevor wir jetzt weitergehen, lass mal ganz kurz überlegen. Gehen wir hier durch die Wand? Gehen wir in das Becken, wo man schwimmen konnte? Egal, ich bin glücklich. Oder noch den anderen Weg, den wir jetzt eben nicht gelaufen sind. Wie, wir sind doch hier im Weg gelaufen. Ne, da gab's noch andere Abzweigen, sind wir rechts abgebogen, anstatt links. Ja, dann gehen wir zurück, weil hier geht's ja nicht weiter. Da geht's weiter. Ja, hier ist ne Höhle. Ja, dann lass erst zurücklaufen, wenn da noch ein Weg war. Oh, und hier sind diese Tore. Mila, Pinsel, Loco. Dann lass doch mal zurückgehen. Du musst dir Pinsel zeigen, wo der war. Du musst erst einen Arm finden. Können wir erst eben kurz alle hier zum Bett gehen, einmal speichern und dann neu starten? Hä? Okay, speichern. Kannst du weiter weiter gerade? Äh, ja, ja. Kannst du hier speichern nochmal? Ich kann hier nicht speichern. Doch, ich kann hier nicht. Ich nicht. Von hier, von der Seite. Und Mr. TNT, danke für den Prime Sub, der Herr. Ich kann die Waffe nicht mal wegmachen. Dankeschön. Ja, das ist ja auch mein Problem. Ja, aber ich kann nicht speichern. Äh, spring mal auf die Seite. Drück mal G. Passiert nix. Drück mal 1. Aber ich hab grad bei dem anderen Bett gespeichert. Kannst du ins Inventar? Nein. Kannst du hier nicht hoch? Nein. Doch, hoch kann ich, aber da kommt keine Speicheroption. Warte, warte. Ich mach mal eben das Dings auf hier, wenn ich dir was geben will. Hä? Das geht auch nicht. Aber das ging doch gerade. Du bist komplett verpackt jetzt. Ja, egal. Dann lass restarten, weil ich hab hier vorne gespeichert. Aber ihr, speichert ihr. Ja, ja. Oder lass mich mal da und klein mich mal eine ab. Ich hab eh keine Rüstung. Klein mir im Kopf. Ja. Du musst mich jetzt aufheben, aber, ne? Okay, jetzt geht wieder. Haha. Jetzt kann ich auch speichern. Hab ich. Sehr gut. Habt ihr auch beide gespeichert? Loco und Pinse? Ja. Okay, der arme Nostrum. Oh, was für süße Schuhe. So, warte es mal ein bisschen. Danke schön, Step Your Brain. Oh, was ist passiert? Warum laden wir jetzt neun? Ja, du habt ihr gespeichert? Ja, ja. Weiß ich nicht wie Mila. Aber warum connecten wir ganz neu? Äh, weil, weil ich der Host war. Ja, aber warum bist du rausgegangen? Na, hab ich doch gesagt. Ich hatte nen Bug. Achso. Wir hätten dich ja auch. Wir hatten die Keyfeile-App. Ach gut, das steht hier. Ein Keyfeile-App. Ähm, kann ich eben auf Klo gehen? Ja. Oder können wir mal so fünf Minuten, ganz kurz fünf Minuten, du brauchst fünf Minuten, um zu pinkeln? Ja. Boah, der geht schon wieder ne halbe Ewigkeit. Ich wette, es wird hier nicht. Keiner, gute Nacht und vielen lieben Dank für 3.33. Schlaf gut. Danke schön. Mach dich ab, Junge. Wie komm ich denn hier? Mila muss dich wieder einladen. Okay, dann warte ich jetzt einfach. Aber muss ich hier beenden oder wie? Weiterspielen. Muss man hier rausgehen? Ich lass dich gleich ein. Du kriegst gleich ne Benachrichtigung. Ich lass das einfach so stehen. Lass uns gleich. Einladen. Willst du mich auch ein? Klar, klar, klar. Ja. Ja. Aber du hast ein Loco nicht eingeladen. Doch, hab ich. Guck mal, mein Avatar voll süß, ne? Kleine Affe. Hm, kleine Affi. Können wir so lange über damals reden? Nein, Oma. Welches damals? Ach, die will wieder über GTA Live reden. Ärgert mich. Eigentlich will die da gar nicht drüber reden. Ich war nie auf GTA Live. Naja, du hast angefangen auf Designated. Designated, ja. Schlimm. Schlimm. Sehr schlimm. Aber hey, wir alle haben ne Vergangenheit, wo man ein Teil von der dunklen Ecke war, oder? Mhm. Auf der man immer gezeigt hat und sagte, geh bloß nicht da. Ich bin ja immer noch der Meinung, wenn man heute ein Buch machen würde und das irgendwie so Green Blackwater oder sowas nennt oder Grove Blackwater oder New Blackwater und diese ganze Story, die wir damals erlebt haben, auf GTA Live irgendwie aufschreiben würde, dann wäre das ein richtig krass gutes. Mit einem Lench als Hauptdarsteller, so als Polizist, der aus Deutschland kam, der ins PD gegangen ist und in PD waren alle korrupt. Und dann diese Firma gegründet hat und dann am Ende selber mit irgendwelchen Gangstern, was er nie wollte, zusammengearbeitet hat, Alter. Und die ganze Stadt oder die ganze Insel kontrolliert hat mit Kriminellen. Mit einer Frau, die bei der Bank war. Oder die der Bank, eine Privatbank gehörte. Die aber eigentlich beim FIB war und so ein Scheiß, Alter. Das war richtig heftig. Bis heute auch unübertroffen, die Story. IP-Communities bestehen zu 90 Prozent, gehst du bloß nicht in die Ecke? Welche Ecke? Na, die dunkle Ecke. Man hat immer gesagt, halt dich fern davon. Ja, große Distanz, ne? Ja, aber was hätte ich denn machen sollen? Bei euch musste man eine halbe Lebensgeschichte schreiben, um auf den Server zu kommen. Auf All-Tanit, ja, das stimmt. Ich bin da erst drauf gekommen, als ihr nur diese Fragebögen da hattet. Ja, das war später. Als der von Dings gebannt wurde und der auf... Ah, wo hat denn der nochmal gespielt dann? Der musste auf GTMP und dann auf... Disney-Server nochmal... Ehemals bei Alternate Ruhrpott Live. Wie hieß denn der in GTA? Dirty Gaming, als das stimmt. Der musste auf Dirty Gaming spielen. Weil er bei der Mod geblacklistet wurde. Und als er dann wieder kam und gesehen hat, dieses lockere IP auf Dirty, hat er gesagt, ja, jetzt machen wir auf Alternate. Also sollen wir auf Alternate auch ein bisschen lockerer machen. Dann haben wir alle gesagt, ja, let's go, lass machen. Und dann wurde die Whitelist einfacher. Aber das Niveau war trotzdem noch hoch. Ja. Da waren echt gute Leute drauf. Ja, die war richtig witzig, ey. Da waren auch so gute Fehler drin. Plötzlich in einem LKW saßt und so... Bei Dirty war das doch, oder? Ich weiß es nicht mehr. Doch, du warst mit dem Holling unterwegs und so und auf einmal warst du in so einem LKW. Achso, ja, mit den Porten. Ja, ja, da gab es einen Clip. Das war so gut. Lila, warum startet das Spiel nicht? Weil wir noch auf Dings warten. Achso. Wollte nicht die Bennys Seite am Anfang, Alter. Das war oberlustig. Wo war ich denn da? Nach Dirty Gaming? Und dann nach Homestead. Und danach? Ich weiß selber, kam nach Homestead eigentlich. War da dann schon Unity direkt? Ja. Ich glaube schon. Ja, dann hattest du so eine lange Pause. Ja, wir haben neuneinhalb Monate auf Unity gespielt, Alter. Keine Season, oder so neuneinhalb Monate. Das hat sich null entwickelt zu der Zeit gefühlt. Und auf Unity hatten wir nicht... Na klar hatten wir so Storys, so mit dem Tye, mit dem Fischer und alles so ein bisschen so. Aber keine... Nicht ansatzweise so Story, wo man sagt, boah, ich werde mich in zwei, drei Jahren noch daran erinnern. Homestead war Ende, lange Pause und dann Unity, ne? Ja. Ja, stimmt. Ich war gar nicht auf so vielen Servern. Und nach Unity dann Sektor Season 3. Obwohl wir ja schon im 90er Setting da waren, kurz. Aber da hatte ich ja so richtige Performance-Probleme. Und hab gesagt, okay, das kann ich nicht streamen. Ja. Ja. Vor allem war ein wenig Storys zu Ende gespielt auf Unity, Alter, stimmt. Ja, wir hatten ja da Peanut, Twinkie noch und so. Da haben wir ja auch nochmal, glaube ich, einen Monat oder so gespielt. Und dann haben wir gesagt, selber. Egal, wir machen in der P, keiner geht drauf ein, Alter. Ach stimmt, Nifty auch noch, Nifty auch. Spielzahl S 3.0. Ich werde nie wieder Homestead betreten. Selbst wenn es keinen Server auf der ganzen Welt mehr geben würde, würde ich da nicht drauf gehen. Ich glaube, das ist auch nicht mehr so gut, wie es damals war. Vom Technischen her ist der top. Ja, das schon. Wie lange geht denn der pinkeln, Alter? Und der Jahre. Stimmt, Nifty war auch geil, Alter. Die zwei, drei Wochen, die wir da gespielt haben. Okay. Da ist er doch. Und bei Nifty war das erschreckende... Wir hatten kaum mit anderen Leuten zu tun. Wir haben nur unter uns erpäht. Mit diesen NPCs und so. Und hat er trotzdem Bock gemacht. Ja. Okay, jetzt kannst du mir einen. Origami-Absperrung. Boah, das waren wilde Zeiten. Dem Holik geht es übrigens gut, ne? Falls das irgendwen interessiert. Ich schreibe ab und zu mal im Discord mit dem. Ich kenne den gar nicht. Mir antwortet der gar nicht mehr. Das war der Typ, der OG von den Ballers damals. Mit dem haben wir auch viel durchgemacht. Manki Park war absolute Rotze, Alter. Tut mir leid, dass ich das im Nachhinein so sagen muss, aber wart. Komplette Rotze. Und der Holik hatte eine sehr tiefe Stimme. So richtig, war richtig cool. Wen kennt man? Oma sagt, Mila kennt Holik. Kennst du dich bestimmt. Auf Homestand hast du den bestimmt mal getroffen. Da war der auch OG, der Ballers. Aber dann, I don't know. I can't remember. Okay. Kann losgehen. Oh, hier ist noch ein Zettel. Was ist Burn Demons? Ey, meine Schrotflinte ist weg. Ja, da müssen wir gleich zurück, das war ja... Du hast in der Hand. Ja, guck, hier ist noch ein Zettel. König ist. Ja, warte, wo? Hier. Mann, ey. Ey, das wünsche ich echt niemanden, diese Scheiß-Energie. Burn Demons. Hier liegt noch Shotgun, Moni, in der Küche. Kreuze verbrennen Dämonen. Oh, Moni ist wieder da bei mir. Ja, die Shotgun. Und Shotgun. Ich fick den Moni. Das haben wir auch noch. Okay, ganze Loot ist respawned jetzt. Ja, das ist immer noch im Speichern, so kannst du die upen. Einfach nochmal einen Shotgun. Ja, du kannst die... Kann man die Nummer mitnehmen? Nee, nee, nee. Das hätten wir dir Dings gegeben. Ja, toll, mein Laser-Visier ist weg. Ist er vielleicht wieder auf der Pistole? Nee. Und der Dings ist auch weg. Der Aufsatz. Scheiße. Aber die hast du doch bei der Pistole gerade. Der Aufsatz lag noch hier drüben. Wo? Hier in der Küche. Irgendwo. Was macht eigentlich deine ganze grüne Crew? Die chillen. Wir sind... Ich habe immer noch mit allen Kontakt. Also mit fast allen. Außer der Opa, den gibt es nicht mehr. Was habt ihr denn hier auf die Shotgun rauf gemacht? Ja, den Aufsatz, der hier liegt. Hm. Speicher jetzt. Aber mein Taschenlampen-Ding ist auch weg, ja. Und was die machen ja, die spielen, ne? Jamar spielt mit Demba so Handschaulern und so. Oh mein Gott, ich habe mich jetzt selber verbackt, glaube ich. Ich habe die Shotgun gelootet, den Aufsatz rauf gemacht und nochmal den Aufsatz gefunden. Ich habe jetzt nochmal diesen Aufsatz in der Tasche, obwohl es schon auf der Pumpkan drauf ist. Okay, wir können weiter. Nee, wir müssen... Aber hier rum. Hier hinten rum. Ach stimmt, wir wollten nochmal da gucken. Da gab es noch einen anderen Weg. Und davor gab es ja noch einen Teil, wo man schwimmen konnte, ne? Oh, hier ist noch ein Buch. Gerettet. Aber die kann man nicht aufmachen, habe ich schon geguckt. Scheiße, Loco, wo gab es denn den Laser nochmal? Äh, wo sind wir hergekommen? Den Laser gab es bei unserer Base. Bei den... Nee, Quatsch. Äh... Guck mal, ob der auf deiner Pistole ist, Curtis. Nein, ich habe ja geguckt. Boah, wir haben so ein Hotel bei uns in Oldenburg. Ich glaube, in irgendeinem Gang, den wir ausgebildet haben. Und da, da, ähm... Gibt es auch so, so... Themenräume. Ja. Mit Nordsee, mit, äh... Mit Kino auch. Dann ist da auch sowas wie hier. Und... Megageil. What it, Freunde? What it? Oh, ich muss essen, trinken. Ich auch. Also, Oma hat gerade einen Clip gepostet. Die sagt, du kennst den, Holik. Okay. Oh, wo sind wir denn hergekommen, Mensch? Guck mal, das kann sein. Hier war das nicht. Ach, Klingelabjus. Das war der, der das damals... Hey, warte mal. Okay. Warte mal. Sind wir nicht von hier gekommen? Äh... Ist eingestürzt. Wir können gar nicht suchen. Nee, nee, hier nicht. Wir sind hier vorne. Links. Genau. Hier sind wir hergekommen. Ah, ja. Ja, super. Dann gab es nämlich... Hier hoch. Dann gab es noch einen anderen Weg. Und zwar... Hier kommt gleich, glaube ich, Klingel. Weißt du, welche ich meine? Ja, da kann man... Man konnte einmal schwimmen. Nee, nee, das Schwimmen meint... Man konnte auch noch einmal eine Treppe hoch. Man konnte noch einmal einen anderen Weg gehen. Ja. Ist hier wieder alles spriebsbund? Hier konnte man schwimmen, oder? Nee, hier ist aber eingefroren. Weil wir Winter haben. Nee, da müssen wir zurück. Ah. Aber hier geht es doch wieder raus, oder? Ja, aber hier geht es auch mal... ...noch mal eine Treppe hoch. Und? Oui. Ach, stimmt. Oh, oh. Warum ist das so dunkel auf einmal hier? Nee, warte. Jetzt sind wir... Nee, jetzt sind wir am Eingang. Jetzt sind wir am Eingang auch. So, und dann sind wir runtergegangen. Runter? Ja. Und dann kann man... Da kommt man nicht durch. Da kommt man nicht durch. Ja, dann gibt es keinen anderen Weg mehr. Der Pinsel. Aber man konnte hier schwimmen. 100 Prozent. Ja, aber dann ist es jetzt eingefroren. Dann müssen wir hier nochmal kommen, wenn es warm ist. Okay. Und was ist noch... Aber dann gab es trotzdem zwei... ...wege. Man konnte einmal die Treppe runter rechts und einmal links. Ich bin doch nicht doof. Auch nicht. Ich meine das aber auch, aber... Du bist nicht so, sagt der mit der Tauchausrüstung, der hier rumrennt, Junge. Jetzt siehst du, dann war ich doch eben im Wasser. Das ist schon die ganze Zeit an. Da geht es nicht so anders lang, außer im Wasser. Wir müssen halt nochmal hin, wenn der Winter vorbei ist. Wir müssen nach links. Ja. Dann machen wir gleich so ein GPS. Ah, nee. Ich weiß, was ich meinte. Ihr seid jetzt nach links gelaufen. Den Weg hier meinte ich. Weil eben... Aber den sind wir ja lang gelaufen. Ja, aber da konnte man noch rechts gehen. Wir sind hier schon lang gewesen. Das war meine Schuld. Alles gut. Ich dachte nur nicht, dass dann noch irgendwas ist, was wir verpassen. Lieber einmal zu viel geguckt, als zu wenig. Also hier war ein Zettel, Kreuze verbrennen Dämonen. Dämonen. Und hier ist eine Tür. Und die Tür sieht aus... Hier braucht man eine Schlüsselkarte. Hä? Ich benutze die? Warte mal, wir müssen bestimmt irgendjemanden finden, und dem die Hand abhauen. Und da reinsetzen. Komm ich da durch? Wir müssen... Nee, wir brauchen mal eine Schlüsselkarte. Nee, du brauchst eine Hand. Du musst irgendjemanden finden, und dem die Hand abhacken. Ja, da ist auf jeden Fall so ein Arm. Vielleicht so ein Arm mit so einer Schlüsselkarte kombinieren, oder so? So, wir wollen nochmal wiederkommen. Die skippen bestimmt unten in dem Wasser, sag ich euch. Ey, wo rennt ihr hin? Hier geht nicht weiter. Na, zurück. Hier geht's ja nicht weiter. Oder diese Leiche, die da in dem Raum hängt. Vielleicht kann man dem die Hand abhacken. Oder der Pin, komm mal her. Ihr rennt viel zu schnell weg. Ja, aber da ist doch kein Weg mehr. Ja, komm mal her, ich zeig dir jetzt mal. Gamer-Taktiken. Ja, dann mach mal. Ja, duck dich mal hier. Nee, nicht sowas. Ja, nee, du willst ja rumwagen. Ich schieb dich da durch. Nee. Das geht doch nicht. Ist 100% dort, wo es jetzt kalt ist. Ja. Wir könnten so lange schlafen bis Frühling. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, komm, wir pennen durch. Ja. Wir können zehn Tage schlafen. Warte, welchen Tag haben wir denn? Haben wir genug Essen dabei? Ja, wir können ja sofort wieder schlafen. Wir haben 13. Also, wir haben jetzt Tag 13. Dann sind das bestimmt noch gut zwei, drei Tage. Ja, komm, einfach pennen. Ich bin wie ein Murmeltier, Alter. Und wieder schlafen. Ich bin einfach ein Murmeltier. Und wieder schlafen. Aber wir sind immer noch bei Tag 13. Jetzt sind wir bei 14. Okay. Also dreimal schlafen ist ein Tag wahrscheinlich. Schlafen bitte. Ich kann nicht. Ah, doch, jetzt. Aber das ist, das soll man abusen, ne? Einer fehlt noch. Zwei. Jetzt sind wir bei 15. 15. Ich würde noch einmal machen. Okay. Und dann wie lange checken. Nee, aber warte mal. Ihr habt gesagt, am elften Tag ist Winter gewesen, ne? Wir haben Frühling gestartet, oder? Das heißt, theoretisch müssen wir doch dann bis zum... Okay. Lass mal jetzt einfach checken, ob das noch anders ist. Sind wir 16? Nee, 15. Dann lass noch mal bis 16. Okay. Wir sind halt einfach Murmeltiere. Dann machen wir hier ein gemeinschaftliches... Ja, wir machen Winterschlag. Frühstück. Jetzt sind wir 17. Oh nein, mein Fleisch ist verrottet. Ja, Meals einfach essen. Oder Katzenfutter. Ja, oder Katzenfutter. Oder Instant-Nudeln. Ich bin knusprig. Warte mal, das ist total dumm, dass wir jetzt gegessen haben, ne? Ja, warum? Na, ganz einfach. Wenn es jetzt noch zugefroren ist, müssen wir nochmal schlafen. Ja, ich habe so viel Essen. Fünf Tage sind es pro Tageszeit, seit wir Silberrücken. Da müsste jetzt Frühling sein. 100. Nee, nicht, Mila. Hier rechts, hinter dir. Hinter mir? Ah, stimmt. Rechtsrum, einmal hoch. Ist aufgetaut. Oh Gott, man kann hier nicht schwimmen. Oh mein Gott. Das Wasser ist zwei Zentimeter hoch. Heiz, Maulpinsel, Alter. Oh Mann. Oh mein Gott. Ähm, ja gut. Aber die Idee war gut. Die Idee war gut. Wird ja sein können. Egal. Ach, du, vielleicht findet man den Arm, weil wir haben in derselben Höhle auch die gelbe, ähm, Dings gefunden, wo die Tür war. Oder, pass auf, jetzt hat der hier einen Arm liegen. Der hat gar keinen, dem fehlt die Hand. Ja, gar nicht, die blutet nur. Wir müssen jemanden die Hand jetzt abhacken. Da muss doch irgendeiner rumlaufen. Vielleicht? Was ist denn, wenn wir einen töten und dem... Ja, genau. Äh, da vorne ist was, da hinten. Hier hinten ist irgendwas. Seeg, oder? Ein Pia. Seeg, ja. Ich glaube, das ist so Dinger, da wo Leute aufgespießt wurden. Vielleicht finden wir da die Hand. Ansonsten töten wir so einen Zombie und machen die Hand dann da ran. Was ist denn das hier? Hier liegt eine E-Gitarre oder so. Hören die mit? Nee. Warum zittert meine Shotgun denn so? Das hatte ich vorhin auch, wegen deiner Lampe. Du musst wegpacken und nochmal rauskommen. Ist dir nix? Nee, das ist so ein... Das ist so ein Helipad. Äh. Kann noch jemand Druckerpatronen aufsammeln? Du hast doch kein Helipad, Mila. Doch, da ist doch... Du bist so schlau. Ja, ich hab meine Momente. Hier sind nur Drucker. Ich hab meine Momente. Also, das ist mit aufsammeln die unnötigste Leiter, die ich je gesehen hab. Jetzt gibt's Möwenfleisch. Warte mal, aber wenn ihr in der Leiter ist, vielleicht ist hier... Vielleicht ist der... Vielleicht ist der... Arm im Wasser. Was war dat? Hier ist ein Hai! Hier ist ein Hai! Wo? Der hat ne Möwe gefressen. Wo denn? Der ist im Wasserpinsel. Guck, der schwimmt doch da. Siehst du das nicht? Der schwimmt jetzt zum anderen Steg. Möwe getötet. Möwe ist tot. Nein, schau auf. Ich hab noch ne Möwe getötet. Aber eigentlich ist das... Wenn da ein Hai ist, dann kann das ja auch sein, dass da unten wieder ne Höhle ist, oder? Vielleicht hat der Hai auch... Ja. Vielleicht hat der Hai den auch im Mund, den Arm. Du, dein Arm die ganze Zeit. Hier ist so viel Drucker-Dings, ne? Ja, ich... Kann nix mehr aufsammeln. Ja, ich auch nicht. Wo ist der Hai? Ich hab meinen Schlitten zusammen. Ich hab meinen Schlitten auch zusammen. Oh mein Gott. Ich muss einen neuen Drucker finden. Möwe tot. Sollen wir hier zum anderen grünen Punkt noch laufen? Ja, klar. Sollen wir mal hier im Wasser tauchen? Mal gucken, ob wie was geht? Dann lock mal den Hai an. Wo ist denn der? Oh, den konnte man nicht looten. Haben wir schon mal probiert, oder? Oh, nee. Das ertrage ich nicht. Ich muss raus im Wasser. Kann das nicht. Ich esse kurz Katzenfutter. Das ist für mich das Schlimmste ins Spiel, wenn du unter Wasser bist. Oh, Eier. So kann es dich nicht wehren. Wo sind Eier? Hier von deinen Schildkröten. Die hat Eier gemacht. Wo? Hm, die Eier waren hier. Oh, ganz. Hier liegt ein Stein. Hier ist eine Schildkröte. Ja. Gott, das ist ja krank. Du sollst ja gucken. Aber wir kämpfen hier ums nackte Überleben. Das war notwendig. Ja, Schildkröten sind gefährlich. Aber was sind das für komische Dinge auf dem Rücken? Anemone. Diese komischen... Anemone. Ah, das sieht so ekelhaft aus. Das sind bestimmt noch mehr Eier. Was sind diese komischen Dinger da? Cheat Codes. Organe. M&M's. Vielleicht hat die auch irgendwas gegessen. Sag mal, wie viele... Warum habt ihr denn so viele Schildkröten getötet? Das sind ihr Schweine, Alter. Ich hab keine Einzige getötet. Das war... Loco. Auf brutalste Art und Weise habt ihr die getötet. Loco hat den Ding an Headshots gegeben. Ja, Loco typisch wieder. Ja, klar. Mörder. Oh, da links ist noch so ein Zeltlager oder so. Ja, das fand die jetzt Turtly. Warte mal, ich kann dir die Taschen dann bewegpacken. Ja, es findet einfach kein Ende, ne? Diese Brutalität immer an Spielen. Ja. I don't like. I don't. Vielleicht finden wir hier im Dorf einen Arm. Oh, da, da, da ist auf jeden Fall so ein Mutant. Ja, vielleicht brauchen wir seinen Arm. Hä, das sag ich dir schon die ganze Zeit. Wir brauchen deren Arme. Das war meine Idee, ich hab's zuerst gesagt. Aber ich hab zuerst gefunden. Mila, darf ich den da hinten abknallen gehen? Bitte. Ja, aber ich will dann auch einen abknallen. Ja, okay, komm. Ich will auch einen abknallen. Ich nehm mich auch einen abknallen. Ich nehm den roten, die hier am Lager sitzen. Ich nehm den gefesselten hier. Tagsam! Boah, die fliegen voll weg. Keine Muni mehr. Boah, Arm weg. Nee, Ballen weg. Boah, Biss, Biss. Boah, Biss, Biss, Biss. Also ich hab'n Fuß dabei. Boah, wie viele tote Haie sind hier. Delfine. Oka. Walrus. Oka, du hast meinen Lederbeutel unter die Map getrampelt. Echt? Ja. Ich hab'n Arm. Ich hab'n Arm. Du hast'n Arm? Ja, ich hab'n Arm. Ja, aber auch den richtigen? Ich weiß nicht. Ich hab' mir nur einfach einen Arm abgeschossen. Ich glaub' nicht, dass das der richtige ist. Dann holen wir von dem Roten hier den Arm. Was, wenn es vielleicht der richtige ist? Wie? Die Oma ist hier. Ja. Äh? Kann jemand den Arm von dem Dicken hier looten? Ich glaub' nicht, dass wir einfach irgendeinen Arm brauchen. Vielleicht so'n Mutantenarm. Was haben die hier gemacht? Ich hab' Mutantenarm. Ah, nee, kann man gar nicht nehmen. Okay, dann hör'n wir mal. Weißt du, kein Mund hat die hier drin und die hinrichten, Alter. Krank. Oh, fuck. Ey, wohin mit der Kiste? Warum haben die einen Lederbeutel dabei? Gibt's ja nicht so krank. Die haben auch Portemonnaies? Ja. Oh, war das nach hinten? Da sind ganz viele Haie. Delfine tot. Ja, sag ich doch. Das sind keine Delfine. Oh, das sind Orcas. Nein. Warte, im Forst 1 konnte man die Köpfe immer mitnehmen. Oh. Oh, ich hab' die Möwe aus Versehen erwischt. Und, nimm mal rauf hier. Das geht nicht. Doch, makaber. Du sagst es. Du bist wirklich krank. Wetter. Also, vielleicht können wir die Arme ja mitnehmen und jetzt nochmal unten versuchen. Nein, das wird mit dem Arm nicht funktionieren, oder? Ja, aber wer weiß. Wenn wir es nicht versuchen, dann wissen wir es nicht. Ja, komm, dann gehen wir es versuchen. Fick dich mal. Fick dich mal. Fick dich mal. Oh, guck mal links. Oh, oh. Die sind ganz schön sauer auf uns. Oh, oh. Boah, da kommt einer gesprungen. Boah, da ist ein Ninja. Oh, Junge. Oh, Mann. Ich wollte den gerade im Kopf schießen mit meinem Pfeil. Okay. Ja, aber das ist ja absolut brutal, Alter. Oh, hier ist noch ein Arm. Okay, wir haben zwei Arme. Oh, hey. Da ist noch ein Ohr danach. Man kann, von den dicken oder den roten, kann man den Arm gar nicht nehmen, oder? Hab ich den getroffen? Oh mein Gott, Alter, die Pumpe, Junge. Hab ich den getroffen? Oh, der lebt noch. Nee, der lebt noch. Ja, der hat noch gelebt. Der Motherfucker. Okay, gehen wir nochmal kurz zurück und testen den Arm. Ey, darf ich mal ganz kurz sagen, was der Typ hier gemacht hat? Das glaubt ihr mir nicht. Da liegt eine Leiche, da liegt ein Kumpel von ihm. Ja, der hat den aufgehoben. Nee, der hat den, der hat Sand genommen und hat den über ihn gestreut, als ob er ihn beerdigt hat, so von wegen. Nein, der hat den hochgehoben. Nee, die waren, der war aber schon tot. Spalschack. Ey, der Loco ist weg. Komm, wir gehen mit Mila, die ist schon ganz weit weg. Mila, wo hat's? Ich komm gleich. Too much information. Wir sind wie so kleine Kinder, ne? Einer sagt Penis, alle lachen, alle kichern. Hihi, hihi, der Penis sagt hihi. Meinst du, das klappt mit dem Arm, Mila? Na, mehr als versuchen können wir nicht. Vielleicht ist es nicht der richtige Arm, aber es ist ein Arm. Und ich finde, jeder Arm sollte gleich wichtig sein. Warum darfst dieser Arm nicht sein? Ja, wui. Ja, wui. Wui. Oh, kurz ein Leck gehabt? Ich kann nicht mehr, ich bin aus der Puste. Wir müssen gleich auch mal eben, weil um 31 Uhr habe ich Internet reset. Stimmt. Um wie viel Uhr? Um halb eins. Okay. Hast du 24 Stunden diskoniert? Ja, oder wir gehen jetzt zurück und dann saven. Aber jetzt sind wir schon da. Ja, ich meine... Habe ich 31 Uhr gesagt? Ja, hast du. Ja, hast du. Warte auf mich, Mila, ich bin alt. Ja, ja, ja. Oh, Junge. Ey, jetzt. Seinen Arm können wir auch nicht nehmen. Wo ist denn der Arm? Zeig mir den erstmal. Ich will den erst sehen. Okay. Das ist ein guter Arm. Warte, ich habe sogar zwei. Schau ihn dir an. Okay, vielleicht... Okay, ich nehme den Schädel. Vielleicht brauchen wir ja ein paar Augen. Okay. Warte. Okay. Ich glaube nicht, dass das einfach funktioniert mit einem random Arm. Obwohl, das ist ja sowas... Ey, das ist ein guter Arm. Ja, das ist ja sowas Spirituelles. Das war ja keine Tür wie hier aus dem Bunker. Ja, genau. Vielleicht haben die... Ich glaube, man braucht schon so ein Arm von denen. Vielleicht ist das wie so eine Generaltür. Und um da reinzukommen, brauchst du einfach von irgendeinem infizierten Mitglied... Ja, das kann sein. ...ein Fingerabdruck sozusagen. Ja. Oder halt einen Arm. Ja, ist ja auch irgendwo logisch, ne? Ich meine, wir hätten noch keinen Finger mitnehmen, aber wir sind halt total. Echt, links? Ja, Mila. Wir haben hier einen Arm übersehen? Ach, ich glaube nicht. Nein, nein, ich hätte einen Arm gesehen. Gerade Mila. Wenn einer, dann Mila. Die hätte da wieder rumgespielt. Ja, wir können höchstens von dem Typen hier versuchen, so... Ja, du kannst doch keinen Arm im Arm abschlagen. Das geht nicht. Naja, geht nicht. Ja, schade. Versuche sind wert. Versuche ist es halt wirklich. Vielleicht muss ich den Arm mit so einer Karte kombinieren. Nein, ich esse den Arm, wenn ich den komme. Okay, warte, ich habe ja noch einen zweiten. Oh, das ist bestimmt der falsche Arm. Okay, nee, das geht aber auch. Du hast den rechten Arm, wir hätten den linken abschneiden müssen. Du hast wirklich einen linken Zänderarm. Hallo, spring mal einer auf mich drauf. Nein. Nein, wir werden nicht wagen. Hey. Es wird nicht gebuckt. Mila, du hast wirklich einen Linkshänderarm. Ja, du brauchst... Und an der Tür einen Rechtshänderarm. Wir brauchen den rechten. Warte mal, dreh den einfach. Ja, keine Ahnung. Irgendwo werden wir einen Arm finden. Dann lass uns doch hier so einen Peilsender aufstellen. Ja, machen wir auch. Ja, sorry, Oma. Ob hier nix von einem Arm liegt. Da kann man fragen, welchen Arm die dort brauchen. Das wissen wir nicht. Das versuchen wir gerade rauszufinden. Ja, wir dachten so einen Arm von den Dunz, aber... Wir haben jetzt einfach so eine Mutanten... Das ist es leider nicht. ...den Arm abgehauen. Ja, dann gehen wir zum anderen... ...zum anderen grünen Punkt, oder? Boah, voll schön hier. Echt nett. Würde hier weiterleben wollen. Gesegnet sei dieser Ort. Als ob hier niemand bleiben würde, wenn der das findet. So, ja, hier ein bisschen Blut. Da ein bisschen Blut, aber... Ich hab die ganze Zeit hier gedrückt. Das macht ja nix. Mila auch falsch. Mia auch falsch. Mahlzeit, DJ. Hey, Musana, Musana. Alle laufen falsch. Also, ich hab keine Ahnung. Braucht Kevin beide Arme? Oder Virginia den dritten? Oh, Virginia hat den dritten. Oh Gott, wo ist die? Natürlich, ihre Familie hat das hier doch safe alles aufgebaut. Wir brauchen den dritten Arm von Virginia. Ja, dann muss sie ja sterben. Oder die Mutter. Nein, ich kann die Opfer hier. Wer weiß, vielleicht hat die Mutter... Oh mein Gott, stell dir vor, die Mutter ist diese Schnecke. Boah. Ey, warte mal. Vielleicht müssen wir uns deswegen mit der anfreunden und mit ihr zusammen da rein. Ja. Mila. Wo ist die? Was? Wollt ihr den Arm direkt abfragen? Die Mutter ist eine Schnecke? Ach, keine Ahnung. Der Baum sieht hier aber auch ganz weird aus, ne? Vielleicht ist der Arm hier drunter. Oh mein Gott, du One-Hit-Monster. Du bist ja krass. Gebietschips, Junge. Der geht pumpen, sag ich euch. Wir brauchen Virginia. Wir müssen die da, glaub ich, mit runternehmen. Ja, aber wir können dir noch keinen Peilsender geben. Du kannst ja da ja auch nicht sagen, dass sie mitkommen wollen. Ja. Hast du schon mal versucht, den Zettel zu schreiben? Ich muss ja echt immer noch sagen, ne? Ich muss immer noch sagen, dass ich von der Grafik, von der neuen Grafikkarte im Vergleich zu meiner alten, komplett überwältigt bin, ne? Ja, wo? Ehrlich ehrlich. Ja, aber die haben uns zwei K-Monitor, gut, ja, ne? Ja, ich hab denselben Monitor wie du. Und jetzt hab ich, ähm, ja komplett aufgestockt mit dem neuen Zeug. Meine alte Grafikkarte war ne GTX 980 und jetzt hab ich ne 4080. Überleg euch mal, was ich grad hier von... Es ist, als ob ich einen Film gucke. Ja, Mila geht sparsam mit der Dingsum, aber sei es dir gegönnt. Oh, der Arm ist es von dem Goldenen. Aua! Ey, warum haust du mich? Ja, falsche... Pass auf, da kommt noch einer. Freunde, während ihr euch da streitet, ne? Der hat mich fast getötet, der Penner. Zählt das noch, zählt das noch zu zanken, wenn Curtis mit ne Achse in den Kopf haut? Willi ist er nicht scharf. Ach ja, stimmt. Ja gut, dann. Völlig fein. Oh, Gibi Gobler! Oh, ich hab deinen Fuß ab. Oh, Hilfe! Gummher! Ruf dich aber runter, nur. Runter! Ich, was? Kann mich einer aufheben? Da ist auch so eine Donut-Insel, ne? Aua! Die hauen mich! Wo seid ihr denn? Oh, ich werde auch verprügelt. Oh Gott, ich sterbe bald. Nein, nein, ich komm! Ja, du, ich hab mich! Ruf durch! Okay, weiter, wo ist die anderen? Hier ist ein Kind! Hier ist ein Kind! Hier war noch ein roter. Oh Gott! Habt ihr das... Der hat einfach Bodyslap auf Körniss gemacht. Er hat mir keine Wahl gelassen. Okay, ich musste das tun. Ja. Oh Gott. Da ist noch einer. Oh, ich bin down. Scheiße, hab ich nicht drauf geachtet. Die Hilfe! Warte ich heute nicht? Ich komme zu dir! Bin wieder wach! Ja! Hau weg! Ist weg! Woher kommen die? Körniss, hast du gesehen, was der Typ hier macht? Weißt du, was die roten dastehen? Die machen... Das sind Wrestler. Wrestler-Zombies. Das sind ja keine Zombies. Das sind... Das ist ein Tribe. Ein Kannibalen-Tribe oder so. Mitten in Alaska. Oh, jetzt hab ich Bock auf Goldrausch auf dem. Kann es sein, dass die immer aggressiver werden und immer mehr? Hinter dir, Loco! Oh, oh, oh! Oh mein Gott. Egal, Mila soll die ruhig abknallen. Ganz ehrlich, wenn du jede Muni immer wieder aufsammelst... Äh, wenn du jede Muni... Den hab ich doch getroffen. Basem... Du musst es irgendwann benutzen. Ja, cool. Hier sind ganz viele Gibi-Gobbler. Pass auf. Ja, das Ding ist, wenn die immer kommen, dann krieg ich so einen Stürze so. Ja. Bei mir war das... Bei mir war das immer so... Was? Unsichtbarkeitstrank? Ja, den werd ich eines Tages brauchen, obwohl dann im Endeffekt ein Bossfight kommt, wo du ihn immer für brauchst. Komm, Mila, klein ab! Ich hab keine Munition mehr! Gibi-Gobbler! Boah, der Wasserfall! Boah, der zieht richtig schön hier aus. Wende der Kammer unter dir. Einer muss mich beschützen. Ich muss kurz trinken. Das stimmt, trinken. Gut. Achso, ich dachte, der Pinsel ist tot. Ich bin ein wenig enttäuscht von dem Spiel. Als Release angekündigt, dann schnell EA gemacht, weil nicht fertig und die Insel ist echt leer. Findest du? Die Insel ist riesengroß. Das heißt, leer. Du hast hier jede... 100, 200 Meter hast du hier so ein Kannibalen-Dorf. Und mittlerweile kommen die sogar aus dem Gebüsch raus und hauen nicht weg. Guck mal, wie viele uns gerade angegriffen haben. Und auch. Bald, ne, das sieht so richtig fotorealistisch aus, Alter. Boah, das ist schon gruselig, wie gut das aussieht. Gibt's eigentlich für The Forest 1 so eine Modding-Szene, Mila? Weißt du das? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Gar, bin mir nicht sicher. Weiß jemand, wo wir hinrennen? Ja, wir rennen zu dem Grünpunkt da vorne am See. Aber Mila, geht doch gleich. Wir müssen noch speichern, oder? Äh, wie spät haben wir denn? Viertel nach. Ah, viertel nach. So. 29 können wir eben schnell was aufbauen. Gleich wird 25 machen. Oh, der geht. Boah, der war... Boah, guck dich das mal an. Der ball sieht übel krass aus, ne? Guck dir diesen Wasserfall hier an. Das sieht cool aus, ja. Da will ich mich nackt runterstellen. Ich will da runterspringen in Wasser. Da drüben ist ein Dorf. Komm schon. Boah. Die haben Bock. Oh, guck mal, wie die auf uns zugerannt kommen. Oh mein Gott. Guck mal, wie viele das sind. Viel zu dir. Alter. Ist gar nichts los auf der Map. Ich finde schon, dass das passt so. Wenn du überlegst, dass der Pinsel hier mit dem Tuxedo rumrennt. Guck mal, die gehen schon auf die Bäume und die links pusht von links. Womit? Womit renne ich rum? Oh. Ich bin halt der James-Full. Mila ist ein O-Papa. Oh mein Gott. Seinen Arm abgehauen. Ich muss irgendwo hin, wo ich was sehe. What the fuck? Der ist auf dem Baum. Bäume. Ja, ja. Die springen von den Bäumen runter. Oh, ich finde das gut. Da hatte ich einen. Oh, pass auf. Mila. Der hängt hier im Baum. Achtung. Über uns. Jo, die haben hier vorne einen richtig aufgespießt, Alter. Ich hab den Arm gefunden. Mila. Oh Gott, ist das brutal. Guck dir das an. Der Arm. Der Arm. War das Ding mal kaputt. Aber guck mal, die haben den extra aufgehangen. Als ob das nicht der Arm ist. Kurz so klein. Guck mal, was die hier haben. Die haben echt gutes Leben hier, so, ne? Die haben auch die Rehe getötet. Den fehlt nur noch ein WLAN, ne? Ja, und dann kannst du hier eigentlich schon filmen. Mit Seven in the Wild. Seven in the Wild. Heute spießen wir einen Menschen auf. In der Folge. Und Joris versucht immer noch Feuer zu machen. Ist noch ein gefesselter. Oh. Pass auf, Loco. Oh, du hast den abgeblockt mit dem Schild. Wo sind die denn? Ja, du siehst doch unsere Buchstaben. Ich hab den weggebolzt. Guck mal, Köln ist hier. Der Arm. Sag mal. Du hast keinen Arm in der Hand. Nein, da. Ach so. Mila ist ein... Ja, Mila ist ein... Oh, den kann man gar nicht aufheben. Achtung, hinter dir. Hier unten im Wald irgendwo. Ich hab einen gesehen. Da vorne gibt's Mutantenhaut. Ja, da, da, da. Loco. Boah. Boah. Hier vorne ist ein Mutanten, Mila. Den können wir nur looten. Okay. Warte, Loco noch? Ja? Vielleicht brauchen wir von so einem den Arm. Eins, zwei, drei. Nee, das geht nicht. Sicher? Ich glaub nicht, dass man die abhauen kann. Okay, weiter geht's. Ist ab. Der ist ab. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen schießen mit Pistole oder Shotgun. Bringt sonst nichts, alles immer aufzuheben. Dann erfährst du nie. Ja, dafür nimmst du das doch mit. Du findest ja auch immer mal Munition. Weil sonst, ich hau die ganze Zeit spiele ich schon nur mit der Axt. Und halt mich hinten auf, weil ich dann... Jetzt ist Ende. Warum platzt der Chat gleich auch mal? Stimmt, kann ich 7 in the White sein. Die machen alle. Hiya. So, wir mal Aktivitäts-Check machen. Ach scheiße, hab ich so ein Schlafen. Oh, es würde mich aber schon interessieren, wie viele eigentlich noch da sind. Check, check. Drei Leute sind noch wach. Check. Gut, der Schnitt, drei von 470. Ich will auch einen Check. Check, check. Alle mal Dublo. Guck mal, sogar Luki lebt noch, Alter. Luki, hast du noch ein Afro? Kann ich mich immer noch dran erinnern. Boah, da sind wirklich noch welche da. Natürlich. Cool. Oh, Mary Jola, vielen lieben Dank für den Prime Sub im zweiten. Auch noch was. Check. Dankeschön. Ey, ich weiß. Aber ich glaube, ich werde gleich schon ausmachen dann. Ich habe super Hunger und ich kriege langsam Kopfschmerzen davon. Oh, hier sind Gibi Gobler. Hinter euch. Oh mein Gott, Hilfe. Die kommen alle von den Bäumen. Ich brauche Hilfe. Oh Gott. Ja, hier sind wirklich viele. Ich komme auch mit dem Vieh. Oh Gott. Oh mein Gott, die haben auch alle Mutantenhaut, ey. Der sieht mich nicht. Cool ist das bitte. Jetzt zock ich Fortnite und trinke Ola. Oh. Weg. Ja, oh Gott. Oh Gott, einfach. Oh Gott. Wie viele sind denn das? Und Piep, danke schon für den Prime 8. Das sind doch 5 oder 6. Oh, die sind doch für Bäume wieder. Oh, der hängt ganz schön knackig in Po, Alter. Aua. Und der denn hier? Ja, wir haben den High Ground, ihr Loser. Da war Zorro. Ey, wir haben einen Hype. Ey, wir müssen ein Zelt bauen. Ja. Machen wir hier eben ein Snail. Hat jemand Dings dabei? Ach, scheiße. Ich war schon wieder gemutet. Du hast mich zu Tode erschreckt, Emila. Hat jemand was zum Zelt bauen dabei? Nee. Ich hab was dabei. Wie baue ich denn ein Zelt? Ich mach schon. So, gemacht schon. Oha. Mann, du Mist. Wie, Alter. Wollen wir dann ausmachen oder wollt ihr weitermachen? Ich würde noch auf jeden Fall gerne zu dem Punkt laufen. Ja, da können wir ja noch hingehen. Das ist ja kein Problem. Okay. Speichern jetzt schon mal. Speichern und schlafen? Nee, schlafen. Speichern nur. Nur speichern. Okay, dann bau das wieder ab. Speichern. Oh. Ich wollte den Typen hauen. Ich bin eh mal lowlife. Okay, wo lang? Hier. In die Richtung. Hier hoch. Aber Mila steht da noch so. Hey, ja. Jetzt weiterlaufen bringt doch gar nichts. Wenn wir eh gleich wieder hier sind. Doch. Doch, das bringt noch was. Ein Notfalls machen wir hinten ein Zelt. Nur das hier ist jetzt schon mal ein Save, das wir da gesaved haben. Oh Gott. Ach du Kackmann. Was ist das denn, Alter? Wir sind echt überall. Wer hat gesagt, dass das hier sehr leer ist? Ein Knudsen. Oh Gott. Oh mein Gott. Leute, die ficken mich jetzt aber auch nicht. Wie viele sind hier. Oh Gott. Oh Gott. Sind tot, sind tot, sind tot. Den sind ein paar Hädis verteilt. Das ist noch einer. Aua. Mann. Jetzt reicht's mir, Alter. Ja, lauf weg, ey. Mann. Achtung, da kommt noch einer. Boah. Oh, hier ist ja alles voll, Alter. Okay, wir müssen noch ein Stückchen. Kann ja nur was krasses hier sein. Das ist genau hier. Hier unter uns. Hier unter uns. Dann lass uns davor, lass uns davor doch saveen. Oder willst du da noch reingehen? Nein, das schaffen wir, glaube ich, nicht. Dann save mal hier. Hier sind wieder welche, ne? Da hat gerade schon wieder einer geschrien. Ah, hier, gib mir Gobla. Kann man Munition eigentlich selber herstellen? Nee. Poros sieht im Stream immer ein bisschen schwammiger. Ja, ja, aber ich hab trotzdem viel umgestellt von der Quali. Ich hab sehr, sehr viel umgestellt. Hier, gib mir Gobla. Okay, hab ich. Dann lass uns doch schnell reingehen. Du wirst bestimmt gucken, ob es wenigstens lohnenswert ist oder eine Looth-Höhle ist. Oder nicht. Oh, leck, leck, leck. Du musst ducken. Ja, du musst weiter laufen. Lauf. Ist keine Looth-Höhle. Die werden wir nicht schaffen. Geht ihr da runter? Ah! Ja. Ja, das ist wieder ein Bunker. Geil. Bunker ist in ihnen ja schwer. Oh! Ich kann eine Tür aufmachen. Geht man hoch oder runter? Wir gehen gerade runter. Wir sind gerade runtergelaufen. Soll ich vor? Äh, hier ist ein Ausgang. Ich hier? Rein da, oder? Mach die auf jetzt. Wer ist da reingegangen? Ich geh rein. Oh mein Gott, das ist ein Endboss. Fick dich, das ist die Mutter. Schnecke. Oh, Katzchen. Echt jetzt? Oh mein Gott. Oh Gott, nein! Die, die gebärt die Kinder. Oh Gott, ein Endboss hat er geworfen. Ja, das ist ein anderer, der geschießt. Mila, Mila, du bist übrigens der alte Char hier. Ah, das ist die Gebärmaschine. Oh, rest in peace, Mila. Oh, wer ist denn der Opi? Oh. Der wurde abgeschalt. Ich versierte. Oh mein Gott. Die hat uns doch am Anfang auch ausgenockt. Oh. Oh. Ii. Ii. Der Schleim, Schleim, man hat mich gesnaggedie. Ich glaube, unser ganzes Gear ist weg. Nee, als ob. Aber unser Ausgang ist blockiert jetzt. Nee, Gear ist da. Wir kommen auf jeden Fall nicht mehr zurück jetzt. Das ist Jabba the Hutt. Aber volle Möhre. Nee, ich hab noch alles. Doch, wir kommen zurück, weil wir gleich eh restarten müssen, weil Mila gleich viel zu den Stunden hat. Ja. Dann können wir erst nach oben laufen. Ii. Der hinten wartet schon ganz viel auf uns. Okay, dann gehen wir gleich erst nach oben. Oh Gott, hier sind Mutanten. Ich kümmere mich drum. Da schmeiß ich jetzt eine Granate. Oh. Der Pinsel ist down. Habe ich angesprungen. Oh. Jetzt war ich jetzt schon wieder down, Alter. Okay, ist down. Ich war noch im Aufsteh-Screen und das Ding springt mir wieder in die Fresse. Warte mal, wo ist mein anderer Pfeil hin? Hä? Ich hab doch zwei Pfeile geschossen. Eine Five-Seven. Oh cool, hier gibt's neue Knarren. Hier findet man eine Five-Seven, Mila. Guck mal. Bah, war das ein eklig... Oh, Hilfe! Drei Minuten. Lass uns drei Minuten einfach Spaß haben. Da ist noch einer, bitte. Boah. Sorge, Kondos-Syx-Spieler. Warte mal, wo ist die Knarre? Eine Five-Seven. Du hast ja schon eine Pistole. Wie kriegst du noch mal eine? Ja, aber hier sind auch noch Zettel. Also, die sollten wir gleich später auch lesen. Hier ist ein Zettel. Oh, 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 oh. Safe in Cube. Wir rennen rein, da steckt... Ah, ich glaube... Ja, ist disconnect, oder? Ist disconnect. Okay. Hier ist ein Zettel. Hört ihr kurz zu? Ja. Wir müssen auf mich erwarten. Die haben auf jeden Fall an irgendetwas gearbeitet. Warte, warte. Warte, ist mir corrected. Subjects. Okay, die haben irgendwas in einem Cube eingesperrt. Und die sind da sicher. Hier sind ganz viele Golfbälle. Hä? Mila? Ja? Was hast du hier? Wie? Ah, hatte ich schon mein Disconnect jetzt? Ja. Ja. Ah, okay. Dann, äh... Hier ist eine Drohne und ein Licht auf sich. Müssen wir dir Gute Nacht sagen? Ach du Scheiße. Das geht weiter, ne? Ihr lauft... Nee, nee, ihr lauft bei mir auf einer Stelle. Ja, dann restarten kurz. Dann geh ich raus. Okay, bin raus. Dann kann man wenigstens nach oben laufen. Also... Ich kann euch... Nur ganz kurz mal sagen... Das Ding hier, wo wir gerade sind... Ist riesengroß. Das ist doch geil. Ich bin, glaube ich, gerade schon vier Etagen nach unten gelaufen. Sam, hey, wir bei Ulla. Mila, machst du neu auf, ne? Mhm. Machen wir jetzt mal weiter, dann? Ja, komm, wir sehen mal noch. Ich hab zwar übel zu Bauchschmerzen, aber egal. Nur für euch. Das geht ja doch eben schnell... Nee, ich hasse das zu essen. Ich hab Essen unten. Und dann... Ich mag das nicht. Ich will in Ruhe essen. Und dann war es der Finale-Con, warum ich heute eine neue GPU hab. Ich hatte 37 ff, bei Niedrig hab ich nur 90 auf Ultra. Ja, ich hab auch alles hochgedreht. Alles Tütti-Kabletti. Tütti-Fruti-Di-Mare. Okay, weiter geht's. Wir haben ja morgen übermorgen auch noch einen Tag. Obwohl übermorgen... Sonntag, Montag, mal gucken. Aber nächste Woche dann wieder LP. Nächster für uns. Nächster für euch alle. Und wir haben das Spiel drei, vier Tage gezockt und haben nicht einmal so was Cooles gesehen. Weil wir die ganze Zeit am Bauen waren, Alter. Aber... Und da ist wieder der Vorteil, dass Pinsel... Dass er dich hummeln am Arsch hat. Ich hätte gar nicht bauen können. Ich kann sowas nicht. Ich baue mir eine kleine... Ich frage mich gerade, warum sollte man überhaupt bauen? Ja. Naja, weil manche wollen dieses Feeling. Die spielen das, als wäre es ein Survival mit einem Haus. Ja, genau. Dann kommen ja auch die Wellen, die dich so angreifen und sowas. Ach, stimmt. So, ich geh ganz schnell wieder rein. Nein, nein. Ich will nicht angegriffen werden. Hört sich das eigentlich bei mir dolle nasal an? Ja. Ist schon hässlich, ne? Ach, also wirklich. Ich wünsche niemandem Pollen echt nicht. That's racist. Oh, schnell rein. Hier sind die Gibi-Gobblers. Warte, hier ist noch ein Elch vor der Tür. Lass ihn noch bitten. So ein Tiermörder, Junge. Aber Hunger. Sollen wir vielleicht vorher kurz schlafen? Haben wir doch jetzt gespeichert da. Ja, nur gespeichert. Wartet mal noch. Ich nehme mir noch ein Powerade. Loco fehlt, ne. Genau, ich nehme auch mal eben. Hochziehen. Erstmal noch ein bisschen was. Oh, der Pinsel sitzt im Weg. Scheiße, warte mal, Mila. Du bist... Wartet mal noch. Äh, wenn man die Eingeborenen selten tötet und eher vertreibt mit der Maske, hat man nicht viele Wellen. Also meine Erfahrung. Ja, siehste. Wir schlachten aber alles ab, was von der Liste kommt. Das ist jetzt deutlich zu spät. Ja, wir gehen da komplett steil rein. Oh, Mila. Selam aleikum. Merhaba. Wie geht's, Cousin? Du siehst aus wie ein bisschen wie ein Araber. Kannst du aufhören, mich zu blenden? Aua, der tut weh. Okay, dann... Wir gehen jetzt nach oben. Ja. Er ist hoch. Wenn es hier überhaupt einen oben gibt. Hier ist zu. Wer war das? Ich war das nicht. Hier oben ist nix. War das nicht... Oh, hier gibt's noch... Vodka. Vodka-Titen. Okay, dann gucken wir uns die Cutscene nochmal an. Sollen wir die alle gleichzeitig gucken? Ja, können wir machen. Auf drei dann. Aber warte mal, ich würde mich noch einmal eben... Eben ganz kurz... Was ist hier unten? Hey, Leute, hier kann man tauchen. Ich bin ready. Sollen wir uns noch voll heilen? Ich bin voll. Danke für den Hit. Warte, Mila. Jetzt bin ich der Opa. Ja. Mila ist... Sieht aus wie so ein bisschen Marokkaner-mäßig. Pinsel sieht aus wie ein japanischer James Bond. Und ich? Nein. Du siehst aus wie Curtis Cush. Ja? Ja. Okay, auf drei? Eins, zwei, drei. Aber wer ist der Typ, der da schießt? Boah. Guck mal, wieder die Hand... Nee, der dumm, Alter. Jetzt so voll den dicken Revolt in der Hand. Ja, ja, den haben wir aber auch, den Revolt. Aber wer kommt jetzt da rein? Guck mal, da kommt so eine Special Force rein. Und dann kommt... Dann komme ich. Und warum haben die uns am Leben gelassen? Der mit dem silbernen Dings, der hat uns ganz am Anfang schon einmal mit der Pistole down geschlagen, als wir hier gelandet sind. Ja? Ja, ganz am Anfang. Echt? Der war das? Penner, der. War das, ganz sicher. Und warum haben die uns am Leben gelassen? Weil wir der Main-Char sind. Weil wir wahrscheinlich irgendwas suchen, was die auch suchen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie am Ende kommen und uns töten. Oh, kleine Staubsauger, Roboter. Was ist auch cool? Wart mal, wart mal. Aber hier müsste doch irgendwo der Spalt sein, wo wir das Monster gesehen haben. Oder gibt es mehr davon? Ah, sieht das ekelhaft aus, Alter. Oh, mein Gott. Hätte mich verarschen, Alter. Was ist da gerade passiert? Ich glaube, hier sollten wir uns Monsterhaut komplett anlegen. Also, hier ist ein Zettel, da steht drauf. Pre-eliminary findings. Our records show that more research will be needed. Ähm. Cause of brief dimensions. Ich weiß nicht, was das heißt. Irgendwann mit einer Dimension oder so. Und hier vorne war noch ein Zettel. Da stand drauf. Also, dass irgendwelche komischen Experimente in diesem Cube sicher sind. Nein, du bist sicher im Cube. Oder wir sind sicher im Cube, ja. Und hier ist nur eine Taschenlampe für die Pistole. Und eine Drohne und Alkohol. So denke ich. Eine gierige Snacken. Sicher im Cube. Und der Cube ist dieses, was was auf jedem Bild ist. Dieses ganze viergierige Gedönschen, wo es immer wieder gibt, ne? Ähm, Mila? Ja? Ich will dir noch was zeigen. Wo bist du denn? Oh, ich hab'n raw arm. Ja, den wollte sie sein. Der Arm. Das ist der Arm. Oh, hier ist noch eine Taschenlammenvorrichtung. Ja, hab' ich doch gesagt gerade. Ja, ich kann nicht so schnell. Oh. Oh, Gott. Äh. Ähm. Komm. Curtis, hier sind noch ganz viele Zettel bei dir. Hier sind Goldschläger. Okay, ich hab' vier Zombies erledigt. Oh, und hier ist ein Rätsel, der. Rätsel. Curtis, hier ist noch ein Zettel. Aber da ist nur eine Pyramide drauf. Eine Pyramide? Äh, äh, Department of Mathematik. Cube-like room possible. Ähm, sollen wir die jetzt alle alleine ab... Ach, egal. Ne, ich mach' die jetzt. Ihr seid zu weit weg. Oder kommt ihr her? Wegen der Haut. Kommt ihr zu mir? Warum? Äh, mach' du ruhig. Vielleicht liegen Golfbälle auf dem Boden. Mhm. Warum ihr schon? Golfschläge. Und ein Zettel mit... Oh, Blüfen. Oh, Mila, ich hätt' gern'n Schlitten. Hahaha. Oh, ja. Den wär' ich mitzbauen. Mach' mal. Und Safti, dankeschön für den Primes ab dem 24. Wirklich? Bei mir hast du die Knarre und die Axt wieder in der Hand. Okay, was steht hier drauf, Hank? Jetzt hast du zwei Hexte... Jetzt hast du eine Waffe und zwei Hexte in der Hand. Und Arzcon, vielen lieben Dank für fünf Gifte-Zaps. Okay, das ist nur eine E-Mail, dass die den Golfclub gefunden haben und dass die zusammen spielen wollen. Malz, Goldstein. Hier liegt noch ein Zettel auf dem Boden bei mir, guck' mal. Oh mein Gott, das ist ein Rätsel. Das ist ein Rätsel. Ah, das... Hat nicht einer irgendwie einen Brief gefunden mit Hypoglyphen? Nee, ich hab' gesagt... Ah! Oh mein Gott! Der hat mich so erschrocken, der wurde... Oh Gott! Ach, schlägt, Kollege. Ist daneben geschossen. Junge, wie viel hält der aus? Könnt ihr mir mal helfen, Alter? Wie kann der? Ich lese den Zettel. Hau dir mit den Golfschlägen. Oh, jetzt hab' ich den Zettel weggelegt. Hm? Scheiße, auf dem Zelt stand, wat wat ist. Wo war'n der Zettel? Gelang hier. Oh, hier ist noch so'n Monster. Hier ist noch so' einer. Er liegt an der Couch, Mila. Ach, da. Ähm. Ja, ich mach' Du musst'n Screenshot davon machen. Ja, mach' ich, mach' ich. Ich hab' jetzt'n Schlitten. Ich weiß nur nicht, was das da drüber ist, wo mein Daumen drüber ist. Aber egal. Screenshot hab' ich. Warte, 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 warte. Ich muss eben Tabletten fressen. Ja. Oh nein, ich dachte, du drückst. Was haben wir denn noch gelootet? Warte, dann mach' ich mir jetzt auch'n Schlitten. Gut News, we have managed to find both of the clubs the golf. Das ist kein Golfschläger. We want to thank you for all your help and you're ever out. Na klar. Ah. Selfie-Stick. Guck dir mal genau. Das ist ein Selfie-Stick. Was hab' ich in der Hand? Guck mal. Das ist auch so ein Selfie-Stick. Sag' die Oma, die kennt sich aus mit Golf. Oma kennt sich aus mit Golf? Ja, die spielt Golf. Warum hat mir denn keiner gesagt, dass hier ein Golfschläger liegt? Ja. Und wo ist der im Inventar? Ja. Ich hab' das gesagt. Der ist rechts oben. Oh ja. Hm. 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 Das kann man nicht. Hm. Ich bin so krank, ne? Warte, weiter runter oder hier lang? Ja, das Ende. Ja, dann müssen wir hier lang. Oh. Da sind Babys hinten. Ist wieder so ein Büro. Oh, Mila, guck mal schnell. Oh, ein Graffe. 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 Oh, guck mal, eine prima Balamina. Guck mal, eine prima Balamina. Und ein Fisch. Da kann ich sprechen. Ich sabbere einfach beim Denken. Ich bin so krank. Im Kühlschrank. Hier ist noch ein Laptop. Hier ist noch ein Laptop. Hier ist noch ein Laptop bei mir. Schädel in der Mikrowelle, Alter. Absolut krank. Oh. Hey, Loco und ich sind draußen. Kommt der auch? Mhm. Ja, ich wollte noch eben Energydrink fetzen. 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 Crackbaby Basketball war da bei South Park, ja. Wieder so ein Raum. Ist das Katana? Oh, sorry. Was ist das Katana, Mila? Das Liniaschwert. Noi. Wartet mal. Kürtis kann man her. Nimm mal ein Gelb. Nein, Moment. The Herald. 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 Oh mein Gott. What's in der Hand? Mila, hast du das Ding in der Hand? Hier ist es. Oh. Oh mein Gott. Nani. Wo ist das Katana? Habst du eine Hand? Ich auch. Eins. Boah. Hüya. Mila muss ihre Ninja-Geräusche machen. Ja. Die sind schon wieder Würfel, ne? Im Kühlschrank. Ist die nicht, ne? Die sind dadurch... Ja, ja. War hier. Was stand da draus? Wann das alles irgendwie startet? Ich find das auch nicht. Ah, hier. So eine Aufzeichnung. Wie liegt denn das auf der Matte? Ja, hier liegt das auf dem Teil drauf. Das liegt ganz rechts, links von den Knochen. Da kommt einer. Oh mein Gott. Schöp das nicht. 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 Boah. Alter. Ist das? Oh, Vorsicht. Aber warte mal Curtis, guck mal. Was ist mit dem Golfschläger? Wenn du nach unten guckst und haust dann, dann machst du wie, als würdest du so ein Knochen? Jetzt hab ich gerade mit dem Baby auf dem Boden gemacht. Na? Und das Baby ist geflogen, ja. Oh, ich bin jetzt Ninja, okay? Oh, hier ist goldene Rüstung. Wie goldene Rüstung. Hier, guck mal auf der Couch. Boah. Goldrüstung collected. Wir werden sowas von die Goldrüstung jetzt anziehen. Guck mich an. Was heißt das Goldrüstung? Boah. Da sind wir jetzt goldene Ritter? Warte, ich will euch sehen. Geben wir im Licht. Oh, das sind die von der Special Force gerade. Yo, wie cool. Oh, das sieht auch richtig cool aus. Oh, das sieht richtig cool aus mit dem Ninja Schwert. Yo, das sind jetzt voll die Ninja, Alter. Wir sind jetzt die Special Force. Ja, Mann. Oh, fuck her. Die Frage ist, geht die kaputt? Nee, oder? Doch, ich glaub, guck mal, da ist unten. Ich glaub, die geht kaputt. Die hat aber nur einen Balken. Ja, aber das ist so ein ganz langer wahrscheinlich. Der Schnampe tut's nicht mehr. Oh, ich kann... Eigentlich würd ich... Oh, ich würd die lieber aufheben, aber das hier ist... Was ist hier? Nix, ne? Nix. Oh, meiwa! Du fangst das gleiche jetzt so'n Schneckenmonster. Als ob die uns das jetzt einfach so alles geben. Au! Hast du damage gekriegt? Ja. Ja. An der Goldrüstung. Du hast mein halbes Leben abgezogen. Aber an der Goldrüstung auch? Die Goldrüstung ist halt... Ja. Sorry, Alter, wie krank ist denn das Schwert? Ja, bitte nicht einfach so random rumschlagen. Es war nicht extra. Oh! Boah, hab ich mich erschrocken, Alter. Oh Gott, an der Tür. Guck mal. Mhm. Was ist hier? Oh. Wie viele Schädel da sind. Mein Taschen am Bauch. Oh! Oh! Oh mein Gott, wer ist der denn? Oh! Oh Gott, das ist Flick. Oh! 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 Oh Gott, wer ist er denn, Alter? Oh Gott, da unten ganz viele Babys. Achtung! Achtung, da lebt noch eins. Iiiiih! Wegen der Rüstung. Darf man einen Tipp geben? Ja, sag mal. Äh, Leute, ich hab keine Batterie mehr in meinen Taschenambus, Alter. Ja, dann nutzt den Feuerzeug. Oh, dreh dich mal um, Mila. Die ist ja echt Gold. Ich dachte, sie ist schwarz. Oh! Oh Gott, ich hör doch hier links was. Die Karte. Ne, das ist hier in der Tür. Ah, okay. Wir hätten hier Cornflakes im... Oh, hier ist ne goldene Maske. Oh, hier ist ne goldene Maske. Oh, hab ich mich erschraubt. Hier ist ne goldene Maske, Pinsel. Nein, ich bin dumm. Ich hab die Tür hier aufgemacht. Wo ist ne goldene Maske? Das hat er extra gemacht. Auf der Leiche hier, Mila. In der Mitte. Boah, das ist... Jetzt denken wir, wir sind Götter. Ja. Oh, voll die Leichen alle hier. Hier ist alles tot. Ich hab nur überlegt. Scheiße, wir haben doch vorhin schon ne... 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 ne Dings gefunden. Hier sehen aus wie C3PO. Ah, hier kommt Lille von Boden. Von ne Decke, mein ich. Ich glaub, das ist der Ausgang hier. War hier noch irgendwas? Ne, wir haben alles durchsucht. Ja. Boah, wir haben nie mehr Schwerter, Mila. Ja. Wir sind krass. Hat mal einer die Goldrüstung angezogen? Wir haben die alle an. Nein, die Goldmaske, mein ich. Ne, die kannst du nur vor deinem Gesicht halten. Ja, die kannst du nur... Wie die Rote kannst du nur von deinem Gesicht halten. Und dann denken die, glaub ich... Weil diese einen komischen Kannibalen, die ganz großen Starken, haben immer ne Golden an. Mhm. Und dann denken die vielleicht, du bist einer von den großen Starken. Und deshalb lassen die dich in Ruhe. Weil wenn wir auch sonst überall Gold sind. Ich glaube nicht, dass hier der Ausgang ist. Doch. Doch. Ja. Boah, jetzt im Hellen würde ich's gerne sehen, wie er aussieht. Ja, wir müssen schlafen gehen. Ja. Hatten wir nicht hier ein Zelt? Ne. Bin ich schon draußen? Wir sind noch in der Hölle, oder? Oh Gott. Oh, da ist Kevin! 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 Guck, wie wir aussehen! Ey, lass Kevin in Ruhe! Alles gut, der Kevin verkraftet das. Kann der gar nicht sterben? Doch, wenn wir den umbringen. Äh, da ist ein Gubli. Gibi, Gubli! Oh, ich hab den im Flug. Hopp! Jau, wie OP ist Nabinia-Schwert, Alter! Okay, jetzt hat der echt wieder schöne Fußnägel. Okay, schlafen, ne? Hier ist noch ein Goofy-Gubler bei mir. Komm, schlaf, Mila! Oh Mann, ich bin da... Ähm... Oh, ja. Und Speicher nicht vergessen. Oh! Gibi, Gubli! Aua! What the fuck? Boah! Ich hab den geköpft damit! Da vorne ist ein Boot! Da vorne ist ne Höhle vor allem. Kevin, guck dir Malinia-Schwert an. Kevin. Wie findest du das, Kevin? Boah, die sehen so cool aus. Goldrüstung bringt aber nix, glaub ich auch. Egal, das sieht aber cool aus. Ja. Da vorne ist ein Holzboot, Mila. Hm, ja, ich wollt nur Essen trinken. Da hinten ist auch ne Höhle im Wasser, oder? Ja. Aber ich würd jetzt hier Schluss machen. Ja, ich glaub auch. Boah! Aber ihr habt alle die Axt mit dem Schwert. Ich hab nur das Schwert. Du auch. Echt? Boah. Ja. Guck mal, der hat sogar die Pumpgun mit dem Schwert. Ich? Ist deine Rüstung kaputt? Nö. Aber ich bin 1 HP. Also geht die Rüstung gar nicht kaputt. Nur wir. Guck mal. Ja. Wo ist denn das Zelt nochmal? Mach mal in dein Gesicht, Hannah. Warte. Ich hab gebohrt, warte, ich boah nochmal auf hier. Ich hab Angst, dass ich nicht gespeichert hab. Gut, dann speichern und beenden. Okay, dann nochmal speichern hier. Das war fun. Und morgen machen wir da gegenüber die Höhle. Boah, guck mal an, wie cool wir aussehen. Ey, Sowie, wenn ihr weiterspielen wollt, ich hab super Hunger. Nein, alles gut. Wir haben noch voll lang jetzt heute. Wir haben ja gesagt, Mila, Pinsel und ich haben vorhin gesagt, komm, wir gucken uns die nächsten 2-3 Tage das nur an. Oder 2 Tage und dann gehen wir Dings, dann gehen wir wieder normal Pommes. Ja. Genau, genau. Nein, wir bauen nicht mehr um, wir gehen nur erkunden. Ey, nix mehr wird gebaut. Scheiß auf Bauen. Wann AP der Herr? Wann gehen wir ins AP? Also, ich weiß gar nicht, also... Ich glaube, dass wir morgen, wenn wir morgen nochmal spielen, 5-6 Stunden, ab wir durch sind. Hab ich irgendwie das Gefühl. Also, du kannst das Game theoretisch durchhasseln, damit du alles erlebt hast, du kannst es aber auch genießen, dann kommst du halt auf ewig viele Stunden. Ja, aber wir haben jetzt die ganzen letzten Tage wirklich nichts anderes gemacht. Wir haben nur gebaut, Alter. Ja. Deswegen. Deswegen können wir jetzt auch mal durchziehen. Ja. Okay, ich mute mich eben. Okay. Okay. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. An die Leute, die noch wach sind. Hallo. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Bleibt alle gesund. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Morgen wieder. Bleibt gesund. Dankeschön für den Support. Danke für alles. Kuss, Kuss. Okay. Winke, winke. Bis später. Wieder mit Mila, Loco, Pencil und Moi. Daddy Kush. Bye-bye. Bis Kuss. Das müssen wir nur zum Abschluss hören. Gute Nacht, Gute Nacht, Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Das müssen wir uns nehmen. ito, chatten kas. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.